Wie gesagt, Thema Scharia. Ich habe gestern gesehen, wie man mit Abu Bekrat umgegangen ist, in dem Live von Liebe zum Bürgergeld. Unglaublich. Man hat ihn nicht reden lassen, man hat ihn gesturmt. Und dann musste der Typ auf einmal beten gehen und ich habe 17 Minuten aufgenommen, er ist nicht mal beten gegangen. Wo war der denn? Ja, aber die werden das jetzt wieder so hindrehen. Der hat ihn komplett widerlegt. Oh, Abstandswarner. Gottes Segen. Liebe zu absolut perfide, ekelhaft. Die untersten Geschöpfe sind das. Er ist nicht beten gegangen, das war nun Ausrede. Er wäre total widerlegt worden. Leute, like den Stream auf 10k. Wer Fragen hat, kann gerne hochkommen. Thema immer noch die Scharia. Ich möchte wissen, warum die Muslimen die Scharia haben wollen, obwohl es in der Scharia keine Rechte gibt für Frauen, keine Rechte für Kinder, keine Rechte für Menschen, überhaupt keine Menschenrechte, Säuglingsehe, Steinigung. Ich glaube nicht, dass Frauen dort an der Scharia atmen dürfen, ohne den Mann zu fragen, keine Ahnung. Die müssen um Erlaubnis bitten, Bruder. Ja, das glaube ich dir sogar. Solange der Mann nicht das Ja-Wort gibt, muss sie die Luft anhalten. Du, sie muss ja, sie muss ja den Schleim aus der Nase des Mannes mit dem Mund absaugen. Widerlich. Das muss sie für ihren Mann tun. Dafür muss sie bereit sein. Und was macht der Mann für die Frau? Nichts. Schlagend, Bruder. Liebevoll. Mit dem, mit dem, wie heißen diese Misswa-Stack, äh, Zandschuhe? Misswaak. Misswaak. Aber mit dem Misswaak aus der Zeit von Mohamed, nicht mit diesem Kinder-Schluck heute. Naja, mit dem richtigen Schluckern. Der Misswaak zu Zeiten von Mohamed, das war ja ein Baseballschläger. Naja. Die waren, mashallah, groß. Aber warum nicht andersrum, Bruder? Warum darf der Mann die Frau nicht verprügeln? Nein, du meinst die Frau dem Mann? Ja, genau, die Frau dem Mann. Entschuldigung. Warum überhaupt? Der Mann darf ja die Frau verprügeln. Ja, aber wenn der Mann widerspenstig wird, dann darf man sie auch andersrum schlagen. Nein, Bruder, du darfst ja nicht vergessen, Bruder, der Islam ist eine Religion für Männer. Also, Bruder, ich war gestern in einem albanischen Leib, ne? Ja. Und meine albanischen Geschwister und Bruder, die waren schockiert. Die Albaner, was ich dir für Sachen gezeigt habe, Hadiths und Sohren und allem. Bruder, die waren schockiert. Die haben gesagt, das ist nicht der Koran, das ist dein Koran. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Siehst du, Leute. Bruder, ich habe jetzt eine neue Gruppe gegründet auf Telegram. Ja. Das wird dann eine, wo keiner mehr reinschreiben kann. Okay. Wo nur Quellen sind. Also, ich habe zu jedem Thema eine Dings aufgemacht. Zu jedem. Mohammed, Neigung zu Kindern. Mohammed, Frauenrechte. Sahaba, LGBTQ. Und da knall ich alles rein, was ich habe. Und da kann man in diese Gruppe dann direkt immer zugreifen. Ohne dass man durch nervige Texte. Und meine Gruppe, die ich habe, nehmen wir nur zum Austauschen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Da kann man nicht mehr so widerlegen. Und, und, und. Gib mir noch eine Woche für die Gruppe, dann habe ich alle meine Quellen drin. Wir haben einen Gast, Matt. Matt. Soll ich fahre Auto? Ich kann es nicht so gut lesen. Matt. Und der ist weg. Matt ist weg. Die Gruppe ist neu. Die habe ich neu gegründet gestern. Da kommt man nur mit Einladung rein. Du musst mir Einladung schicken, Bruder, dann, ne? Nein, Benni, sie war sechs. Sie selber sagt, sie war sechs Jahre alt. Also Aisha war sechs. Mohammed hatte eine Kindsfrau. Sie wurde gemästet von ihrer eigenen Mutter, um bereit sein, um für die Ehe bereit zu sein. Alle deine Gelehrten sagen, sie war sechs. Alle kanonisierten sechs Hadith-Bücher sagen, sie war sechs Jahre alt. Dann wird es zu spät. Guck mal, lieber jetzt als später. Dann wird es zu spät. Man muss das jetzt an der Wurzel packen, das Problem. Ansonsten wird es gefährlich. Wo ist Benni? Benni, komm hoch. Wir haben 116 Zuschauer. Bitte, Leute, liked den Stream. Bringt den Stream auf die For You Pages von den ganzen, ganzen Wüslis. Sie sollen hier mal gerade stehen für ihre Scharia. Für die Gerechtigkeit, die angeblich in der Scharia herrscht. Wo Christen und Juden Schutzgeld bezahlen müssen. Menschen dritter Klasse abgestempelt werden. Ein Pakt von Omer, wo sich die Christen das vordere Teil des Kopfes abrasieren müssen. Das Gürtel der Schande tragen müssen. Muslime, weil sie sich zu Hause aufnehmen müssen. Die Scharia ist Völkermord. Richtig. Kultureller, kultureller Völkermord. Daniel. Die Scharia ist ein kultureller Völkermord. Abgesehen von der anderen Seite, von der physischen Völkermord. Abou Yarraq war dein Prophet, der den Yarraq von einem kleinen Jungen geküsst hat. Mashallah. Das habe ich dir gestern auch in den albanischen Studien gezeigt. Bruder. Mir fehlt nur noch das. Mein Handy ist überhitzt, Leute. Ich muss ganz kurz. Richtig, bevor es die Scharia gibt, gibt es Bürgerkrieg. Dann werden die schönen Muslime richtig wie deren Prophet Dogi genommen. Satan ist Allah. Das darfst du nicht vergessen, Berliner. Satan ist 1 zu 1 Allah. Dein Allah ist der Schaitan. Mit seinen zwei rechten Händen, ein Schienbein, ein Lego. Das ist ein Lego-Bauteil. Den baust du zusammen, dein Allah. Ich baue sogar einen besseren Allah, als Allah sich selber gebaut hat, mein Freund. Es gibt nichts, was Mohammed nicht gemacht hat. Er war der schlimmste Mensch der Welt. Er hat kleine Kinder angefasst. Er hat Männer angefasst. Er hat, boah, Leute. Er hat alles gemacht. Sag ich euch mal die wunderschöne Kinder. Ist das nicht Allah ab Almofrat, F63? Ja, Bruder. Oder F93? Echt, ja? Habe ich richtig gesagt? Ja, ja, Bruder. Du bist immer schon. Oh, ich bin gar nichts mehr zu sagen. Ich sag doch auch. Aber guck mal, ob ich nichts Falsches gesagt habe. Er hat Unterwäsche gestohlen, Surah 3. Und er wurde da... Das ist so ein heftiger Vers, ne? Er hat einfach Unterwäsche geklaut und man hat ihn versucht, dafür anzuklagen. Und Allah hat dann den Vers offenbart, dass Mohammed nicht klaut. Aber wenn Allah doch allmächtig ist und allwissend, warum hat er nicht offenbart, wer ihn geklaut hat? Dann wäre doch die Diskussion zu Ende. So bleibt die Spekulation, dass er geklaut hat. Oder ich finde das immer noch am geilsten, dass Mohammed Offenbarung erhalten hat, während er die Kleider von Aisha trug. Oder das ist das Schlimmste. Ja, ich sag das gerade und Jeshua schreibt das. Beste. Und dabei hat er noch Offenbarungen von Allah halten. Das ist nicht normal. Und die sagen, das ist der beste Mensch der Welt. Ein Prophet. Mama Mia. Ich komme darauf nicht klar. Ja, Bruder. Moro ist auf jeden Fall drag queen. Wenn mal die Muslime mal diese Quellen lesen würden, die die haben. Ich glaube, ganz viele würden den Islam verlassen. Aber viele trauen sich nicht, die ihren Quellen zu lesen, weil die Angst haben. Ja, Momo wollte wirklich seine weibliche Seite zur Geltung bringen. Er hat sich geschminkt, seine Augen. Maschallah, der war schon Frau halb, halb Frau halb Mann. Gottes Segen. Gottes Segen, Brüder. Gottes Segen, Bruder. Vor allem, Mohammed hat alle 10 Gebote gebrochen. Er hat noch einen Zungenkuss mit einem kleinen Jungen gehabt. Kennt ihr das? Ja, das habe ich auch gestern gezeigt. Er hat einfach einen Zungenkuss mit einem kleinen Jungen gehabt. Als erwachsener Mann. Und weißt du, was ich muss ihm sagen? Er wollte seinen Durst stillen. Er wollte seinen Durst stillen. Mit der Zunge von einem kleinen Jungen. Ja. Und das ist der beste Mensch aller Zeiten? Also wenn er der beste Mensch aller Zeiten ist, was bin ich dann? Bruder, wir sind tausendmal besser als Momo. Tausendmal, weil wir haben nicht die ganzen Gebote gebrochen. Wir sind nicht perfekt. Wir haben auch Sünden begangen, ja. Wir haben auch von den 10 Geboten bestimmt auch ein paar gebrochen. Wie mit Lügen und alles, ja. Aber, Bruder, der hat ja alles gebrochen. Aber, Bruder. Hast du eine Frage? Aber, Bruder. Lass mich mal Modi machen. Ein paar Leute am Fliegen wegen... Ich höre dich nicht. Du bist zu leise. Bruder, lass mich mal Modi machen, Alter. Ich glaube, ein paar Leute wollen hier fliegen, ja. Bruder, na, hörst du ihn? Der hat gesagt, du sollst ihn Modi machen, Bruder. Ja, aber hörst du ihn leise? Ja, ein bisschen leise, ja. Ja, gut, ich nehme dich runter, Bruder. Ich habe ganz viele Modis. Ich kenne dich nicht, deswegen ich gebe Modis für die Leute, die ich kenne. Ja, ich bin. Gottes Segen, danke, dass du uns. Ich bin gut zu sehen. Ich fahre gerade Auto, Leute, Modi geben ist gerade ein bisschen kompliziert. Da muss ich zu sein, die Einstellung. Das will ich gerade nicht machen. Wie gesagt, ich habe ein Thema. Scharia in Deutschland. Kusima soll hochkommen, uns mal ein paar Sachen von ihrer Scharia erzählen. Die sollen sich auch mal in unsere Streams trauen, diese Feiglinge. Die holen nur Leute in ihren Streams, um sie zu stumm und nicht ausreden zu lassen. Achro, du warst doch gestern auch da. Achro, Odin. Du? Warst du nicht gestern bei Fax oder bei Adonis? Nein. Achro, Gottes Segen erst mal. Willkommen in meinem Stream. Ja, so Sportfreund. Hast du eine... Hast... Man hört dich nicht. Er hat gefragt, ob du eine Frage hast. So zum Thema Scharia in Deutschland. Hast du eine Frage? Danke. Also mal angenommen, ich hätte eine Frage. Warum? Scharia in Deutschland. Warum sollte ich sie... Warum sollte ich dir einen Christen stellen? Nein, nein. Der Christ stellt dir die Frage. Scharia in Deutschland. Aber der hat mich doch gerade... Der hat mich doch gerade gefragt, ob ich... Ja, ja. Ja. Wir stellen die Frage Scharia in Deutschland. Ja oder nein? Du sollst uns die Antwort geben. Na ja, ein Muslim ist ja nicht nur für die Scharia in Deutschland, sondern für die ganze Welt. Weil ich der Überzeugung bin, dass das Allahs Gesetz für alle Menschen ist und für die ganze Welt. Okay, sehr gut, sehr gut. Was ist das Heiratsalter für Kinder in der Scharia? Nach Scharia muss ein Mädchen geistig reif sein, körperlich, und die Pubertät erreicht haben. Und die Pubertät erreicht haben? Kannst du uns das zeigen, wo das steht? Kannst du uns das bitte schriftlich zeigen? Ich habe nicht die Sachen. Okay. In Majmul Al-Fatwa von Echeho Islam Ibn Taymiyyah, in seinem Buch Al-Sharia unter der Fatwa Nummer 6058, gibt da dir die Gesichter... Schau mal, wenn du mir Fakten oder so Sachen zeigst, musst du auch zeigen. Nicht einfach... Genau. Ich fahre Auto. Ich fahre gerade Auto. Die Fatwa Nummer 6058 kann jeder googeln und finden. Ihr findet diese Fatwa auf der Seite fatwa.com. Das ist die offizielle Seite der kuwaitischen Regierung für islamische Angelegenheiten. Da findet ihr diese Fatwa unter 6081, 6058 und Fatwa Nummer 7439, glaube ich, müsste es sein. Da geht es darum... Kannst du mich mit... Ja. Eine Frage. Respektierst du überhaupt die Religion? Nein. Gar nicht. Nicht ein Prozent. Wenn du respektierst, dann brauche ich ja gar nicht mit dir reden. Okay. Dann kannst du runter gehen. In der Fatwa Nummer 6058 in der Scharia wird das Heiratsalter für... Ihr sagt, ihr habt Liebe und ihr sagt, ihr habt Nächstenliebe und das. Ja, aber... Guck mal. Nächstenliebe, natürlich. Ich muss den Menschen lieben. Meine Religion schreibt mir das vor. Aber ich muss keinen Respekt vor einer Ideologie haben, die erlaubt, Säuglinge zu heiraten. Das stimmt nicht. Das erlaubt deine Religion, Säuglinge zu heiraten. Doch. Ich gebe dir doch gerade die Quelle. Nein, das stimmt nicht. Okay. Sehr gut. Kannst du mich bitte ausreden lassen? Guck mal, aber... Kannst du mich bitte ausreden lassen? Ja, ich habe dich doch ausreden lassen. So, nochmal. Nochmal. Unter der Fatwa Nummer 6058 von Ibn Taimiyah. Auf der offiziellen Seite der kuwaitischen Regierung von Tawa.com findet ihr diese Fatwa von Ibn Taimiyah, der besagt, dass man bereits Mädchen heiraten kann, die an der Brust der Mutter gestillt werden. Man darf mit diesen Mädchen alles machen außer Penetration. Man darf sie anfassen, küssen und berühren. Das ist eine Scharia. Das Gesetz Allahs, was in der ganzen Welt herrschen soll. Sehr gut. Bravo. Gehirn rausgenommen, in den Kühlschrank rein und Islam angenommen. Bravo. Ich bin stolz auf euch. Wer Kinder im Islam rechtfertigt, ist Mittäter. Richtig. Mittäter. Mittäter von hunderten kleinen Mädchen, die irgendwo in der Hochzeitsnacht in islamischen Ländern verbluten, weil es Sura 65 Vers 4 im Koran sagt, dass man Kinder heiraten darf. Da steht nichts von Reife und Alter, sondern da steht, was ist mit den Kindern, die aufgrund ihres jungen Alters noch keine Periode haben. Koran Sura 65 Vers 4, tafsir ibn Abbas. So unhöflich diese Menschen, die wollen nicht mehr ausreden lassen. Oder weil die wissen, dass das bei denen in der Schrift steht, die schämen sich, die versuchen das zu verheimlichen. Genau, Lefty. Nächstenliebe ist keine Schwäche. Nächstenliebe gegenüber Menschen ja, aber ich habe doch keinen Respekt vor einer Nazi-Ideologie namens Islam, politischer Islam. Dafür habe ich doch keinen Respekt. Richtig. Die haben meinen Kampf verboten und haben den Koran nicht verboten. Wahnsinn. Na ja, egal. Richtig. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, Leute, die lassen einen nicht mehr ausreden. Ich weiß, die nehmen unwissende Christen hoch, machen die fertig in ihren Streams, kommen mit vertreten Sachen, falsche Lothar-Bibel-Übersetzungen, die kein normaler Christ annimmt. Natürlich machen die das, aber wenn es dann um ihre Schriften geht, dann haben wir keine Ahnung, dann ist das eine eigene Interpretation. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft möchte es. Ja, die Grundpolitiker möchten es gleich so. Wie gesagt, Leute, schaut mal, ich bin Christ. Der politische Islam-Ideologie betrifft alle. Homosexuelle, Anhänger der LGBTQ-Community, Atheisten, Buddhisten, Hinduisten, Juden, Christen, Leute, die an Bäume glauben, Leute, die an Flugzeuge glauben. Diese Ideologie betrifft uns alle und sie wird uns alle angreifen, der politische Islam. Man wird keinen Unterschied machen zwischen ihnen und uns und sonst was. Es wird nur noch Allers Gesetz herrschen und dann sind wir alle dran. Richtig. Richtig, die 3N0, das Wort Jesus Christus wurde durch die Bibel verbreitet, nicht durch den Schwert in Afghanistan. Egal wer, egal wer, pro Deutschland, wir müssen pro Deutschland sein. Als Christ müssen wir unser Haus verteidigen, Deutschland ist unser Haus. Richtig. Und wir verteidigen das halt mit dem Wort, weil wir Christen haben Verstand. Wir haben die Schrift und wir haben unser Verstand. Und wir können auch in ihren Schriften lesen, wir können die Sachen öffentlich machen, wir können sie euch zeigen. Ihr müsst es weiter tragen. Auf der Seite fatawa.com, das ist die offizielle Seite der kuwaitischen Regierung für islamische Angelegenheiten. Das ist eine offizielle Regierungsseite. Und auf der offiziellen Regierungsseite wird die Ehe mit Säuglingen erlaubt. Und dann kommen Muslime und sagen, ja so und so, das stimmt nicht. Ja, die offizielle Regierung in Kuwait hat ja gar keine Ahnung, sie kennt ja den Islam nicht. Nur die TikTok-Muslime kennen den Islam. Ja. Ich bin hier gegen Scharia, äh nicht pro Scharia. Wir sind eigentlich... Nein, ich meine alle Menschen, die hier leben, Elias, äh Elia Orthodox. Alle Menschen, die hier leben, die betrifft es. Aber ich verstehe immer noch nicht, Bruder, wieso es LGBTQ betrifft. Weil deren Prophet war doch selber so einer. Ja, das ist sowieso eine interessante Frage. Warum die so gegen diese Sachen sind. Weil die ganzen Saber waren so. Ja, deswegen. Deswegen sag ich doch, Bruder. Ich verstehe das nicht. Ich meine, die Frau von Omar al-Khatab war ja 5 Jahre alt. Und er ist ihr ein Jahr hinterher gelaufen. Und da lesen wir Sahih al-Bukhari, dass der Frauen schon mit 20 Jahren eine Großmutter waren. Mit 20 Jahren Großmutter? Wie geht das? Ich bin einfach nur krank. Ja, die Frau von Omar war 5 Jahre alt. Kannst ja alle nachlesen. Er ist ihr ein Jahr hinterher gelaufen. Und er ist ja nicht der Einzige. Die hatten ja alle kleine Kinder gehabt. Einer hat sogar ein Baby geheiratet. Wobei ich das noch in Erinnerung habe. Illuminati. Wie sind es zu spät? Es ist nie zu spät. Keine Sorge. Es ist nie zu spät. Die Leute werden wach. Die Deutschen werden wach. Gott sei Dank. Wenn auch die Deutschen wach. Europa wach. Ja, also Holland hat schon die Bremsleine gezogen. Glaube ich. Die Reißleine. Holland will jetzt abschieben. Holland will die Muslime abschieben. Die Schweiz auch. Die Schweiz auch. Ja. Na, ich hoffe, die ziehen das auch durch. Ich hoffe, die ziehen das auch durch. Und dann muss nur noch in Deutschland die richtige Region gewinnen. Und dann möchte ich mal sehen, wie die... Guck mal, die machen einen Livestream. Muslime machen einen Livestream. Ein Palästinenser. Ein Palästinenser. Ein Palästinenser. Dessen Familie gerade in Palästina auseinandergenommen wird. Von der zionistischen Regierung. Und von Netanyahu. Macht einen Livestream, wo er nur gegenüber Christen hetzt. Die diesem palästinensischen Flüchtling eine Heimat gegeben hat. Und Schutz vor den Juden. Er hat hier Schutz gefunden. Christen haben ihm und seiner Familie die Hand gereicht. Haben ihm eine Wohnung und Essen gegeben. Damit er jetzt einen Livestream macht. Und Christen hoch und runter beleidigt. Und seinen Christenhass im Internet auslebt. Anstatt seine minimalen Koronnes, die er hat. Diese zwei Erbsen in die Hand zu nehmen. Nach Israel zu gehen. Und seine palästinische Familie zu verteidigen. Macht er hier ein Livestream, wo er gegenüber Christen hetzt. Wo er seinen Christenhass auslebt. Liebe zum Bürgergeld. Und dann sagen die noch, wir haben keinen Hass. Wir haben euch ein Zuhause gegeben. Nicht ihr uns. Nicht wir sind in eure Länder gekommen. Ihr seid in unsere Länder gekommen. Wir haben euch die Hand gereicht. Und zum Dank spottet ihr unseren Herren. Aber wir Christen, wir haben Geduld. Aber wenn diese Geduld am Ende ist, dann kommen wir. Und dann sagt ihr, ja aber die Kreuzzüge. Ja, nach 400 Jahren voller gewalttätiger Expansion kamen die Christen. Und die Christen werden wiederkommen. Wie in der Reconquista sie zurückgekommen sind. Die kommen. Und dann werdet ihr wieder in die Opferrolle schlüpfen. Und mit Kamele und mit Schwerter werdet ihr gegen unsere Panzer kämpfen. Ihr werdet mit Steinschleudern, werdet ihr gegen unsere hochmoderne Armee kämpfen. Das werdet ihr machen. Und dann seht ihr, dieser Allah, der euch diese Religion gegeben hat, hat euch in der absoluten Steinzeit gelassen. Ohne uns, ohne uns wärt ihr gar nichts. Ihr hättet weder Autos, noch Telefone, noch Fabriken, noch eine Industrie, noch eine Technik. Ihr hättet gar nichts. Guck mal, die Leute denken, ich bin pro-Islam. Hallo, ich bin gegen Scharia. An die Leute, die gegen mich kommentieren, ich bin gegen die Scharia. Die verstehen das nicht. Oder die denken, wir sind für Muslime, wir sind gegen alle. Alles, alles was sie haben, alles was sie haben, haben die aus Europa. Alles was sie haben. Die verfluchen uns im Herzen, uns Christen. Dabei benutzen die nur Sachen, die von Christen kommen. Die unterschätzen die Deutschen. Die unterschätzen die Deutschen. Wenn die wüssten, wo... Guck mal, ey, es hat die halbe Welt gebraucht. Es haben drei Großmächte gegen Deutschland gekämpft, um Deutschland aufzuhalten. Drei Großmächte. Deutschland alleine würde die ganze islamische Welt platt machen. Irgendwann reißt der Geduldsfaden der Christen. Und dann schlüpfen die wieder in der Opferrolle. Du wirst sie sehen. Dann sitzen die wieder in der Opferrolle. Bruder, lass uns Kreuzritter wieder wach werden. Und danach flüchten die wieder. Und ein Palästinenser, der abgehauen ist mit seinen Erbseneiern und sich nicht traut, seine Heimat zu verteidigen. Leute, ich kann so groß reden. Ich war in der Armee. Ich war da, um meine Heimat zu verteidigen. Ich war da. Ich kann die große Klappe haben. Aber jemand mit Erbseneiern und einem sehr hässlichen Bart, absolut ungepflegten Gesichtsausdruck und einer langen Nase wie Pinocchio versteckt sich in Deutschland, hetzt über Christen, während seine Brüder und Geschwister in Palästina auseinandergenommen werden. Hast du so viel Mut, dein Gesicht hier zu zeigen? Reise nach Ägypten. Nimm einen Besen in die Hand. Nimm einen Besen der Kufar in die Hand. Ab nach Palästina und verteidige deine Religion und deine Familie und deine Geschwister. Was hat Mohammed gesagt? Der Muslim, der die Gelegenheit hat, in den Dschihad zu ziehen und ohne Kämpfen stirbt, stirbt als Heuchler. Laut Mohammed seid ihr alle Heuchler. Tadeus Salafist Takel. Tadeus Takel Salafist. củien Scharia in deine Mama rein. Tut mir leid, ich bin gegen Scharia. Aber alle Leute, die gegen Scharia sind, ihr müsst eure Stimme erheben. Ihr müsst eure Stimme erheben. Es reicht nicht, mich hier zu beleidigen. Ich bin gegen die Scharia. Riechst du gerade mit mir? Nee, nee, erzähl. Güle Güle Erdogan wird euch schon übernehmen. Ja. Du bist schon wieder, Ari. Du bist so witzig, du bist. Wallah, billah, dann ich geh. Möge aller euch Kinder eher. Das hat er schon erlaubt. Der Herr war mit dir. Andreas, Gottes Segen. Grüß dich. Ich wollte vorhin schreiben, dass es leider nicht durchgegangen ist, dass das Deutsche Kreuzwitter waren, die sie damals in der ersten Schlacht vermöbelt haben. Ich weiß, Bruder, ich weiß. Ich meine, das war sogar Barbarossa. Ja, Bruder. Barbarossa hat eine krasse Geschichte. Barbarossa ist durch die Türkei gereist und hat nebenbei damals die türkische Armee besiegt. Auf dem Weg zum eigentlichen Krieg. Barbarossa war natürlich ein... Du meinst? Barbarossa war ein echter Deutscher, ja. Das ist halt ein deutsches Blut. Damals war das noch Byzanz. Alles. Ja. Das war damals auch Byzanz. Barbarossa hat die Türken auf dem Weg, auf dem Weg nach Palästina. Einfach besiegen. Ich muss nicht mal grüß dich. Ich lache nichts mehr von dir gehört. Der Sicario ist bald nicht mehr live. Warum? Wer? Schon wieder ein Muslim, der hier droht. Dann gibt es statt Antibiotika Camillorin. Guck mal, ich wurde gemeldet, ne? Ich wurde gemeldet einfach. Ich starte den Stream nochmal neu, ja. Ich wurde gemeldet. Okay. Der Geflüchtete aus Palästina, dieser Mann wurde von Christen aufgenommen. Sie haben in ihr eine Wohnung, ein Haus, Essen, ein Dach und Frieden geschenkt. Dieser Mann macht einen Livestream auf, wo er seinen Hass, seinen Christenhass auslebt, den Hass gegenüber Christen, anstatt seine Erbsen Cochones zu nehmen, nach Palästina zu gehen und seine Brüder, Geschwister und seine Familie zu verteidigen. Nein. So viel Cochones hat er nicht. Lieber versteckt er sich im warmen Deutschland, geht hier warm duschen, zieht hier sein Bürgergeld und lässt seine Brüder und Geschwister elendig sterben. Und er nennt sich selber Löwe und weiß was ich was und denkt, er ist mutig, weil er sein Gesicht zeigt. Nein, er hat gar keinen Mut. Mohammed hat gesagt, wer die Gelegenheit hat, zum Dschihad auszuziehen und für Allahs Sache zu kämpfen und es nicht tut, wird als Heuschler sterben. Du wirst als Heuschler sterben, als ein Niemand, als ein Mann ohne Religion. Du bist die größte Witzfigur, die ich kenne. Aber das sind die Löwen, die Mohammed hinterlassen hat. Das sind die Löwen, die Mohammed hinterlassen hat. Lieber im warmen Deutschland anstatt nach Palästina zu gehen und seinem Mann zu stehen mit dem Besen in der Hand und für sein Volk und für seine Religion einzustehen. Nein. Palästina wird platt gemacht, weil ihr so feige seid. Ihr seid alle Feiglinge. Lieber Christenhass bei TikTok hinter der Kamera ausleben, nebenbei Bürgergeld beziehen, das seid ihr. Augenbrauen zupfen, Bart umgepflegt lassen, das seid ihr. Einmal traut euch mal bei mir rein, einmal zu einer Debatte. Wir haben gestern gesehen, was ihr mit Abu Belgrad gemacht habt. Gestummt, beleidigt, seine Mutter beleidigt. Er hat eure Scheinargumente alle widerlegt. Fatwa Nummer 6058. Bruder Urwan, sag mal bitte den Leuten, du bist Albaner, die verstehen nicht, dass du Albaner bist. Ich bin Albaner, Leute. Die müssen das endlich begreifen, du bist Albaner. Ich habe die Debatte aufgenommen, ja. Ich dachte, ob er ist Japaner. Ich bin schiitischer Albaner. Aus... 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 Wie heißt das? Aus... Ich weiß nicht mal, wie die Stadt heißt. Aus Isfahan. Aus Isfahan. Ex-schiitischer Iraner. Ex-Iraner mit schiitischen Wurzeln aus Isfahan. Und gleichzeitig habe ich einen albanischen Unterbau. Bruder, du bist ja noch mehr Lego als Allah. Ich bin wie Allah Lego-Baustein. Du bist ja noch mehr Lego als Allah. Ich bin ein richtiger Lego-Baustein wie Allah. Aber Allah wird so schwer sein am Tag des jüngsten Gerichts, Bruder, dass acht Engel seinen Thron tragen und sagen, Oh, Allah, ich kann nicht mehr. Oh, Allah, du bist so dick. Was hast du diese ganzen Jahrtausende gemacht? Wo der Gott Yahweh Mensch geworden ist, um seine Christen zu retten. Allah, was hast du gemacht? Du hast dich nur fett gefressen. Oh, oh, oh. Tragen so die Engel Allah. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hallo erstmal. Gottes Segen. Hallo. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, Abo Tige. Ich finde das ganz gut. Du kennst ja echt wirklich richtig gut aus im Koran, oder? Ich bin imam. Ich bin mittlerweile imam. Ja, du bist ein Imam. Aber... Ich wollte eigentlich islamische Theologie studieren. Und dann habe ich erstmal den Professor dort ein bisschen aufgeklärt. Und habe gesehen, dass er noch von mir lernen kann. Da bin ich nach Hause gegangen. Aber du bist doch Christ, oder? Ja, der Bruder ist Christ. Ja, ich bin Christ. Natürlich, ich bin Christ. Aber bist du... Es gibt keine andere Religion, was... Hast du irgendeine Konfession, oder... Konfession? Ich bin altorientalisch orthodox. Wenn du jetzt auf die Konfession... Aber ich bin nicht so mit Konfession. Ich bin einfach... Ich sage immer, ich bin Christ. Natürlich meine Konfession. Ich bin orthodox getauft, aber... Ich lebe jetzt nicht die Orthodoxie aus, so wie es ist. Okay. Okay. Ja, nee, ich finde das ganz gut. Ich höre mir immer so ein bisschen auch den Armin und den Bruder an. Und... Bei dir bin ich auch öfters mal bei. Und... Abukanja... Und wie alle heißen. Ich finde Schulen, die machen alle gut, richtig gut einen Job. Ja, aber wir müssen noch mehr Gas geben müssen. Ja. Aber du wirst ja selber... Die selber untereinander ist eine große Spaltung auch da. Weißt du? Bei den Christen. Guck mal... Meinst du die Christen oder die Müslis? Nee, auch bei den Christen auch. Guck mal... Ja, das ist falsch. Das ist absolut falsch. Also wer spaltet, gehört nicht zu uns. Der Flex, der so angepasst auf Amir und der Paulus, der sagt, ja, orthodoxe Kirche... Und... Ich meine, irgendwo haben sie ja recht, wirst du mal... Die ganzen Traditionen, wirst du mal siehst, die Kirche, gerade die katholische Kirche, okay, die Trinität akzeptieren sie... Kreuzritter, Kreuzer, bitte nicht, das ist nicht mein Thema. Ja, bitte überhaupt nicht. Ich will nicht mal darüber reden. Nicht mal Platz für so ein Thema bieten. Gar nicht. Das soll jeder für sich selbst entscheiden, was er macht. Nee, nee, ich wollte dir das sagen, weil... Ich weiß ja, ja... Wollt ihr, das muss man sagen. Kreuzritter, Kreuzritter. Guck mal, ich kann dir sagen, wichtig ist, du glaubst an den Herrn. Du glaubst das, was der Herr für uns getan hat. Das andere, das kannst du mit dir selber ausmachen. Jeder Mensch kann das selber mit sich ausmachen. Wichtig ist, du hast den Herrn bei dir und das reicht. Naja. Naja, die erzählen jetzt aber für wiedererweckte Christen, willst du? Kreuzritter, ich hab doch gesagt, ich möchte nicht darüber hier reden. Das ist so... Wir machen hier keine Spaltung. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Soll ich mich jetzt darum kümmern, was jeder gesagt hat? Was interessiert mich das? Nee, das ist aber für ihn persönlich auch... Ist er? Nein, für mich persönlich interessiert mich das nicht, wer was sagt. Ich hab meine Schrift, ich lese die Schrift, ich weiß, was da drin steht. Was? Menschen behaupten, jeder behauptet irgendwas. Das kümmert mich doch nicht. Wir haben hier andere Probleme. Naja, du sagst, du bist orthodox, alt, äh, orthodox. Ja. Ist doch okay. Naja, für mich ist das okay. Gut. Ich will da nichts an, ich bin nicht verspaltet. Ich bin auch nicht verspaltet. Ja, dann bitte fang nicht mit dem Thema an. Naja, ich wollt ja bloß mal wissen, wie ihr drüber denkt, wirst du? Egal, ich hab doch gesagt, Menschen reden viel, wenn er da lang ist. Waschke hat es perfekt geschrieben. Was interessiert mich das als Menschen zu sagen? Vor allem, es gibt ja auch keine Autorität auf TikTok. Niemand ist ja eine kirchliche Autorität oder sonst irgendeine Autorität. Das sind einfach Leute, die gerne reden. Was interessiert mich das? Nee, aber was den Moslem betrifft, Islam, also ich finde, da machst du schon einen guten Job. Ja, danke schön. Na gut, kannst du mich wieder runternehmen? Ja, Gottes Segen, danke, dass du gekommen bist. Gottes Segen. Ja, euch auch. Tschüss. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. I don't understand you, man. Come on. Außer Tesla hat Tesla seine Autorität. Tesla ist für die Muslime eine Autorität, aber nicht für uns Christen. Er ist ja ihr letzter Prophet. Aber kein Prophet für uns. Aber warte mal, gibt es nicht noch einen anderen Propheten? Oder ich habe gestern eine Aussage gehört. Ich habe gestern eine Aussage von einem Christen gehört. Oder, ey, das muss ich dir mal privat schreiben. Er denkt wirklich, Gott hat ihn als Warner für die Menschen geschickt. Oh je. Oh, oh. Oder, oh, oh. Oh, 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 oh. Mit seinem, äh, Trockentuch oder was? Ja, er ist für die Muslime, ist er ihr letzter Prophet. Äh, warte mal. Also TikTok ist mal ein Irrenhaus für mich. Oder TikTok ist so ein Irrenhaus. Ich kann hier nichts mehr ernst nehmen auf TikTok. Nicht schlimm. Die machen daraus Witze, alles mögliche. Nehmen das gar nicht mehr ernst. Dort hier bei den Muslimen, hier in TikTok, gibt es drei Muslime, die sich Propheten nennen. Da ist einer Mehdi oder wie der heißt. Der nennt sich auch Prophet. Der Slahan haben die. Wen haben die noch? Ulmen, Ulmen oder wie der heißt. Wir sind in der Endzeit. Viele werden sagen, ich bin der Herr, aber keiner ist es. Bitte nicht über Geschwisterlöster. Geht euch damit. Ja, das macht Ulmen. Auch wenn er es gesagt hat, er ist gerade nicht in den Live, das ist für mich lästern, wenn man das hinter seinem Rücken sagt. Deswegen bitte aufhören. Hast du, ne? Oder wer über Geschwister lästert oder sonst was über andere Geschwister schreibt. Egal über wen. Äh, raus. Ja, kann ich ja nicht. Oder ich habe ja mit diesem Account gar keine Rechte mehr bei dir. Achso, ich gebe dir. Ich gebe dir gleich. Aber ich muss. Ich habe es ja bei Menschenfischer, hatte ich ja meine Rechte gehabt. Ja. Ne, ich mag das nicht. Ja. Döner Joker. Also als Muslim musst du die Scharia wollen. Als Muslim ist es von dir verlangt, die Scharia zu wollen. Egal. Du musst Allahs Gesetz immer über die Gesetze des Menschen stellen. Das verlangt ja Allah. Deswegen ist ja der Islam so gefährlich. Weil der Islam ist eine absolut politische Sekte. Und die Scharia kommt aus dem sechsten Jahrhundert. Diese Gesetze sind aus dem sechsten Jahrhundert. Die sind nicht zeitlos. Die sind Müll. Einfach Müll. Ich habe die Scharia Bücher gelesen. Müll. Was da drin steht, ist der letzte Witz. Wie kann man Scharia verlangen, ohne zu wissen, was die Scharia ist? Aber der sagt aber nicht so brutal. Du weißt schon, wie heißt der? Döner Joker. Du weißt schon, wenn du klaust. Du soll dir diese Hand abgehakt werden. Und du sagst... Der sagt Türkei. Ja, Türkei ist säkulär. Türkei ist ja kein islamischer Staat. In der Türkei herrscht auch keine Scharia. Und richtige Muslime sprechen den Taqwir auf Erdogan. Und sagen, er ist ein Trahut. Intelligenzallergiker, Bruder. Keine Verweigerer. Allergiker. Also auch wenn sie wollen würden, sie können nicht... Echt schlimm. Ja. Keine Ahnung, wie du Erdogan bist. Bruder, ich bin in Deutschland geboren. Was du mit türkischer Politik... Nein, ich meine die Muslime... Die Muslime sagen, Erdogan ist kein richtiger Dings und so weiter. Die Muslime beleidigen ihn. Weil er nicht nur mit Allahs Gesetz herrscht, obwohl er es könnte. Bruder, ich habe mal eine Frage an dich. Bruder, kein Land würde funktionieren mit Allahs Gesetz. Kein einziges Land auf dieser Erde. Jedes Land würde untergehen. Bruder, Urban, ich habe eine Frage an dich. Hast du heute Lust mit mir zum albanischen Stream zu gehen? Ja, natürlich, Bruder. Heute Abend, 22, 23 Uhr. Der albaner kann auch Deutsch. Die meisten können auch Deutsch. Ja, sehr gut, sehr gut. Bruder, du hast Quellen, die Katastrophe sind. Und die albaner sind da wirklich... Du kannst die bei solchen Sachen richtig packen. Weißt du, was ich meine? Gestern, ja. Gestern gepackt, Bruder. Und wenn du noch mit deinen richtigen krassen Quellen kommst, Bruder, herz. Puh. Was glaubst du, in diesen Stream sind, sag ich mal, von 100 Leuten 10, 15 werden den Islam austreten. Das kann ich dir garantieren. Wenn du mit richtigen Fakten kommst. Naja, perfekt. Weil die albaner sind da wirklich, wenn es um Kinder geht oder solche Sachen, da packt es uns am Herz. Weißt du, wie ich das meine? Ja, die albaner haben noch Moral und Stolz, nicht wie andere. Bürgergeldempfänger mit einem sehr schlecht geschnittenen Bart. Ja, ich komm mit. Ich bin allzeit bereit. Das freut mich. Ich schreibe Marculus, weil Marculus, der Bruder Marculus ist, wie soll ich sagen, Amir, Ex-Muslim, nur auf albanisch. Abdul Al-Kafir, ja leider viele haben diesen Stockholm-Syndrom. Sie lieben ihren Peiniger, da hast du recht. Aber viele verlassen ihren Peiniger, indem man denen die Wahrheit zeigt. Das ist das Wichtigste. Und Marculus ist eine Maschine. Allein nur letztes Jahr hat er über 1000 Albaner zum Christentum gebracht. Über 1000 Albaner hat er zum Christentum gebracht. Er ist eine lebende Legende in Albanien, Kosovo. Habe ich jetzt jemanden verleugnet? Habe ich jetzt irgendetwas schlecht geredet, liebe Geschwister? Eine Frage, weil, wieso soll ich hier Flexa ermahnen? Flexa hat andere Geschwister, die ihn auch ermahnen können. So, da bin ich wieder, hat einen Anruf gehabt. Sorry. Der Bruder Urban ist noch in der Kaffeepause, hat einen Anruf bekommen. Ich weiß auch nicht, Schwester, was der Flex hier mit zu tun hat. Ich verstehe nicht, warum jetzt hier Leute mit reingezogen werden, die nichts hier mit zu tun haben. Ich habe leider keine Rechte. Ich mag dich, Heinrich, Bruder. Aber ich bin nicht ein Fan von solchen Leuten, die die Scheiße hier mit reinziehen, was mir nicht gefällt. Wenn ich die Macht hätte, würde ich dich stummen für diesen Live. Leider habe ich nicht diese Macht. Einfach mein TikTok ist zusammengebrochen, mein ganzes Handy hängt. Ach was. Ja. Also TikTok ist echt eine ekelhafte App geworden. Schwester, der heißt Markulos, der heißt Markulos und der nennt sich Gladiator Markulos. Ja, Shetan ist in der Leitung, Bruder. Jibril ist da. Jibril ist da, Bruder. Du musst aufpassen, er würgt dich. Bitte, bitte. Kommentare, aber sonst weiß ich, wie er versucht, das Bild zu ändern. Das Internet im Hintergrund, das ändert sich nicht. Ich schwöre gleich die Internetverbindung von Jibril und Mohammed. Guck mal, wo hast du, Bruder, nach, dass Allah keinen Schnee kennt? Ne, der kennt, äh, weiß ich, der kennt keinen Schnee. Allah kennt keinen Schnee einfach. Der Arme. Weil Allah ist Kant in der Wüste. Er kennt keine andere Sprache, er kennt keinen Schnee. Er kann ja nur Arabisch. Könnt ihr mein Navi hören? Nein, ich höre nichts. Hast du meinen Namen, weil Navi spricht mir rein. Obwohl ich den Ton auszuschränke. So. Der Allah spricht nur Arabisch, das stimmt. Er hat keine andere Sprache, er beherrscht auch keine andere Sprache. Er kann nur Arabisch. Selbst ich, ich als normaler Mensch, beherrsche vier Sprachen. Allah kann nur eine. Ja, ich, guck mal, er hat einen, ich habe zwei Schienbeiner. Zwei. Er hat nur einen, ich habe zwei, Kreuzritter, ich habe zwei Schienbeiner. Und er hat zwei rechte Hände, ich habe eine linke und eine rechte. Der hat zwei Rechte. Wer ist besser? Ich oder Allah? Oder bin ich mir das so immer anhört? Oder du weißt, dass Maria einfach höher ist als Allah im Koran. Weißt du, dass Maria mehr kann als Allah? Oder alle können mehr als Allah. Aber zeig mal, wo steht das? In Surah 6, Vers 101 sagt Allah, wie kann ich ein Kind haben, wenn ich keine Frau habe? Also er braucht eine Frau, um ein Kind zu haben. Richtig? Einen Partner. Genau. Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Warte mal, Bruder, mein Navi redet im Hintergrund. Ey, ich... Aber ich weiß, wo der Bruder hin wollte. Maria brauchte keinen Mann, um ein Kind zu gebären, aber Allah braucht eine Frau, um ein Kind zu machen. Da hat Maria mehr Macht als Allah. Und da hat der Bruder recht. Oh, guck mal, Gottes Segen. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Sorry, Leute, aber ich habe keine Ahnung, was mit meinem TikTok los ist. Das zum zweiten Mal ist einfach ausgegangen. Ey, 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 ich habe ein neues Handy. Ich habe das gekauft, weil das alte immer gehangen hat. Also ich kaufe mir immer so ein TikTok-Handy, weil die TikTok-Handys überleben eh nicht lange, weil du so oft online bist. Ich habe das Akku sehr beansprucht. Ich habe das Handy gekauft und der ist besser als der alte, aber schlechter. Vom Blatt Papier ist er sogar besser. Ja, Bruder, das ist Allah, der möchte nicht, dass du da was machst. Hamas, Hamas Internetleitung, Hamas. Ja, auf jeden Fall, Bruder, du hast es ja schon erwähnt, ich habe es gehört. Maria kann ohne Partner ein Kind haben, Allah nicht. Also Maria ist höher als Allah. Des Weiteren gibt es keine einzige Überlieferung, wo Mohammed zu irgendeinem Kranken gesagt hat, bete bei Allah um Heilung. Ja, gibt es auch nicht. Also was kann der überhaupt? Er kann ja sagen, er ist der Schöpfer dieser Welt. Er kann es ja sagen, aber er muss sich beweisen, oder? Soll ich dir sagen, was Allah kann? Sich oben verstecken und die Leute auslachen, die in die Hölle gehen. Es gibt einfach eine Überlieferung, wo steht, Allah lacht die Menschen aus, die in die Hölle gehen. Das ist schon heftig, ne? Gott, der möchte, dass die Welt gerettet wird. Alles gut, nein, mach du. Nein, nein, alles gut, Bruder. Ich habe gesagt, Allah möchte Hass verbreiten zwischen uns Christen. Allah sendet uns Schildane. Das sind Allahs Arbeiten. Allah sendet uns Schildane. Allah erlaubt Kinder ihr. Oder Allah sagt, Allah sagt, wenn die Menschen nicht sündigen würden, würde ich sie von der Erde tilgen und sie durch Sünde ersetzen, sodass sie mich um Vergebung bitten. Ja, habe ich schon gelesen. Genau. Das sagt er. Gleichzeitig sagt er, ich lache die Menschen aus, die in die Hölle gehen. Also was will der? Was ist sein Ziel? Das ist die Frage der Fragen. Was ist sein Ziel, wenn er sagt, ich würde die Menschheit austilgen und sie durch Sünde ersetzen, damit sie mich umbammen? Er möchte um jeden Preis angebetet werden. Wer wollte sich in der Bibel Gott gleich machen, um jeden Preis angebetet zu werden? Oh, da sagt es schon der Bruder Jakobus, der Teufel. Der Satan wollte sich Gott gleich machen, um angebetet zu werden. Worum geht es Allah? Um jeden Preis, dass er angebetet wird, wie Gott. Er möchte dieselbe Ehre wie Gott haben. Und deswegen kam der Islam, Leute. Mic drop. Und deswegen dieses rituelle Gebet. Fünfmal am Tag. Wenn dein Fuß falsch steht, ist dein Gebet nicht anerkannt. Wenn dein linker Zehner rechts zeigt, dann war dein Gebet umsonst. Allah wird dein Gebet für ungültig erklären. Also, warum kam der Islam? Weil der Satan um jeden Preis angebetet werden wollte. Und das auf seiner eigenen Sprache. Richtig. Kann ich mal kurz ein Vers dazu lesen, Bruder? Klar, Bruder. Wir sind bei Matthäus 4, 9. Und da, warte, ich lese von 8. Wiedernahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich mir niederwerfst und mich anbetest. Das sagt der Satan. Bruder, gestern sagt Liebe zum Bürgergeld, wenn Isa der Geist Gottes ist, ist das praktisch so ein Titel, das ihn Allah gegeben hat. Der hat da irgendeinen Gelehrten zitiert, der das dann so ausgelegt hat. Dass Isa als Titel das Geist Gottes, also als Titel regt. Guck mal, wie peinlich. Die sind so am Ende. Die können es sich einfach nicht erklären, warum Isa so eine hohe Stellung bei Allah hat. Weißt du, was er mir letztens ein Muslim erklärt hat, Bruder? Weißt du warum, Bruder? Selbst der Teufel weiß, dass Jesus Sohn Gottes ist. Selbst der Satan bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Satan glaubt auch an Gott. Der Satan bekennt auch einen Gott. Der Satan weiß auch, wer Jesus Christus ist. Natürlich ist er in seinem Buch das Wort und der Geist Gottes. Natürlich ist er das. Und? Heißt es, ihr liebt Jesus, weil ihr sagt, er ist der Sohn Gottes? Liebt ihr ihn deswegen mehr als ihr? Ihr glaubt an ihm, aber ihr glaubt ihn nicht. Das ist der Unterschied. An jemanden glauben oder ihn glauben, das ist ein Unterschied. Und deswegen kam der Islam. Satanismus, schöner verpackt. Mehr nicht. Was heißt schöner verpackt? Gleich, Bruder. Gleich, Bruder. Ja, unter dem Deckmüll einer Religion. Weil Jesus Christus sagt, welchen Lohn erwartest du, wenn du nur gut zu denen bist, die gut zu dir sind? Machen das denn nicht die Zöllner? Oder kommt Mohammed und sagt, seid gut zueinander und hart gegen die Ungläubigen? Ja, na, bitte lese, lese, Bruder. Was soll ich lesen? Du wolltest, äh, was lesen? Hab ich doch gerade gelesen. Ach so. Ich habe ja gerade das mit der Bibel gelesen, aber was meint Jakobus, der Bruder? Ja. Satanismus in Form einer Religion. Mehr ist es nicht. Und dann gehst du noch zu einem Stein, der eigentlich Allah ist. Surah 69, Vers 43. Ja, mach ich. Das ist der Vers, ich muss nicht vorlesen, Bruder, ich weiß, was da drin steht. Okay. Und wenn er eine Lüge über uns erdichtet hätte, ist das der Vers. Wahrlich, wir hätten ihn bei seiner rechten Hand gepackt. Nein, Bruder, nee. Alles klar, dann liest, Bruder, bitte. Es ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Genau. Ja, Satan. Danke. Richtig. Richtig. Bruder, was ich dir gerade sagen wollte, ne? Kennst du das, weißt du, dass Jibril angeblich Heiliger Geist heißt? Nein, Bruder, kenne ich nicht. Mir hat gestern ein Muslim versucht zu erklären, dass Jibril der Name Jibril Heiliger Geist heißt. Nee, das habe ich noch nie gehört. Wieso stärkt dein Allah Isar mit dem Heiligen Geist? Ja, das ist Jibril. Also habe ich ihm gesagt, also ist Jibril in Isar drinne. Also ist Isar halb Mensch, halb Engel. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? So weißt du? Haha. Bruder, das ist doch so ordentlich. Ja, es ist natürlich Quatsch. Der Küsschen macht ein Körperküsstchen. Da hat er was. Ja, leist den Stein. Ja. Ja, leist den Stein. Er hat sich als nie was anderes definiert als dieser Stein. Hast du das Video gesehen, Bruder, mal bei Jakobus? Äh, welches? Die Leute in Pakistan, glaub ich, war das irgendwo da? Auch so eine Art wie Kaba? Jaja, sie haben so eine neue Kaba gebaut, ja. Ja, ja, und da war so ein Typ, der läuft einer Frau die ganze Zeit hinterher. Und der hatte einen, du weißt schon, ne? Und so ein anderer Typ, er zieht ihn einfach seinen Pullover hoch, man sieht seinen Dingeling. Boah. Kennst du das nicht? Nee. Warte, Bruder, ich suche das raus, ich gehe jetzt nach Jakobus beim Videos rein. Wie du kennst das nicht, Bruder? Nee, hab ich nicht gesehen. Steine kussen. Siebenmal um Stein rennen. Bruder, schau mal, äh, früher gab es diese, äh, diese Planetenreligion, ne? Mond, Sterne, Planeten. Mhm. Und dieses ganze, ganze Kult von diesen Religionen findest du im Islam wieder. Allah schwirrt beim Morgenstern. Allah ist Herr der Welt. Allah, äh, Allah, Allah, Allah hat, äh, den Mond, äh, auf seine Moscheen gepackt. Ja. 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 Schaut euch den Typen an. Ja. 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 . Ja. Joa. was war das das war ein typ mit frauenkleider nein nein das war ein typ der war in der kabel der folgt die ganze zeit einer frau und der der hat ein ja eine palme wie es in den palmenpenis hatte der genau genau und dann hat einer sein pullover hochgemacht und du konntest einen palmen sehen warte ich zeig dir ja werden oft an der kabel werden auch oft frauen links gemacht frauen missbraucht und angefasst siehst du bruder es ekelhaft ekelhaft der schienkabel probiert so selbst da in deren heiligen städten sind die frauen noch nicht mal ist eine religion wo mohammed die frauenrechte eingeführt die recht vor prügelt zu werden das recht verkauft zu werden das recht atmen zu dürfen wenn der mann ist erlaubt das recht der mann der schleim aus der nase zu ziehen sogar mohammed sein urin zu trinken die check nicht dass diese religion nichts aber auch wirklich gar nichts mit gott zu tun hat das ist ein weißer was aus vielen vielen religionen zusammen kopiert mondkult balkult hubal bis allah schwirrt beim morgenstern allah schwirrt beim herr der welten allah schwirrt bei einer olive allah schwirrt auf einem wahl der die erde trägt allah hat einfach mehrere götter im koran der gott der erde ist der wahl er trägt die erde da kommt noch so ein herr der herr der herr der weltenbewohner hast du eine meldung bekommen bruder nee warum engert was stand da gerade er betet zu mohammed er betet zu mohammed er betet zu mohammed er betet zu mohammed oje oje die armen mueslis restaurante pizzeria weißt du wo ich gerade bin warburg warburg war kommt jemand aus warburg ich bin gerade in warburg kommt jemand näher warburg ich hab hunger waschka bruder der kennt das bild er kennt das bild mit dem imam und mit allah den er in die hand krägt kennt er aber das kann ich nicht sagen sonst werde ich wieder gesperrt 50 kilometer von mir krass oder die haben in ihr live stream so gemisch geleakt und sagt ihr ob man kommt aus duisburg aus duisburg maschallah wusste ich gar nicht ich auch nicht egal sonst aber dann kommt doch wie die legt mich in mein stream warum man so persönlich warum man das bedrohen wir finden dich wir machen dies und jenes mit dir weil die jahre sicario hat bald sein ende wir haben ihn gefunden oder das ist das weil die ja die sagen ja wir sind ja die wahrheit die verteidigen wahrheit mit bedrohungen mit schwert wie hat damals die ägyptische königin gesagt wenn der islam die wahrheit wäre würde sie mit einem buch kommen nicht mit dem schwert richtig richtig und als ob wenn ich weg bin wenn ich weg bin verschwinden ja nicht die sachen die wir zeigen da kommt der nächste und der nächste und der nächste es wird nicht aufhören bis es bis alles friedlich ist wird das niemals aufhören die können ja machen wenn die aufhören über uns zu lügen hören wir auf die wahrheit über ihn zu erzählen richtig und es werden ja immer mehr und immer mehr und immer mehr oder wir christen haben das schon übernommen in jedem live siehst du bei den christen werden die muslime zerstört aussehen ihren eigenen leist da kommt aber der grad und dann darf er nicht mal reden hast du nicht gestern war das letztens wir waren doch mit ihrem leist wo joker mit den kleinen christen da gemacht oder der kleine christ ein kind da dachte er jetzt macht ein kind fertig zeichnen guck mal der einzige der von ihnen reichweite das ist aber abu 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 tadeus abu pinocchio bruder binocchio hat eine dünne lange nase ist nase mit gesicht da ist kein gesicht in der nase nase mit gesicht bruder nase mit zwei augen mund und haaren die sprüche sind aus der unterwelt die darf ich gar nicht sagen mache ich muss ich denke und ich habe verpasst sorry er hat auch er ist so ein bisschen so wie diese geltungsdrang wie taddeus der wisse immer im vordergrund steht und er präsentiert aus seiner nase auch immer so schon oder dies eingeült die grenzen man muss halt mit dem mit dem man muss halt mit dem reizen was man hat und wenn das halt seine reize sind mit dem er halt oder warum kann ich jetzt bei dir in deinem chat nicht ja schreiben oder es gibt auch so was wie nasen bikinis deswegen wird das immer der ist echt böse der böse groß genug wäre sie leute ich muss mal kurz telefonieren ja bruder jacobus 5 mark loch ist legendär bleibt legendär ich wünsche euch gottes segen danke dass ihr da war es hat spaß gemacht so ich höre sie ich würde daran nicht korrigieren und schon bei der sprache fertig jetzt nee aber gibt es im koran steht ja selber dass er auch koran gekommen ist zudem zum bestätigen was da vorgekommen ist also was wäre jetzt wenn in der bibel stehen würde weiß in die sache ist viele sagen wenn in der bibel stehen würde dass wenn etwas herab gesandt wird und das heißt koran dass das wird eine verfälschung sein oder was auch immer meinst du nicht dass es danach die person die es halt in dem sinne herab sendet dass er den namen ändert und sagt nicht dass es koran heißt sondern irgendwie anders das jetzt was ich meine ja was für was vielleicht aber ich hab's ja also man sagt ja koran wurde herab gesandt steht doch in den schriften dass das herab gesandt wurde ja es kann auch in der bibel einiges drin stehen und so und da kann auch drinstehen dass wenn etwas kommt was herab gesandt wird wird und so und mit dem namen ok also mit dem wort koran dass man nicht daran glauben sollte und so denkst du nicht dass es danach nicht mehr koran heißen würde sondern irgendwie anders dass man an einen anderen namen geben würde weil es steht ja in der schrift so geschrieben meine warum sage ich dir das manche leute sagen ja warum hat jesus oder warum hat die und die person ist nicht gesagt wortwörtlich oder hat einen namen genannt dass der und der wird kein prophet sein ja weil die person hätte dann anderen namen gehabt und dann wäre er trotzdem eine prophet also es ergibt halt keinen sinn in dem sinne das wollte ich dir dann sagen wer hat davor gesandt das alte zu berichtigen und zu bestätigen was richtig ist ja aber das thema hat gesagt die bibel ist verfälscht ja das ist ja ein wert davor gesagt es steht nirgendwo dass mohammed ein prophet ist was meinst du irgendwer hat dir gesagt zeig mal wo steht dass mohammed ein prophet ist ich habe gesagt moment hat von sich aus nicht gesagt dass er ein prophet ist in dem moment wo er diesen den koran bekommen hat von alleine und diese ganze szenario passiert ist er hat sich auch nicht gesagt dass er ein prophet was ist ein prophet das was die bedeutung von propheten ist rechtfertigt aber trotzdem nicht wer fehlt das jemand der sich von den genufen fühlt okay ich habe gerade erst zugehört ein sehr starker punkt kannst du mir bitte wenn es geht laut koran zeigen und ab wann ein prophet ein prophet ist welche wir haben explizite voraussetzungen der bibel dass ein profit wo er sterben muss aus welcher familie erst an muss stammen baum das ist alles bei uns festgelegt und kannst mir aus dem koran zeigen weil wenn du sagst vom gott berufen dass das jeder sein nein gibt es koran seine voraussetzung aber ein prophet ein prophet ist im koran ich kenne den ganz kranisch auswendig aber nicht dass ich wüsste ja gibt es nicht und da fragte ich mal warum warum ist in der bibel explizit erwähnt ab wann aber die frage war doch davor dass dieser gregory auf was steht da gregory gregory ausgesprochen ich habe es ein nachhaltig dings der mohammed gesagt dass sein profit so ein profitier einfach jemand der von gott berufen ist okay okay ich habe damit gar kein problem meine ganz einfache frage ist ja warum der koran nicht explizit erwähnt ab wann ein profit ein profit ist weil bei uns in der bibel besteht so wo er sterben muss ein profit welche beweise er bringen muss und aus welcher familie erst an muss auf welchen aus welchen stammort und das erwähnt er das erwähnt der koran halt nicht aber warum nicht ja frag dich mal warum ich weiß ich nicht denkt man immer du musst du immer den müsste wie musste dann der krone sagt ja dass danach kein profit mehr gibt ich weiß ist ja alles gut davor gab es ja also muss der koran jetzt festlegen wann die propheten davor alle geboren sind und gestorben sind nein der zum beispiel die bibel sagt ja die bibel sagt dass ein profit aus dem stamm david sein muss wie jesus es war und ein profit muss noch ein profit ja ein profit muss mit gott persönlich sprechen dass ein profit muss dieses und jenes diese jene beweise mitbringen das erwähnt der koran nicht dementsprechend kann ja jeder behaupten er sei ein profit laut koran weil bei uns wenn das jemand den heute ein profit kommt sei ein profit er aus dem stamm david ist das beweisen kann zum beispiel mit gott rede und seine wunder bringt dann gehen wir davon aus dass er ein profit ist weil wir in der bibel zum beispiel ja die voraussetzungen sehen aber wenn jetzt ein profit kommt sage ich mal wenn es mohammed nicht behauptet hätte er sei der letzte problem obwohl das die geschichte mit er sei der prophet der siegel der propheten das ist ja eine ganz andere geschichte weil das ist ja nicht auch das ist ja so gekommen weil er ja mit damit mit seine heiraten wollte also deswegen ist er zum siegel der propheten geworden ist er ist ja nicht nur ein profit es gibt ja da muss ich da muss ich nicht korrigieren im koran gibt es auch eine voraussetzung dafür aus welcher stamm oder aus welcher blutlinie propheten abstammen müssen oder heute später hinaus weil das prophetentum laut koran wurde an jakob und dann aus der familie david gegeben aus der familie ist hat und er aus dem hause man ist real das bestätigt sogar der koran wir können definitiv alles zurückführen welche propheten absolut eigentlich alle propheten aus diesem stamm hervorgekommen sind und aus welcher aus welchen dieser stämme auch der messias hervorkommen wir also die können das belegen die können das beweisen der koran kann das nicht diesbezüglich weil er keine historie diesbezüglich überhaupt beinhaltet und wir können auch belegen dass die propheten auch wo müssen die sterben lieber bruder abu ziege oder auch kein prophet darf außerhalb jerusalem sterben ganz einfach und alle propheten sind dort gestorben lieber omar und wir wissen dass uns alle bis israel gemeint ja ich verstehe genau und ich will nicht dass wir uns sagen in jerusalem sondern es ist jerusalem und das gibt es ja diese scheinargumente dass jesus jahr auf golgatha gestorben ist oder ja ich weiß ja aber golgatha liebe leute golgatha wo lag den golgatha in den frühen zeiten auch in jerusalem ganz einfach also lieber omar du klingst du scheinst und klingst eigentlich sehr vernünftig lieber omar du solltest dich ein bisschen vielleicht tiefgründiger mit den schriften befassen denn die wahrheit ist wirklich nicht weit entfernt die sehr nah für jeden zugänglich man muss es wirklich nur zu lassen man muss nur ein bisschen weiter denken und weiter forschen dann wird man definitiv zu der wahrheit gelangen liebe leute es ist wahrheit muss einfach nur auf google gehen eingeben bibel dort kommen dann kannst du ich lesen die wahrheit zum beispiel ja man kann es man kann es ja vergleichen und analysieren also von daher spricht es bände von daher kann man gar nicht drum herum kommen außer man verschließt sich definitiv von der wahrheit dann sagt man ich will das nicht wissen dann ist es auch seine eigene entscheidung das ist dann meines erachtens nach auch legitim wenn einer sagt ich will dieses jenes nicht wissen ich habe meine entscheidung entworfen das ist auch legitim das ist dann natürlich sein leben lieber hast du auch den koran jetzt mal tatsächlich einigermaßen studiert oder gelesen überhaupt studiert nicht gelesen schon gelesen schon jetzt ja schon ja ich meine das wird wenn ich studiert sage dann heißt es eigentlich dass man sich mit dieser und jenen soren wo man gelesen hat auch befassen wo das ist eigentlich das ganze was studieren heißt weil wenn man einfach durchliest und nicht resultiert was da damit gemeint ist und so dann ist es eigentlich auch nicht einmal lesen das ist einfach übergehen ja versuchen auf fünf fall schauen wo man zweifel erhebt und so genau wo man das ist ja eine übersetzung wo man halt auch wo man manche sachen nicht versteht also ist ja am anfang kommt anderes ein anderer wortschatz bei diesen heiligen büchern als von einem deutsch buch aus der neunten klasse oder so aber also so versteht sich mein aber auch vom kontext halb ja weißt du es ist halt etwas gutes beinhaltet bei den muslimischen schriften ihr habt ja die gelehrten wir sind ja die sind ja auch offen zugänglich und von daher wenn du jetzt die hadith und die tafsiere dazu hinzu ziehst dann brauchst du keine 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 anderen interpretationen mehr denn tafsir heißt eigentlich entschlüsselte übersetzung oder erläuterung und das sind die die gelehrten niveau überall in der muslimischen welt in der somitischen muslimischen welt anerkannt sind und von daher die kannst du ja selber öffnen und das leben sie im café und genau wie schon die eigentlich weil das dann draußen dann braucht auch keine anderen leute hinzuziehen oder zu befragen weil viele werden definitiv dieses oder jenes leugnen aber die gelehrten von damals die sind wie gesagt überall anerkannt und dann ließ sie doch und dann wirst du absolut zur wahrheit gelangen allein durch diesen tafsieren weißt entweder nimmst du sie so an koran werde ich zur wahrheit gelingen oder wie richtig weil da ist dann deine logik gefragt und denn wie ich da also dein gewissen das ist dann gefragt als mensch weil wie gesagt ich sind auch sehr gut eindeutig wiedergegeben diese entschlüsselungen und dann musst du als mensch nachdenken kann das glücklich sein kann das gut sein und dann wie gesagt das bleibt dann hier und deinem gewissen übrig weil normalerweise ein mensch der ein bisschen gewissen hat wird sagen das kann ich nicht mitmachen und das kann ich daneben was denn zum beispiel allein die suri 65 reicht schon vers 4 das reicht schon also meines Erachtens nach ja ja aber meines Erachtens nach das ist eines der wenigen aber das reicht schon was steht denn da mit den drei monaten mit dem mit dem damit dass man dass man kleine mädchen stehe sogar mädchen ja da steht keine mädchen omar ja steht frau omar nein aham bitte entschuldige mein bruder in der fähr steht frauen in surah 65 vers 4 steht das wort frauen jetzt habe ich mal eine frage omar wenn ich ich gehe jetzt nicht auf den propheten nicht ein ganz anderes beispiel wenn ich mit 50 ein sechsjähriges mädchen heirate ist es meine ehefrau oder mein ehekind ehefrau richtig deswegen steht in surah 65 vers 4 auf frauen weil das ja die verheirateten frauen sind und nicht die verheirateten kinder es ist ja klar sehr gut sehr gut ausgeführt ist richtig aber wenn wir wenn wir dann den tafs 4 von einem café dazu hinzunehmen er sagt klipp und klar das sind kleine mädchen eben k4 koto beta bari und eben abbas al jala line ihre an kinder kleine kinder und die die gelehrten von den sunniten heutzutage die gibt es auch offen zu sagen da steht nirgends wo sagen wir mal dass es erst ab da und da und da geheiratet werden darf die sagen sogar ab dem ersten monat darf man diese kleine mädchen verheiraten also da gibt es kein wenn und da war liebe freunde also von da ich sage allein jetzt hier so recht für mich schon aus zu sagen hey das geht gar nicht das kann nicht glücklich sein also nicht missverstehen lieber omar wie gesagt da bleibt es natürlich an einem an dem gewissen eines hängen macht es ein gewissen nicht mehr mit oder nicht deswegen sage ich es würde schon reichen wenn man die tafs ihre diesbezüglich lesen sollte dann wird man das definitiv verstehen und resultieren können ist das jetzt wo dieses böse ist das richtig oder falsch als ohne wenn da war das will ich damit sagen dann weil ich sie nur dass wenn die frauen ein alter erreicht haben also zum beispiel wenn ich den verso auf google schaue steht da die noch gar nicht die noch nicht gehabt hatten und in meinem koran steht die keine monatsrötung haben also da steht die die halt nicht mehr haben also ältere frauen hat welche übersetzung liest du welche deutsche übersetzung vom koran frank budenheim also max hennig ist ein bisschen fragwürdig aber da gibt es auch über ich habe max hennig ich habe die hennig übersetzung da steht hatten also kommt darauf an ob es über überarbeit wie heißt das überwerb wie ja aber auf arabisch du kannst ja auch habe ich auch meine wortstudie machen und lesen ich finde den koran sollte man allgemein auf arabisch lesen weil die übersetzungen alle sehr schlecht sind das ist richtig im arabischen klingt alles total härter und und aggressiver also muss man schon sagen die deutsche übersetzung ist sehr 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 humanisiert im englischen ist es noch einigermaßen einigermaßen gut übersetzt auf englisch oder alles was mit islam zu tun hat ich lese nur auf englisch ich lese nichts mehr auf deutsch weil die deutschen übersetzungen sind so eine takia übersetzung richtig kannst du kannst du gar keine übersetzung nehmen auf englisch auf koran.com findest du zum beispiel die haben in dort ins deutsche rohe kudos heißt der heilige geist wir haben heilige geist als jibril übersetzt gabriel brachte gabriel sagt aber auf arabisch steht ruch 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 und einer der übersetzer hat man gesagt in ein interview wir haben das als gabriel übersetzt damit es nicht zu sehr nach der bibel klingt mit heiligen geist da siehst du schon aus die machen ja ja aber es sind kommen zu haben kommen ist glaube ich die gleiche webseite wie koran also die gleiche ist oder punkt kommt wird von darus salam also von der universität betrieben das kann man auch die haben der seite lesen also kuran.com weißt jetzt nicht um was geht also was genau aber ich weiß dass man kommt hat sehr fragwürdige übersetzungen wo man aber weißt aber zugunsten zu euch für euch nicht zugunsten der der den islam kritisieren möchte weil sie haben das kann ich dir beweisen ein hadith wo die schwarzen für die hölle erschaffen wurden haben diese übersetzung als hassan eingestuft aber liest du das arabische da steht sahih wir haben einfach runter gestuft in der übersetzung die übersetzungen sind immer so voll für sich aber lieber amal wir haben ja die brüder die wo arabisch perfekt können weil sie auch in arabien leben dort aufgewachsen sind wir haben auch teils sogar viele arameer die wo nicht einmal mehr aber nicht sprechen können sondern arabisch absolut als muttersprache haben also die die kennen dir den ganzen koran wirklich wort für wort buchstaben für buchstaben übersetzen also von daher da kannst du es drehen und wenn du kommst nicht drumherum die wahrheit zu finden und zu erfahren da kommst nicht drumherum mir ist ja es gibt doch viele falsche interpretationen habt ihr sachen geschrieben und behauptet das sei von allah das kritisiert allah im koran an die christen aber was da muslime gemacht mit dem hunderten übersetzung aber sagt im koran ihr habt durch falsche interpretationen sachen geschrieben und hat behauptet das sei von allah das ist was ich schon mal diesmal 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 und dann gucken wir mal ob das die muslime oder wir gemacht haben da steht die christen das steht nicht mit interpretation so wie ich weiß was ich will es auf deutsch finden weil vielleicht steht ja was anderes da steht ich war bis 79 3 8 und 8 und wir denen die das buch mit ihren eigenen händen schreiben und dann sagen dies ist von allah und darf ja wir sagen wahrlich eine das ist ja nicht erlaubt das ist ja nicht erlaubt den deutschen koran also das buch wort von allah zu nehmen ok ok sehr gut diesmal suche 3 vers 78 und wahrlich eine gruppe von ihnen verdreht mit seiner zunge die 78 und wahrlich eine gruppe von ihnen verdreht mit seiner zunge die schrift damit ist für damit es damit ihr es für zur schrift gehörig haltet wasser was machen die muslime mit ihren ganzen falschen koran übersetzung auf deutsch sie verdrehen die worte mit ihrer zunge damit wir es von allah halten weil die ganzen deutschen 80 prozent der muslime können kein arabisch sie sind abhängig von den worten die sie übersetzt haben und der koran kritisiert genau sie weil sie zum beispiel das mit gabriel schon mal verdreht haben im koran die haben aus ruhe kudos gabriel übersetzt liest mal auf arabisch das steht über ruhe kudos das heißt der koran kritisiert sie und nicht uns das musst du dir mal vorstellen im raum geht es ja nicht nur um küssen da sagt ja nicht und da sagt ja auch nicht auch gut getaub oder die er von johann doch suche 3 vers 78 geht um die juden und christ wenn du den tafsir von lieben k4 ließ dazu bei eben k4 niemand kann die worte von allah ändern allahs worte bleiben so wie allah sie hat gesandt hat torah und injil sind nicht von fälsch laut eben kapitel 378 war dennoch jetzt wie er noch mehr warte jetzt hast du das mit torah und injil genau so 3 vers 78 handelt von torah und injil ja doch immer steht jetzt was er nicht und was er sagt es klipp und klar sogar torah und jill werden absolut mit dem namen genannt ja aber wo steht es dass das nicht passiert im tafsir bruder im tafsir von lieben kaffir kannst du jetzt gerne nachlesen ich habe das auf koran in koran x.com habe ich das eingegeben so 3 vers 78 da steht bukhari sagte eben abbas sagte niemand kann die worte von allah ändern torah und injil bleiben so wie auch alle sie abgesandt hat dennoch fügen sie durch eigene interpretationen sachen hinzu und behaupten das ist von allah das heißt nicht dass sie die schriften verfälscht haben die urschriften sondern sachen um interpretiert haben und behaupten haben das ist von gott und genau dasselbe das genau dasselbe machen ja die muslime mit ihren eigenen interpretationen der deutschen übersetzung wo indem sie roh el kudos übersetzen als jibril was nicht im arabischen so ist damit es nicht nach der bibel klingt wie gesagt ist ja falsch genau überprüft natürlich ist das falsch aber der koran kritisiert das überprüft alles was ich gesagt habe wenn jemand ein zweites handy hat macht auf koran x.com darfst ihr lieber einen kaffee suche 3 vers 78 da steht wort für wort das drin was ich gerade gesagt habe tatsächlich diesen vers habe ich bestimmt hundertmal schon dort gelesen und hier gezeigt absolut richtig lieber abu möge gott dich reich belohnen absolut richtig ausgeführt möge gott uns alle segnen amen auch unsere lieben lieben muslimischen brüder und geschwister hier schreibt einer wendet euch an die schriften christen und juden ich kann den namen nicht lesen liebe leute kann denn jemand lesen abu ibn bum 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 okay sparta bruder der friede des herren sei mit dir vielen dank gott sehen dich bruder umar jetzt haben wir fragen gestellt hast du denn keine frage und du bist der erste muslim der keine frage hat über das christentum richter noch fragen sich fragen so nicht aus zwang wenn du eine frage hast die dich beschäftigt und du willst wissen warum das so ist oder so ist dann kannst du ruhig fragen weil es nicht ist auch nicht schlimm jetzt kommt mir etwas in den sinn tatsächlich haben onkel ist natürlich sehr wissen bezüglich den schriften und so und meine kungsans waren damals noch jung so 13 14 15 und so und 16 und jedes mal wenn sie mit dem vater im auto gekocht sind und wenn keiner geredet hat dann hat mein onkel die angst hat er sagt stellt mir doch fragen was ist los mit euch lieber omar hast du schon mal vielleicht ein bisschen die bibel gelesen ich habe eine elbers felder übersetzung und schon mal schon reingeschaut aber ich würde nicht sagen was ich gelesen habe lieber omar ein normal denkender mensch sollte von den vor den schriften keine angst haben denn angst ist kein guter begleiter des menschen wenn man angst hat lieber omar kann man sich nicht entfalten wenn man angst hat wird man es ist ja keine angst vor der bibel ja aber du weißt schon was ich meine allgemein man sollte vor den schriften sich nicht fürchten und wenn man vor der wahrheit sich fürchten oder entziehen sollte dann wird man definitiv viele falsche wege beschreiten im leben das ist nicht liebe leute keiner sollte angst vor den schriften haben wir haben auch vor dem koran keine angst warum weil wir sollen ja prüfen also und warum soll ich mir nicht ein buch nehmen und daraus lesen zu schauen was ist das hat es kann mir nur ein bisschen vielleicht dabei behilflich sein dass eine oder andere mehr oder weniger zu verstehen ich meine es ist doch wichtig zu verstehen zu begreifen warum der eine oder die anderen anders sind oder anders denken kann da vielleicht eine wahrheit da drin sein kann das vielleicht auch der richtige weg sein liest doch darin du wirst ja nicht gezwungen du musst ja nicht unbedingt jetzt sagen weil du jetzt darin gelesen hast dass du sagst ja jetzt bin ich ein kater oder so ist ein quatsch kein kuffer wenn man bibel ist naja aber aber ganz ehrlich ich meine seit 1400 jahren halten euch die gelehrten dafür davon ab wo für diese gelernt die bibel zu lesen doch die sagen die ist gefälscht also liest nicht darin und um die sagen doch 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 lieber bruder dann sagen sie ja dann sagen sie auch diskutiert nicht mit den leuten der schriften diskutiert nicht mit denen warum sollst du mit mir bitte nicht diskutieren lieber mal wenn sie miteinander diskutieren käme doch voneinander profitieren oder was heißt kann ich bitte sehen wo das gesagt abu zige vielleicht dass du das bei dir parat ja erzähl mal oder aus da wo gesagt wird er diskutiert nicht mit den leuten der schrift ist das hadith oder koran ich glaub das ist ein hadith nein du sollst mit den diskutieren aber auf betta am beste art und weise ja so sohn hat die vom schock gelesen na nur also du sollst mit ihnen diskutieren aber auf bester art und weise und das macht ja haben die immer also er liebt sein propheten also wenn er debattiert und nur auf bester art und weise bruder dann haben wir uns irgendwie auch missverstanden es gibt doch einen links diskutiert nicht mit den leuten also streitet nicht mit den leuten der der schriften also surah 29 vers 46 steht und streitet mit den leuten der schrift auf die schönste weise nur außer mit denen die übles tun zu trennen da verricht so 29 46 also ich habe nicht also ich habe noch nie gehört dass man hat ja ich auch noch jungs ich muss ja mal schauen wo das wo das ist und ich habe doch nie gelesen dass die moslems die bibel nicht lesen dürfen es wird davon abgehalten in die fern denn was ist abgehalten schau mal hier wenn ich wenn ich sage dieses schriftstück ist gefälscht wirst du dann wirst du dann darin bestärkt werden das zu lesen wenn mein gelehrter wenn mein vater sagt du das ist ein dämonisches buch und ließ nicht darin oder nein oder ich meine ja nur oder ist es gefälscht wirst du würdest du dann darin lesen ich glaube das ist ja von den menschen dann ob die stolz beiseite aber du verstehst schon was ich sage wenn die gelehrten sagen die bibel und die toren sind gefälscht und wirst du dann darin bestärkt das zu lesen nein mit sicherheit nicht denn dann ist es ja für die schwachung sollst du etwas gefälschtes lesen glaubt ja auch nicht dass der koran mordgottes gibt es ja auch genug ist das wissen wir wegleiten lassen aber das hängt ja am menschen dass es steht es ist ja nirgends so dass wir das nicht lesen dürfen oder nicht lesen sollen noch einmal wir sagen wir sagen der koran ist nicht das buch gottes aber trotzdem lesen wir darin damit ihr auch verstehen wieso warum dieses und jenes nicht richtig ist oder oder doch richtig sein könnte aber wenn bei euch schon von anfang an von anfang an gesagt wird der koran und den teams sind entschuldigung altes testament und den deals sind gefälscht warum sollst du dann in einem gefälschten buch bitte forschen oder nachschauen macht ja keinen sinn bei monat ist gerade mal mit wieder mal in der bibel ja aber das ist ja wieder an die menschen abhängig es wird ja trotzdem nicht gesagt dass wir das nicht dürfen nur abgeraten wird aber die verstehe was zu sagen seit 1400 jahren seit 1400 jahren traut sich kein moslem eigentlich in der in der heiligen schrift oder in der bibel oder in der torah nachzulesen nein also ein muslimer der gelehrt in der bibel ist so mal so nicht nur nicht nur gelehrt sondern tatsächlich sich die bibel genommen haben und zu lesen schon mal mein lieber in den muslimischen ländern gelesen hat es auch schon was auch mal roma in den muslimischen ländern ist sogar bis heute die bibel verboten dass muslime sie haben und sie lesen dürfen nein das ist nicht falsch natürlich das ist ein fahrt gehen wir mal in ein muslimisches land und und verkauf mal biebeln öffentlich was hier ist ein muslimisches land es gibt 53 oder 54 länder gehen geht ein was heißt was heißt was ist für die muslimische land ist ein muslimisches land ja richtig in türkei kann ich gerne bibel verkaufen den kurs so kann ich gerne biebeln verkaufen in bosnien kann ich gerne biebeln verkaufen ich weiß nicht worauf so hinaus willst du viele weiß wie viele in kurs zu rohnen in den islam hetzen und nichts passiert auf je und nein in der türkei darf so öffentlich die bibel nicht verkaufen gehe als kürz und verkaufen eine bibel öffentlich gehen als kürz soll man die bibel doch sowieso nicht verkaufen habe ich mal gehört oder das stimmt also das stimmt absolut nicht wir sollen nicht damit geschäfte machen das ist was anderes aber wenn ich eine bibel drucken tue und die kostete hat mir die druck 10 euro kosten dann kann ich doch die 10 euro verlangen oder sonst sonst geht das macht ja keinen sinn also von daher von daher glauben wir gehen die arabischen länder gehen die muslimischen länder und und als christ verkauft die bibel öffentlich da wirst du gesteinigt aber ich habe doch nie gehört dass türkei bibel nicht verbietet schau mal her bruder schau mal her türkei türkei war ja bis nicht einmal vor 100 jahren 40 prozent die karte sogar 22 bibel beschützt war alte finde auch zu nach so das hat ja damit nichts zu tun bis vor 100 jahren hat man war die nein war die türkei 40 prozent christlich geprägt 40 nicht 440 waren bis vor 100 jahren im osmanischen reich bis vor 100 jahren ja gut ist das osmanische reich hat ja noch nicht alles sagen wir mal niedermetzeln können das wird er ja auch nie schaffen können wir haben die ja eh nicht versucht aber okay ach nee was 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 verstehst unter niedermetzeln unschuldige menschen in massen umringen aus und man mit dem koran stützen das hat er ist was hat der islam 1400 jahre getätigt die mittleren aus den arabischen gegenden ist eigentlich dato was hat er gemacht heraus heraus erklärt er zeit kommt hau raus jetzt denkt man nach die sie haben wir denken was haben die türken im balkan gemacht ich hätte es so oft als albaner was in welcher wanner seien tippen haben uns abgemetzt und so sein unnötige propaganda fragt fragt die christin nicht die muslimischen es gibt doch die wohnen in albanien viele christen und die die leben doch seit jahrhunderten noch da das hat er keine achten sie was war nach scander bio gab es als strengere kontrollen dort also da wurden wir nicht schon mal das ist ja auch 700 jahre lang gewesen da gibt es ja auch viele verschiedene herrscher der ganze mittlere osten auch nordafrika auch ägypten auch türkei das waren alles 100 prozentig christen ok jetzt kommt der islam 1400 jahre danach wie viele prozent christen lebenden in ihren eigenen ländern in ihren eigenen abstammungen wie viele prozente leben noch dort als christen kannst du mir das vielleicht sagen zahlen lügen nicht und der islam ist nicht mit blumen und frieden gekommen sondern genau umgekehrt mit zwang und schwert das ist nun mal ein fakt wer hat den kursor an den christentum durch europa gebracht ja wer konstantin wer nein konstantin hat es als staats wie konstantin hat es als staatsreligion ausgerufen ja aber das christentum ist nicht durch das schwert gekommen absolut nicht nein es wurde als staatsreligion anerkannt von konstantin den großen das ist richtig weil überwiegend alle nach und nach christin geworden sind von alleine mein lieber freund und im islam ist es genau umgekehrt im islam ist es anders wert durchschwert so wie viele christen wie viele christen leben jetzt im mittleren osten und in den arabischen ländern und den aus in den muslimischen ländern als christen kannst du mir eine prozentzahl sagen ungefähr was vor bis vor 100 jahren waren 40 prozent christen allein in der türkei jetzt nehmen wir jetzt nehmen wir aber alle muslimischen länder auch zusammen das ist ja egal prozentual was meinst du was ja wie viele länder sagst weiß ich nicht was es sind 54 es sind circa 54 muslimische länder auf der auf dieser welt wo muslimisch geprägt ist bosnien nein bosnien gestern ist gestern muslimisch geworden gestern das war gestern nicht heute nicht vor 200 jahren kosovo ist auch gestern muslimisch geworden vor 30 jahren vor 30 jahren ja vor 30 jahren ja mein opa ok hör zu 30 jahren ist es als staat überhaupt als als staat anerkannt nicht einmal von mein bester ich kenne ich kenne diesen laden nicht und hobern ist nicht hier weißt du deswegen es macht keinen sinn darauf einzugehen alles gut dann stelle irgendwelche fragen oder was auch immer ich bin hier stummen warum warum seid ihr keine kristen wollte in die hölle gehen oder was warum bist du kein muslim ich sag so straight antwort von mir auf kurz und knapp die torah war in den händen von propheten mördern tik tok sportlich sorry und prophetentherapie therapeuten du weißt ja nicht was gott über die bernie israel sagt da stehen meiner meinung nach klar und deutlich liegen zum beispiel dass salomo götzendienst vorgeworfen wird salomo propheziehen mit david zusammen dass das rechtschaffende leute sind bei uns sind sie propheten ich weiß nicht wie es bei euch ist david ist eigentlich ein prophet im neuen testament wird das erwähnt das lügen über propheten stehen dass david krieg macht weil eine frau will dass salomo götzendienst macht und sich vor statuen niederwirft das sind rechtschaffende menschen wo wir sogar sagen dass den propheten nennen für mich zeigt das klar und deutlich ich weiß euer konzept von propheten sind dass die sündigen etc bei uns ist es nicht so und für mich macht es einfach viel mehr sind ja eine weise und auch ja wieso steht im koran das mohamed ein sünder war das steht da nicht so sogar 48 vers 2 hat man nicht ja man hört sich im buchadi steht dass das so nicht sind nicht er sagt ich bin nicht der koran ich weiß ich weiß aber diese phase müsstest du dann anders interpretieren ich habe jetzt leider auch kein tepsil ich werde das versuchen aus dem kopf zu machen weil ich kann ja die prinzipien dass unsere politik sündigen 2 wenn du schon wenn du schon wenn du schon vom buchadi sprichst also dann gibt es hat die sogar die sagen dass er mehrmals um vergebung beten muss dabei ist okay dass ich mal erstmal den koran ist ja alles klar dass der prophet für uns ein vorbild ist und das macht was meinst du 42 48 vers 2 ok diesen vers kenne ich in meiner zum beispiel in meiner übersetzung hier steht in klammern sende das sind das ist eine sache die propheten machen können zum beispiel ich habe leider türkisch bruder ja ich werde das ein damit auch die zuschauer für sich selbst mitlesen können ja dann ist es keine interpretation also hier islam.de es ist nicht mensa.de das ist keine christentum.de sondern islam.de so hier steht damit die allah oder ich lief mal für das 1 ja gewiss wir haben dir also allah spricht dort zum hamit gewiss wir haben die einen deutlichen sieg verliehen keine panik damit dir damit die allah von den sünden vergebe was vorher war und was später sein wird und damit er seine gunst an dir vollende und dich einen geraden weg leite warum sagt allah dass muhammad in der vergangenheit sünden hatte und das auch in der zukunft sündigen wird wenn propheten nicht sündigen damit sagt man einfach dass allein seine fehler verzeihen hat wenn er ihn nicht zu einem propheten gemacht hätte und ihn nicht recht geleitet hätte so ist die antwort hier steht nicht du musst wissen auf arabisch steht da auch sind ja nicht es gibt auch eine sache über propheten man sagt sender okay das ist du würdest sagen auch wenn es dort steht wird es anders interpretiert weil der prophet selber sagt dass er bei allah nicht sündigt verstehst du wenn das so was ich bin ich bin aber damit bin keine sünden gemeint doch damit sind eine wie soll ich das erklären wurde leider habe ich kein interessiert aber ich die wissen ja als muslime dass unsere propheten nicht sündigen verstehst du das ist ja ein grundsatz an denen wir glauben das heißt es ist aber nicht mein problem du musst erklären warum ich weiß du hast panik bekommen ich bin nett wenn ich das nicht bin oder genau wie du erklärst dass jesus nicht zum vater bett also nicht sich selbst anbietet genauso können wir das ich will ganz kurz was sagen ich warte bis menschen fertig ist genau er hat ihn gemacht hätte und machen würde ohne dass er ein recht leiten würde verziehen dann halber halber bittet hier steht sünden vergebung sünden vergeben dass hier steht nicht fehler hier steht nicht fehler und seit wann vergibt man fehler fehler vergibt man nicht fehler sind fehler dieses schon passiert hier steht sünden vergeben wozu braucht der sünden vergebung wenn er sowieso nie gesündigt hat und nie sündigen wird darauf sollst du antworten hast du mich gerade gehört als du warst auch stumm ach so ja ich gehe mal kurz in den tepsit bei mir gucken okay alles gut flex ist dran also ich wollte nur kurz was sagen also vorhin hat er gesagt ja es gibt ja hadith wissenschaft also leute hört gut zu hadith wissenschaft hat er gemeint die sonne ist unter gottes thron so leute eine sache wollte ich euch nur mitteilen gott ist unerreichbar damit wollen sie sagen dass gott genau da ist wo die sonne ist und das gibt es nicht weil gott ist unerreichbar ich dachte die flucht war ja flex ich rede einfach dann darüber weiter was meintest du gerade hast du gelacht und sowas ich habe nicht gelacht ich dachte ich bin doch alles gut gerne bei mir gibt es nicht diese abhauen abhauen wenn ich etwas nicht weiß ich sage ich weiß ich bleibe für mich ist es nicht beschämend aber wir haben sowas magisch man muss einfach ehrlich sein weil ich weiß auch nicht alles was du willst du sagst nicht mal gucken lieber ich rede gar nicht jetzt ohne wissen zu reden weißt du aber flex ich verstehe deinen punkt nicht mein bester hast du hast vorhin was gesagt und das ist eigentlich ein knockout ein kompletter lockert was gesagt ist die sonne unter gottes thron wenn ich mich erinnere das ist ja ja das kommt nicht von mir jetzt ist ruhig jetzt aber man egal jetzt mal der ruhig naja auf jeden fall wenn du die antwort nicht hast alles gut nächstes mal kannst du gerne die antwort bringen wenn du sie hast ja wir können gerne thema wechseln welche antwort reden na das mohamed gesündigt hat also sich der kliff und ich war gerade eigentlich dabei im test nachzuschauen aber flex hat dann sich wieder zu wort gemeldet weißt du deswegen wollte ich hier darüber weiter reden menschen macht macht dann weiter über dieses thema reden wir ein andermal ich will euch nicht stören menschen ich wollte halt nur dieses statement geben bei das was er gesagt hat und das war ein knockout in sich absolut genockoutet weil sonst würde ich gerade auf den boden okay dann frage ich dich jetzt du hast vorhin gesagt es gibt ein hadith die sonne ist unter gottes thron hast du vorhin gesagt richtig das heißt also da wo die sonne ist da ist auch alle weil die da wo alle ist ist ja auch die sonne so willst du ich bin nicht wie diese hadith liebe oder wie die auch heißen haben die und so weißt du die sagen dass allah über seinen thron sitzen würde mit seinem wesen wie sie so wenig nicht deswegen macht es gar keinen sinn dass du sagst die sonne geht wortwörtlich dahin wo gott ist das hast du gerade eben gesagt ich habe das mohammed gesagt hat also da wo der tod ist da ist auch die sonne ich ist der drohen gott warum sie du hast mir nicht verstanden redet dass die sonne zu gott geht und gott ist ohne gott ist unerreichbar sorry wenn ich dich unterbreche aber gott ist unerreichbar ist absolut unabhängig genau da hast du recht von hier vom weltlichen oder was auch immer von raum und zeit alles unabhängig so ist der thron auch nicht unter der sonne dankeschön du hast es bestätigt der thron bitte flex jane komm macht dich nicht lächerlich bruder das ist wie gesagt habe ich gerade du hast dich schon lächerlich gemacht habe ich nicht absolut nicht wirklich wie ich mich lächerlich gemacht wenn ich mich lächerlich gemacht hätte ich würde wirklich sagen guck mal ich habe mich lächerlich gemacht okay ich sehe auch zwischen euren debatten du machst dich mal lächerlich da macht sich da haben die mal lächerlich da macht sich der liebe zu menschen erklär mal was ich gesagt habe bitte weil er versteht nicht worauf ich hinaus will bitte menschen erklären dass man nicht absolut oder ich erkläre es dir als dritte version die sonne geht unter den thron gottes jetzt habe ich dir erklärt dass es so metaphysische metaphorische sachen gibt wie zum beispiel dass die sterne ist so gut machen sollte da machen dass die bäume sich vor gott bücken aber wir gucken auf die bäume bücken sich die bäume machen sie es hätte der wie wir nein das heißt das ist metaphysisch anders zu verstehen was ist daran jetzt bitte einfach jetzt muhammad muhammad hat aber nicht gesagt das ist metaphorik muhammad hat gesagt die sonne geht unter einem warmen wasser und damit ist dieser hadith den du genannt hast da geht es um etwas ganz anderes warte dieser hadith den du genannt hast ist ein ganz anderer dies das hat nichts mit dem thema zu tun was ich vorhin angesprochen habe und das ist das was ich gemeint habe die hadithe widersprechen sich selber um fertig die hadithe wurden von menschen überliefert welche auch fehler machen können flex das ist also hat der koran dann fehler dann gemacht der koran fehler die gelernten sind doch darum alles auszusortieren freizugeben für uns richtig zu erklären diese dinge haben wir alle miteinander zu tun es gibt zum beispiel den hadith von einer jarie und rasulullah fragt ein allah aber es gibt andere version wo es gibt andere also du hast du hast gerade eben bestätigt die ja ja also was du hast ja gesagt die hadithe nein das problem ist eure religion ist einfach verwirrend plus nicht das wort gottes warum 150 100 150 jahre später bis 300 jahre später kommt einer um allah zu korrigieren das ist schon ein knockout in sich dankeschön nein flex du kannst danke schon sagen schnell reden laut reden wie du willst es ist absolut kein knockout ich sehe immer noch nicht wo es ein knockout für mich ist wenn ich mich selbst bei mir als ein prophet hat klar und deutlich gesagt guck mal das ist das problem bei euch ihr könnt nichts zugeben tafsir jelelein ibn kathir wahaddi sogar ibn taimiya ibn taimiya alle anderen gelehrten alle anderen gelehrten sagen die sonne geht unter einem warmen wasser du bist der einzige der sagt das habe ich dir gerade alle aufgenannt schlag die tafsir auf von dem was ich dir gesagt habe zwei drei tafsir mit direkt im internet da kommst du nicht weit bruder die damen schilder ja genau genau die lehrten kathir lehnst du lehnst du ibn kathir ab äh nee guck mal ja also also lehnst du ibn taimiya ab lehnst du ibn taimiya ab warum nimmst du ihn nicht das ist sahih das ist einer euer groß alter hey das ist ein knockout aller egal es gibt gelehrte von dem man nimmt ibn taimiya ist eine kontroverse figur er hat sehr vieles auch richtig gesagt aber er sagt proversen sachen über ihn ist okay nimmst du kurthobi nimmst du kurthobi an allahualam habe ich noch nie gelesen ich nehme fahrrad in al-razi ich nehme fahrrad in al-razi ich nehme ibn hajar al-haythami ich nehme tafsir mäßig muhammad genau guck mal du hast jetzt du hast jetzt gerade bewiesen dass ihr eure religion so bastelt so wie es euch passt um du brauchst nicht bumm sagen du kennst dich damit nicht aus wenn du mal vom heute ist besser wie du auf jeden fall wenn du mal vom heute stehen würde dich auslachen mein bruder ganz einfach ich meine das nicht böse ich habe zwei monaten debattiert ich habe ich habe vor zwei monaten debattiert der hat ein sahih authentisch eine authentische quelle hat er einfach gegen die wand geschmissen hat gesagt ja das widerspricht aber den koran sahih moslem der schmeißt das gegen die wand also bitte erzähl keine geschichten hier bitte bitte erzähl keine geschichten bitte laut rumbrüllen flex es bringt alles nichts das bringt eine stimme ich würde ich bin ich rum das ist meine stimme alles gut aber auf jeden fall es ist ja nicht böse gemeint kalima ja es ist echt nicht böse gemeint aber ich will dir nur eine sache sagen mein lieber jesus christus ist die wahrheit er ist das wort und sein wort hat gewicht aber wenn jemand in jerusalem da wo euer gott ans kreuz gekreuzigt wurde und da geht ein reisender vorbei und er sieht ihn er würde denken der arme gerne er wird über deinen gott denken der arme weißt du was ich meine eine bringt mir nichts bei wenn ich das war der das war der plan gottes das wir kommen von thema weg also kalima also flex hat die die antwort gegeben das ist jetzt geklärt ich würde gerne auch über jesus reden weißt du ja ja ich würde sagen dann bin ich auch unten sonnenthema auf jeden fall ja der denkt er hat ahnung mein bruder der sagt religion ist sehr verwirrend der grund warum es so scheinen mag ist weil wir als laien in gelernten werken reinschauen zum beispiel hast du hier buchhari komplett übersetzt jeden hadith hast du für dich du hast keine ahnung mit welcher absicht der autor das geschrieben hat warum er vielleicht einen kontroverseren hadith reingepackt hat warum er vielleicht sogar hat diese reingepackt hat die erfunden wurden den du aber liest und sagst ja was auch immer du dir darauf bildest wenn er diese dinge sind kompliziert du musst dir vorstellen buchhari hatte seine hadith sammlung das hat er nicht dass wir nicht übel nimmst mir nicht übel aber du widerlegst deine eigenen gelehrten also erzähle keine geschichten bringe eine quelle bringe eine quelle die das widerlegt was du sagst weil du redest schwachsinn sorry weil jeder jeder cellophie ganz kurz jeder cellophie der dir zuhört würde sofort sagen du bist ein käfer ich hole ich hole ich hole achmad hier rein der wird sofort sagen du hast deine religion verlassen es ist einfach so du bist ein offiziell ein käfer und warum warum hat bin ich ein käfer was habe ich gerade gesagt hat man muss immer zu machen lassen zu machen bitte weil das hat kein logik in seinem kopf alles gut alles gut alles gut alles gut ja lass mich noch einsatz zwei sätze sagen ganz kurz kurz was er gesagt hat wegen mir ganz ehrlich das ist einfach nur lächerlich was hier gerade abgeht eben bei mir ist einer deiner ältesten tafsiere von denen ihr bruder dankeschön bruder ist eine sekunde eine sekunde eine sekunde eben time mir ist einer der ältesten tafsiere die ihr überhaupt im islam habt als manuskript ihr habt ihr bruder dankeschön bruder ihr habt die weben ich habe nicht mal eben ich scharg als manuskript ich habe ihr habt nicht mal al-bukhari das ist mal das ist ja nicht mal ja moment ihr habt ihr habt nicht mal sein moment bruder hey bitte warte doch mal kurz bitte lasst man lassen aber kein argument ist das euer heftigste wenn du sagst dass das kein argument ist dann tust du damit indirekt eigentlich zwischen den zeilen sagen dass eure gesamten schriften einzige katastrophe sind weißt du warum eben time mir ist einer der ältesten manuskripte die überhaupt auf papier habt und eiskalt hat er gerade oder vorhin gesagt ich lehne das ab nehme ich nicht an du bist ein käfer offiziell ist die wahrheit leider du bist ein käfer sorry du kannst so oft käfer sagen wie du möchtest vielleicht ist du bist ein käfer du lehnst das ab ich habe euch verwechselt aber auf jeden fall ich finde wir sollten das thema zu machen weil das fügt zunächst lass mal bitte über jesus reden können wir machen oder über das hast du recht machen aber flex soll nicht mehr von knockout reden wenn er denn da nichts nichts ist bruder weißt du alles gut ok menser menser ich gehe runter weil der kerl versteht gar nichts man egal ich gehe runter er hat keine ahnung er hat keine ahnung egal ich gebe meine drei sätze dann bin ich unten okay damit jeder weiß ich erkläre ihm bruder guck mal menschen sind dass die handys überliefern sie geben ihr bestes es gibt verschiedene versionen von einem adis zu einer situation mit verschiedenen wortlauten et cetera da akzeptiert das nicht bruder in einem ding steht geht unter wasser runter aber im anderen steht geht unter den thron runter das heißt jemand hat da was falsch verstanden aber es wurde trotzdem überliefert es wurde trotzdem aufgenommen um einen vergleich zu stellen das ist basic adis wissenschaft wenn er diese gelernten sich um und abschließend er sagt eure religion ist verwirrend also diese ganzen dinge aber natürlich kann es verwirrend sein wenn du alleine los geht und in quellen rumsuchst gerne du gehst ja auch nicht gerichtssaal ohne einen anwalt denkst du dir auch nicht okay gesetzbuch ist doch vor mir lese ich mal selber ab nee du kriegst auch die fresse jane du sagst diese artikel dies und das kommt der andere sagt ne wurde artikel dies und das alles gut kann man dankeschön und aussprechen aussprechen lassen ist nicht nicht dafür und wenn du bist ich auch werden musste ja das auf jeden fall interessant mal gucken das liegt gerade zu lange könnte den gast gerade hören oder lädt das auch bei euch gerade also bei mir lädt er immer noch ok könnt ihr nicht mehr geht dann nämlich nur unter weil das ist viel zu lange gerade schick mal bitte noch mal eine anfrage weil es hat gerade voll geladen ich musste nicht unternehmen weil das liegt zu lange ok das liegt auch sehr sehr lange ich weiß warum naja vielleicht ist es einfach ein zeichen dass ich jetzt einfach über jesus reden soll deswegen ich habe mich auch untergenommen schick einfach noch mal eine anfrage ich werde jetzt die zeit nehmen und ein bisschen leute aufklären damit ihr gerettet werdet also man alle muslime ja an alle nicht christen ihr geht leider direkt in die hölle aber es gibt eine gute burschaft ja es gibt eine frohe burschaft ihr müsst nicht in die hölle gehen ja wenn ihr aber sagt hey wir wollen muslime bleiben okay kein problem dann geht ihr in die hölle wenn ihr sagt ihr wollt atheisten bleiben kein problem dann geht ihr in die hölle aber es gibt eine frohe burschaft das nennt sich das evangelium wodurch gerettet werden könnt genauso wie ich ja auch ich war auf dem weg in die hölle bis sich jesus mir offenbart hat bis ich das evangelium gehört hat habe bis ich verstanden habe dass gott mich liebt und dass er mich rettet durch mein glaube an seine gnade ja johannes 3 16 sagt dass gott hat die welt geliebt dass er seinen sohn gab damit jeder der glaubt nicht verloren geht sondern ewiges leben hat das heißt egal wie du bist wie du warst kommst du jesus und er wird dich verändern ja er hat schon den preis bezahlt am kreuz er ist am dritten tag wieder auferstanden um dir zu sagen oder zu zeigen dass das was er getan hat funktioniert hat ja er ist nicht tot geblieben sondern er ist wieder auferstanden gott der vater hat seinen seinen preis bestätigt vor der seien sein opfertod angenommen deswegen folgen nicht einen falschen propheten folgen nicht falsche wege sondern kommt zu dem zu der person der von sich gesagt hat er ist der weg die weit und das leben okay keiner kommt zum vater außer durch ihn ja das ist der echte jesus christus der sohn gottes wahrhaftig sohn gottes aus liebe zu uns kam er er wurde einer von uns ja und hat sich für uns hingegeben damit wir gerettet werden ja es ist es gibt keinen besseren liebesbeweis also so etwas hat allah niemals für die muslime getan das wird auch niemals tun also für die muslime ist so etwas eine beleidigung für allah also für allah ist es eine beleidigung wenn du sagst allah wurde mensch um für die menschen zu sterben weil er die menschen liebt das ist eine beleidigung für die muslime also weißt du und das zeigt schon die charakteristik dieser religion sie kennen die liebe gottes nicht sie wissen nicht wie weit echte liebe gehen wird sie wissen nicht dass die liebe keine grenzen kennt ja sie wissen sie wissen nichts von hingebende liebe ja diese agape liebe so was kennen sie im islam nicht warum weil allah nur etwas will und will und will und will aber er tut nichts für die muslime er hat gar nichts für die muslime getan und er wird auch nichts für die muslime tun egal wie oft sie sich am tag vor ihnen knien ja egal wie oft sie den stein küssen egal wie oft sie was auch immer machen sie werden niemals in den himmel kommen sondern direkt in die hölle gehen denn für sie ist bereits war da sind viele plätze reserviert wurden ja vip bereich in der hülle und die strafe für sie wird sehr sehr groß sein warum weil sie von dem evangelium gehört haben und dennoch abgelehnt haben ja weil sie an einen falschen prophet geglaubt haben und das wird ihr todesurteil sein leider aber wir wollen nicht dass sie verlogen sondern wir wollen dass sie gerettet werden und deswegen ja predigt gerade das evangelium mit der hoffnung dass mindestens ein muslim sogar wenn es nur ein muslim ist wenn ein muslim heute umkehrt von islam glauben wir dann habe ich habe ich alles erreicht das ist das ziel dann alle ihre dem herrn so jetzt könnt ihr gerne fragen noch zu stellen falls die fragen habt ich nehme euch jetzt hoch hallo abend das muslim ich bin muslim alhamdulillah aber ich höre gerade du bist von teufel besetzt worden glaube ich ja deswegen wollte ich ein bisschen rein ja warum ja wie kannst du zu den leuten sagen du wirst in die hölle gehen ja also das ist weil ich gesagt nein aber wie kannst du das entscheiden zum beispiel bist du gott werde ich erschaffen ich bin nicht gott aber ich sage das basierend auf das wort gottes denn das wort gottes sagt dass jeder der jesus ablehnt wird in die hölle gehen und du bist einer der jesus ablehnt deswegen wirst du in die hölle gehen also für dich ist ein vip bereich reserviert das wort gottes sagt dass jeder der jesus ablehnt in die hölle gehen wird deswegen wenn du jesus ablehnst du wirst in die hölle gehen für dich ist ein vip bereich reserviert wer ist denn jesus für dich will ich mal fragen jesus ist mein retter mein erlöser und der sohn gottes wer ist jesus für dich ok wer ist denn gott für dich gott ist mein retter und mein erlöser genauso wie jesus denn jesus ist ebenfalls gott wie viele gett hast du wir haben einen gott der in drei personen existiert ja aber du hast gerade zwei genannt einmal jesus und einmal gott genau ich habe gerade gesagt wir haben einen gott der in drei personen existiert ich habe die gerade zwei personen aufgezählt die gemeinsam ein gott sind diesen eins der liebe gott hat sich aufgeteilt auf drei personen nicht aufgeteilt existiert vollständig in drei verschiedenen personen das ist ein wunder das ist keine teilung durch drei sondern das ist ein wunder guck mal das problem ist bei mir ich kann nicht so gut deutsch ja aber so verstehen tue ich mehr dollar was von von a bis z brater ja guck mal lass das lieber sein such dir was anderes aus oder lernen lernen richtig über christentum und über den islam praten ja aber du bist auf falschem weg ich glaube du wirst verbrennen in die hölle und unter die leute die christen sind solange den ich an den richtigen gotten ich glauben die werden alle verbrennen weißt du also also du sagst ich soll damit auch da ist das geht auch ganz kurz ganz kurz bitte als du kommst hoch du sagst ich bin von dämonen besessen weil ich sage menschen gehen in die hölle und dann sagst du dass wir in die hölle gehen wenn also du machst genau das gleiche weshalb du hoch gekommen bist um mich zu kritisieren wieso bist du so ein heuchler was du bist gekommen du hast gesagt ich bin von dämonen besessen weil ich sage menschen aber jetzt sage ich öffentlich aber wieso sagst du dann guck mal solange du kein moslem bist guck mal der richtige weg ist der islam aber hör auf dich erst mal zu dann kann zu reden oder keine panik ich bin doch gerade am reden ich weiß du hast panik aber ich rede erst mal dann kannst du reden weil gerade am ritten brater du hast mich unterbrochen ich verspreche die aber ich habe gerade auch brater ich gebe dir drei minuten versprochen ich kann nicht so viel über den islam weil es obwohl ich muslime bin man muss dazu was lernen und lesen und alle alles drum und dran weißt du aber ich sagte du bist auf dem falschen weg und die sagt mal so guck mal solange du kein moslem bist ne solange du kein moslem bist und du das nicht das schade kennt ja und du nicht im islam drin bist wirst du in die feuer gehen das sagte der koran okay das weiß ich schon mal okay kann ich antworten und dass du mich unterbricht ja oder ja okay also du bist hochgekommen du hast mir gesagt ich bin von dämonen besessen weil ich sage dass menschen die nicht an jesus glauben in die hölle gehen werden dann hast du mich gefragt mit welcher autorität sage ich das ich habe dir gesagt ich sage das basieren auf die bibel auf das wort gottes und jetzt drehst du dich um und sagst mir dass ich in die hölle gehen werde weil ich nicht an den islam glaube also du machst genau das gleiche wofür du mich kritisierst nein nein ich sage dir was der koran sagt dass wir niemanden werden wir lassen so zu ende reden dankeschön und dann sagst du zu mir ich soll mich mit christentum und mit islam beschäftigen ja bevor ich sowas labere und dann bist du dich wieder um und sagst du hast gar keine ahnung von deiner eigenen religion mit welcher mit welcher autorität hast du auch nicht weil du hast du bist ja ein bisschen schlecht aber ja danke dass du da warst so also leute ihr habt mitbekommen ja ihr habt es mitbekommen er kam hier hoch ja er meinte ich bin von dämonen besessen weil ich sage dass menschen die nicht an jesus glauben in die hölle gehen werden okay und dann sagt er ich soll mich lieber ich soll damit aufhören und lieber mich mit meiner religion beschäftigen und dann sagt er über sich dass er sich auch nicht mit seiner religion auskennt und dreht sich dann trotzdem um und sagt zu mir dass ich in die hölle gehen werde weil ich nicht an seine religion glaube an die gleiche religion die er selber nicht mal gelernt hat also ist es doppelmoral oder es ist doppelmoral vielleicht ist und weil er das gecheckt hat er er wusste genau dass ich ihn erwischt habe und deswegen hat er panik bekommen und wollte mich gar nicht mehr reden lassen ja und hat einfach nur die ganze zeit dazwischen geredet ja und mit so jemand hat es keinen sinn weiter zu diskutieren ja also das kann doch nicht dein ernst sein bitte mann 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 es kostet schon wieder so viel energie wirklich so lebt ist so lange wenn ich jetzt leute annehmen das ist irgendwas stimmt nicht nur es geht so lange also ich habe gerade natalia angenommen aber irgendwie ist immer noch genau das ist viel zu lange ja ich wollte fragen die muslime wollte ich fragen wieso sind sie so überzeugt was welche grund haben die dafür war und ob die einmal im leben die der gott selbst gefragt haben werde ist und ob das die wahrheit ist weil ich glaube die verteidigen ist dann weil die da rein geboren sind aber die ob das sie haben sich nie die frage gestellt weil gibt es so viele religionen welche die religion die wahrheit ist ja wollte ich eigentlich die fragen aber die sind nicht mehr da danke aber ich werde mal ein muss dem fall der hoch kommt ja wenn jemand hoch kommt werde ich in die frage stellen für dich du bist ja noch drunter war in der ja genau da kannst du mich schon mal runter machen danke und wegen so hallo jetzt habe ich gerade was im mund gehabt immer wieder spannend euch zuzuhören dankeschön freut mich was nicht auf welchen besser alles gut ich finde es gut was er da macht weil du kann ich kann man viel lernen auf jeden fall das ist das ziel wir wollen dass menschen aufgeklärt werden und dass sie die wahrheit erkennen und nicht mehr islam folgen weil sonst gehen sie in die hölle weißt du und wie das was sie tun das trägt früchte also viele menschen haben die weiter kann und viele menschen werden auch gestellt dadurch und viele menschen kehren um von islam und das ist genau das was was ja was das ziel ist alle ihre dem herrn halleluja gott segne dich ebenfalls ich ebenfalls alles gut ich habe heute morgen mit jemand diskutiert der hat sich so vernünftig angehört der gute und dann habe ich ihn auch die fatwa angesprochen die 777 18 wird auch alles quatsch und ja das ist ja nun das gilt ja nicht für mich und ich sehe das ja nicht so und so sagt du junge ich sage was du siehst und was du nicht siehst das spielt doch für die anderen keine rolle das hat er dann alles nicht mehr akzeptiert hat mich rausgeschmissen weil er wollte einfach auf einen auf harmlos machen und islam ist ja toll und sind doch alles ganz liebe menschen und das ist alles ganz toll ich sage ja ich sage klar ich sage die leute sind alle ganz nett ich sage aber wenn das kalifat ausgerufen ach kalifat ich sage ja klar ich sage wenn es kalifat ausgerufen werde ich sage dann müsste doch alle hinterher marschieren ist aber was willst du dann anders machen es gibt viele muslime die in wirklichkeit wenn du sie konfrontiert mit koran suchen werden sie das ablehnen also in wirklichkeit glauben sie gar nicht an den koran aber die sagen trotzdem diese muslime da frage ich mich wieso verletzt mich einfach den islam wenn du nicht damit einverstanden ist ja und die situation haben wir ja bei dem bei der c epidemie der sogenannten gesehen wie viele leute hinterher rennen genau das gleiche wird da auch sein also da gibt es mit sicherheit gar keinen unterschied wir hoffen dass sie keinen erfolg haben werden dass der jesus christlich schnell einschreitet damit der islam schnell entlarvt wird in deutschland oder auch wo auch immer weil wenn sie an die macht kommen dann ist es vorbei auf jeden fall ja ja das ist das versuchen sie in großbritannien sind sie auch schon ganz verweilen ich weiß ja das ist so weiter was ich da gehört habe alter schwede man sieht ja auch mit welcher an die leute rumlaufen auf den ich nehme dich mal runter ja ich nehme mal andere gäste hoch dann werde ich viel erfolg man hört und sieht sich ich ich lausche weiter bis denn schau bis dann gottessegen auf erst mal natürlich ich wollte fragen also du hattest ja vorhin gesagt der moslem geht in die hölle und soweit ich das aber weiß ich steht ja in der bibel dass nur gott entscheiden darf was mit dem und demjenigen passiert da wollte ich mich jetzt noch mal versichern also wie läuft das dann quasi also ich bin jetzt gerade ich weiß jetzt nicht wie ich das in worte fassen soll oder also schon aber also du hast ja vorhin gesagt derjenige geht die ip karte hat er in die hölle aber darf nicht nur gott eigentlich also entscheiden das stimmt in der bibel steht dass das was wir hier auf erden binden werden das wird im himmel gebunden was heißt das das bedeutet dass wir basierend da deswegen habe ich immer wieder gesagt das sind nicht meine worte sondern das was ich ihnen gesagt habe waren basierend auf die bibel das heißt basierend auf das wort gottes kann ich für jemand sagen hey wenn du nicht an das evangelium glaubst gehst du in die hölle warum weil das evangelium oder das wort gottes sagt dass man nur durch jesus christus gerettet wird verstehst du wenn ich zwar wenn ich zu einem christen sagen würde ja benutzt mich zu mir sagst du bist ein christ du glaubst jesus ist gekreuzigt und blablabla und ich trotzdem zu ihr sagen du gehst in die hölle das darf ich nicht warum weil das geht ja gegen gottes wort du glaubst ja schon an das evangelium aber je alles aushalt des evangeliums geht in die hölle jeder der das evangelium ablehnt geht in die hölle warum weil es klipp und klein der bibel steht das heißt ich kann zu dir sagen hey das wort gottes sagt dass wenn du jesus ablehnst wirst in die hölle gehen das sind nicht meine worte sondern das was ich sage sind basierend auf das was gott selber gesagt hat ok dann habe ich das verstanden wenn ich dir und ich wollte fragen aber ich darf jetzt nicht zu dir sagen dass zu 200 prozent in den himmel kommst weil du glaube ich bist so dass ich was dass du zu 100 prozent in den himmel kommst warum also weil soweit ich das weiß also wie gesagt ist ja gott der entscheidende und du kannst ja auch sind in deinem leben begangen haben die unverzeihlich sind von denen ich nichts weiß deswegen ist die aussage ja nicht gültig wahrscheinlich dann oder also ist dann verboten also guck mal dinge die man sagt was basieren auf die bibel ist kann man sagen also wenn ich dir sage hey glaube an den herrn jesus christus und du wirst gerettet werden das ist etwas was in der bibel steht das haben die apostel selber gemacht glaub an jesus christus und du wirst gerettet warum weil jesus christus selber gesagt hat jeder der an den glaubt wird gerettet werden ob du persönlich irgendwelche sünden hast du persönlich wirklich neu geboren bist das ist dir also das weiß ich ja nicht das weiten das weiß nur gott für jesus aber die voraussetzung gerettet zu werden ist auf jeden fall dass du an jesus christus glaubt am ende des tages ist nur er derjenige der dein herz sehen kann er weiß ob jemand wirklich neu geboren ist oder nicht aber jeder der nicht neu geboren ist und das kann ich mit sicherheit sagen basierend auf die bibel wird sicher nicht in den himmel gehen warum weil jesus das klipp und klar gesagt hat im johannes kapitel ich glaube kapitel 3 vers 3 bis 6 glaube ich okay und ich wollte fragen ist die hölle also für immer oder kommt man da auch noch irgendwie raus also kann kannst du wenn du in die hölle kommst auch noch irgendwie rauskommen du kommst nie wieder raus wenn du da drinnen bist du drinnen für immer und ewig und gibt es noch eine zwischenstufe also fegefeuer oder so nee also ich sehe keinen biblischen unterstützung für fegefeuer okay gut dann danke ich dir ich finde super was du machst mach das weiter ich finde das super erreicht über 400 leute das habe ich hier vorhin gesehen ist auf jeden fall echt krass und ja ich wünsche noch einen schönen tag ja vielen dank ich auch so ich nehme jetzt noch die muslima oder nämlich die ganzen geschwister hoch hallo 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 jesus ist nicht gut danke dass du da hallo 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 danke dass du da warst hallo korrekt das noch mal hochgeholt hast ich wollte auch über hölle paradies die frage stellt und zwar kebel grad kennst du ja bestimmt ja genau aber weil grad der hat gesagt hölle ist ohne gott zu sein und paradies ist mit gott zu sein und dann hat er halt über islamische sicht aus paradies gesprochen dass man da halt so dinge hat die die den gelüsten der menschen auch entsprechen zum beispiel essen etc dass man frauen hat ich wollte wissen wie das bei euch genau ist ja er hat recht also da kann ich ihm zustimmen paradies bedeutet nicht irgendwie paradies oder himmel ist nicht einfach ein ort sondern paradies ist ein paradies weil gottes präsenz dort ist verstehst du das heißt es geht um die präsenz gottes wenn du in gottes präsenz bist ist es für dich automatisch paradies und himmel und wenn du gottes präsenz nicht hast also wenn der ort wo gottes präsenz absolut null da ist ist die hölle komplett ohne gott warum weil die menschen die dort lang sind menschen die gott klipp und klar abgelehnt haben okay aber er ist dir zum verständnis ohne gott heißt dass da gibt es strafe bei euch wie bei uns feuer also dass also okay und die belohnen also die strafe zeigt sich das nicht sein mit gott zeigt sich durch eine strafe und was ist das wenn man mit gott ist wodurch zeigt dass sich also mit wenn du mit gott ist allein die präsenz gottes ist genug für uns theoretisch wir menschen könnten sogar ohne essen überlieben ja natürlich ein paradies wirst du ja nicht essen will sondern mir eine frage ist es besser wenn du mich reden ist und wirst du nicht verstehen was ich sagen also unser paradies es geht nicht um irgendwelche gelüste sowie aber gerade gesagt hat er hat komplett recht es geht nicht um darum dass wir irgendwie sagen ja wir bekommen dort irgendwelche frauen oder was auch immer sondern es geht darum dass wir die ewigkeit mit unserem gott verbringen werden das ist für uns paradies allein wenn wir gott sehen werden wir werden ihn anbieten das so schön glaube ich das siehst du ihm offenbarung kapitel 5 das glauben wir auch das gleiche und dass wir gott sehen werden glauben wir auch bei uns ist es ja so dass wir natürlich dort auch belohnen bekommen und ich habe mich mit einer eurer top debattanten gesprochen nämlich dieser witzigur der heißt wer ist er noch mal denkt nach und er hat mit klipp und klar gesagt der meinte zu mir dass die anbietung gottes ist für euch eine aufgabe und wenn ihr im paradies sein dann hört die anbietung gottes auf das hatte klipp und klar gesagt das habe ich auf video er meinte ihr werdet paradies nur sex haben und genießen und die gott nicht mehr anbieten das hatte klipp und klar gesagt und das ist dämonisch also ich kenne diesen diesen menschen nicht bruder auf tik tok sind ja auch kreaturen unterwegs weil es so sehr viele muslime die hier hochkommen sind auch unwissen ja das siehst du ja selber weißt du du stellst sie eine rechtsschule frage da weiß ja nicht mal was eine rechtsschule ist aber kommt trotzdem hoch und weißt du versuchst irgendwas zu starten aber bist du fertig kann ich darauf antworten ich bin doch nicht fertig wenn ich nicht bin sagen also paradies ist für uns oder himmel ist für uns gottes präsenz ja wir wollen seinen präsenz genießen und alles andere diese ganzen belohnungen sind halt nur nebensächlich als geht nur noch hat sie aber habt ihr zum beispiel im paradies etwas schönes leckeres essen oder trinken jeden fall wir werden dort sogar weintrinken und als der ich bin ehrlich die antwort gefällt mir um ehrlich zu sein weil warum kommen die fortgeschritte oder so ok wenn du wirst notier was ich sage und dann kannst du in ruhe alles darauf anwenden ich werde ich jetzt hier auf dem bett oder gibt mir bitte nur zwei minuten also paradies ist so wie aber belgert richtig gesagt hat es geht um gottes präsenz und das gegenwart diese ganzen belohnungen klar die kommen auch aber das ist nicht das ziel sondern das stil ist dass wir ewiges leben haben und dass wir in gottes präsenz sind in der ewigkeit so akzeptiert außer außer 66 wird es im paradies nicht geben so wie es bei euch geben wird denn das ist eine blasphemie also der gottes präsenz ist zu heilig ja dass sie dort sex haben werden okay so was ist denn die hölle die hölle ist wie auch richtig gesagt hat da nimmt gott seine ganzen gnaden weg also da gibt es wirklich nichts gutes in der hölle nur leid da gibt es nur leid und trauer und wut und alles drum und dran das ist die christliche theologie und das ist die echte paradies und die echte hölle da kommen wir noch nie wieder raus und dort landes sondern du bist für immer und ewig da drin und er war ja doch unterschiedlich also auf jeden fall die fortgeschrittenen in der religion die sozusagen mehr glaube also das heißt mehr glaube stärker im glauben sind die sagen auch sehr oft wird von ihnen zitiert dass sie gesagt haben dass der diener das paradies will und was im paradies ist aber dass der gottes liebhaber und der gottes kenner welcher höher ist stufen technisch in dem wir denkt in dem was er macht gott selber will also die präsenz gottes wenn wir das mal so vereinbaren können das heißt im paradies gibt es bei uns auch die präsenz allahs in dem sinne dass wir ihn sehen werden und allah sagt das ist das beste gerne die es gibt ein darwisch da ist junus amra sagt was ist denn das paradies mit party und dies und das ohne das paradies natürlich klein zu sprechen weil er sagt wenn wir doch die präsenz gottes haben weil du kannst das paradies nicht klein sprechen wenn du es vergleichst mit gott verstehst du denn das ziel ist wirklich gott das ziel ist eigentlich nicht nur pure gelüste et cetera sondern nummer eins gott dass wir ihn sehen dass wir in seiner präsenz sind genau wie du sagst einen bestätige ich aber bei uns gibt es natürlich auch essen trinken schlafen wenn du lust hast du musst nicht schlafen du musst ja du isst aber du gehst nicht auf klo gerne das ist etwas was im paradies möglich ist und dann gibt es natürlich auch paradies frauen die allah verspricht und gerne allah allen wie das vergnügen mit ihnen sein wird weißt du ich lehne das nicht ab wenn gott sagt er gibt dann kann er geben werden weil wer bin ich denn dass ich sage nein aber ich dirichte mein leben nicht darauf um zu sagen wie ich will jetzt huris im paradies deswegen bete ich nein ich will gott oder nicht kannst du das bestätigen dass wir eigentlich alle tief im herzen gott wollen an er das problem ist das problem ist ich schließe gerade den koran noch mal seit einige zeit und ich bin gerade jetzt ungelogen ich bin gerade bei so 37 und mir ist aufgefallen bis jetzt vielleicht habe ich auch übersehen ich weiß es nicht aber bereistiger bis hat dann oder was hast du so dass abfahrt 37 ja genau so ist und bis jetzt ist mir nicht einmal aufgefallen dass anlage gesagt hat ich will euch ewiges leben geben sondern bis jetzt immer was ich gelesen habe ist die die ungläubige gehen in die hölle die gotteswürchtigen gehen in ein paradies mit bechern und mit frauen also mit weiblichen wie man das immer nur so das heißt du musst dir vorstellen die dekoran hat 114 suchen wenn auch noch 12 bin ich gerade dumm von der fliegel war von der fliegel so und bis vielleicht lieb ich falsch ich weiß es aber bis jetzt ist es mir nicht aufgefallen dass alle nur einmal irgendwie erwähnt hat eben wisst ihr was ich will dass ihr ewiges leben habt sondern er führt nur ganze mit gelüste mit 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 bechern mit wein frauen wenn du aber die bibel liest das hätte jesus auch machen können aber das hat er nicht gemacht das erste was jesus immer wieder gesagt hat ist ich will euch leben geben ich schenke euch ewiges leben ich will dass ihr lebt ich will dass sie überleben habt im überfluss er muss nicht mit anderen sachen also also kann ich ihnen vier aber da ja ich bin noch nicht wirklich schwer in ruhe zu reden weil du die ganze zeit zwischen ihnen aber ich bin die ehrlich ich bin jetzt nicht so schlimm wie andere will ich unterbrechen das kannst du zugeben was ich damit sagen will ist kommen es geht wie du sagst es geht um die präsent gottes und es geht auch darum dass wir ewiges leben haben das ist das ziel alles ist alles andere ist nebensächlich also ich nehme jetzt einen christ und ein moslem hoch damit ist wissen heißt wird hier okay genau da machen wir zwei gegen zwei warte mal kennen hallo schön tag erstmal danke dass du auch gemacht hast du bist du ich hoffe du bist 18 was ich hoffe du bist 18 weil ich bin 16 wenn das okay ist ist leider nicht okay sonst werde ich kritisiert also die sagen ich rede nur mit der alles gut aber ich kenne ich kenne mich gut mit dem islam aus und ich kenne mich auch mit dem christentum aus ich habe viele christliche freunde die mir auch viel erklärt haben ok kalima soll ich hier lassen oder nicht oder mir ist egal ja dann nehme ich dann dann nehme ich kind jesu erst mal runter ja dann machen wir zwei gegen eins kennt jesu ich nehme dich ruckus unter ja wie zwei gegen eins oder das ist doch kein feit oder sowohl das ist das ist ein aber ich weiß du hast recht ist kein fight aber die muslime sagen immer kommen da sind zu viele und wenige muslimen ich bitte dich sagt mich muslimen nicht alle muslimen sind so oder ich bin zum beispiel nicht so oder sagt nicht alle nämlich dann nehme ich einen frau hoch damit das wäre es warte genau gut und dir auch ja okay so jetzt jetzt ist ja jetzt ist auf jeden fall für was nicht bevor wir kurz weitermachen ganz kurz zu dem punkt davor bevor die leute aufgeholt hast mit der ewigkeit ewiges leben schenken also im koran steht ja alle diener vieler aber da gerne für ewigkeiten oder und da steht auch dass man gott sehen wird und das ist das größte ziel ist ja mehr kann ich nicht sagen dazu naja ich weiß dass von ewigkeiten die ried ist aber mein 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 punkt war ewiges leben also das gottes klipp und klar macht dass es um ewiges leben geht zum beispiel fällt mir gerade der hadith ein wo der prophet anwes erklärt dass der tod als ein schaf oder ähnliches hervorgebracht wird in form eines schafes und dass dieses schaf dann sozusagen getötet wird oder ich weiß nicht genau gerne da war irgendwas im hadith ich erinnere mich nicht genau und dass das ist dann keinen tod mehr gibt das ist dann nur noch das ewige gibt gerne das kann ich noch mal beitragen sonst weiß ich ja nicht steht ja drin also meiner meinung nach steht es drinnen okay dann habe ich vielleicht irgendwas übersehen alles gut aber das war ja gerade in hadith jetzt werde ich mal koran aber ist okay alles gut okay so wie es der typ nicht mit arabische schrift und der scheiß schick was liegt auf dem herzen besser also ich will ich erst mal fragen wo kennst du dich mit christentum ausweiten nicht aus dem schwere fragen stellen wir müssen weil am ende du kannst panisch beantworten also ich habe mich auch nicht alles über islam oder damit du weißt nicht kann ich alles beantworten aber die viele sachen kann ich beantworten finde ja das geld gilt für mich also ich kann nicht alles beantworten aber viele sagen kann ich beantworten wenn ich nicht beantworten kann wie besteht ist ich will dich erst mal fragen also du siehst doch jesus als gott oder als gottes sohn wieder also was siehst du ihn also der sohn gottes ist hat eine göttliche natur deswegen ist er gott weil gott sein ist ja die natur gott gott ist ja kein name ja sondern gott ist seine natur so wie gott mensch tier jesus ist gott und vor 2000 jahren wurde auch mensch hatte zwei naturen seit 2000 jahren aber wenn ich sage jesus ist gott dann meine ich nicht den vater weil sein vater ist ebenfalls gott von natur aus weil er ist ja der sohn gottes wenn er der sohn gottes ist dann ist ein vater auch gott von natur aus sowie wenn du du bist du hast ja die gleiche natur wie dein vater richtig dein vater ist ja kein alien und dein vater ist aber wie kann gott einen vater haben na vater bedeutet nicht dass er irgendwie zu einem bestimmten zeitpunkt durch sex gezeugt wurde so wie wir biologischen wesen gezeugt werden ich weiß dass ich weiß das ist etwas was wer immer den koran geschrieben hat verstanden hat aber das ist falsch sondern wenn es heißt vater sohn dann hat es etwas mit beziehung zu tun sie haben eine ewige beziehung zb im koran wird jemand als sohn des weges bezeichnet oder oder mutter der bücher heißt der koran zum beispiel oder wenn ich sage mutter stadt mutter stadt dann heißt es nicht dass die stadt mich gezeugt hat durch sex sondern das beschreibt nur meine beziehung zu dieser stadt das heißt ich habe eine sehr sehr gute gute beziehung zu dieser stadt ja das wenn wir sagen jesus der sohn gottes dann wollen wir nicht sagen dass gott irgendwie eine frau hat und jesus irgendwann zur welt gebracht hat nein sondern wir sagen damit dass jesus eine ewige beziehung zu gott den vater hat verstehst du weil die sind kein biologisches wesen dass sie sich irgendwie fortpflanzen also wenn ich das richtig verstanden habe falls ich es falsch verstanden habe dann kannst du es wieder recht sagen also es gibt gott jesus ist gott und der vater ist auch so wie ein gott aber ist nie gott oder wie das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt es gibt ein gott ja das steht klipp und klar in der bibel ein gott besteht im fünften mose 6 vers 4 ja mal israel ja ja wie unser gott jahre ist einer es gibt einen gott aber dieser gott jahre ist ja der der name gottes ja und die bibel sagt dass dieser gott existiert in drei personen hat sich in drei personen offenbart vater ja sohn und geist jesus ist der sohn und der vater ist halt derjenige der jesus geschickt hat in die welt und der heilige es ist der jesus ist gott richtig aber er ist nicht die herz oder ich küsse doch der netz du merkst du selber das ergibt keinen sinn ich merke dass du versuchst die leute zu verwirren lass mich einfach rein ich werde mich gerade du verwirrst leute diese mal ist der gott mal der mal der ich will doch wissen wie dann schild es gibt dann erklärt das noch mal in ruhe okay ich habe eine sache noch eine sache willst du meine antwort hören oder nicht also ich habe nicht gesagt jesus ist der vater was ich gesagt habe ist es gibt einen gott laut 5 mose 6 vers 4 ein einziger gott und dieser gott existiert siehst du jetzt versuchst du wieder dazwischen zu reden damit die leute verwirrt werden ist ich kenne diese taktik aber bei mir funktioniert ist nicht ich bin viel zu hoch darauf alles ich versuche niemand zu verwirren du verwirrst mich gerade okay dann chill und lass mich zu ende reden und dann kannst du gerne darauf eingehen okay wenn du etwas nicht verstehst dann schreibt es auf und dann fragt mich danach aber bitte nicht dazwischen reden weil ich kenne diese taktik ich kenne viele taktik taktiken von den muslimen aber das funktioniert bei mir nicht von ok tut mir leid von den meisten muslimen sage ich mal so nicht aber ich weiß nicht immer ist das ist ein wenig ok ok verstanden also noch mal ein gott ja ein gott existiert in drei verschiedenen personen drei verschiedenen personen drei verschiedenen personen drei verschiedenen personen drei verschiedene personen so ich habe gehört und die drei verschiedene personen sind vater sohn und geist vater sohn und geist vater sohn und geist vater sohn und geist so jesus ist der sohn jesus ist der sohn jesus ist der sohn und jesus wurde mensch nicht der vater nicht der geist sondern jesus wurde mensch jesus wurde mensch jesus wurde mensch das heißt wenn jesus gebetet hat weil ich weiß du wirst diese Frage auch stellen. Zu wen hat er gebetet? Dann hat er nicht zu sich selber gebetet. Nein, ich hatte ja. Er hat zu dem Vater gebetet. Er hat zu dem Vater gebetet. Er hat zu dem Vater gebetet. Ich hoffe, es ist die ganze Zeit so zu wiederholen. Alles gut. Okay, erzähl mal, ich bin fertig. Bruder, sei mir ehrlich jetzt. Unter uns. Hat das für dich Sinn ergeben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber in der Bibel steht doch, es gibt nur einen einzigen Gott. Niemand ist so wie er. Ist das nicht so? Was ist das erste, was ich vorhin gesagt habe? 5,6,4. Was habe ich da gesagt? Ich habe dir doch gerade was komplett anderes gesagt. Aber du hast mir nicht zugehört. Du hast mir gerade gesagt, in der Bibel steht, es gibt einen Gott. Das war genau das, was ich vorhin zitiert habe. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es gibt nur einen Gott und keiner ist so wie er. Keiner ist so rangwertig so wie er. Richtig, da stimmt ich dir dazu. Da stimme ich dir doch zu. Und was ist jetzt daran, so schwer zu verstehen? Aber du verstehst nicht, was ich damit sagen will, Bruder. Keiner ist so rangwertig wie er. Es gibt doch nur einen Gott. Also der Vater kann nicht so wie Jesus wertig sein und der Heilige Geist kann nicht so wie der Vater und Jesus wertig sein. Also der kann nicht in gleichem Rang wie er sein. Okay, also nochmal. Ich habe nicht gesagt, es gibt einen Gott und dann gibt es aber jemand anderes, der so ist wie Gott. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, lass mich bitte zu Ende reden. Ich habe gesagt, es gibt einen einzigen Gott. Ich habe gesagt, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott. Und dann habe ich gesagt, dieser Gott, der einzigartig ist, existiert in drei Personen. Dieser eine Gott existiert in drei verschiedenen Personen. Vater, Sohn und Geist. Ein Gott, keiner ist so wie er. Und dieser eine Gott existiert in drei verschiedenen Personen. Vater, Sohn und Geist. Vater, Sohn und Geist. Ein Gott, drei Personen. Vater, Sohn und Geist. Vater, Sohn und Geist. Ein Gott, drei Personen. Vater, Sohn und Geist. Vater, Sohn und Geist. Ein Gott, drei Personen. Vater, Sohn und Geist. So, jetzt können wir weiter machen. wenn sie ich glaube er hat ein problem mit dem wort personen der versteht glaube ich den unterschied zwischen personen wesentlich er will glaube ich gar nicht verstehen das ist das problem oder du verstehst aber mich nicht okay dann fragen wir dich doch mal ob du es verstanden dass wir mal eine frage und wie heißt du ich habe schicko was der unterschied zwischen personen wesen zwischen personen ist so wie wenn man sowas ist so wie so wie der charakter mäßig halt sollte das innere ist die gestaltung glaubst du nicht dass alle allgegenwärtig ist allgegen was bedeutet allgegenwärtig allgegenwärtig dass er keinen zustand hat sondern überall gleichzeitig sein kann das kann er ja okay so wie das spricht es dann unserem konzept der trinität das beschreibt er nur die allgegenwärtigkeit unseres gottes dass gleichzeitig hier sein kann und gleichzeitig dort sein kann wieso funktioniert das bei euch aber uns dann nicht dabei sagt er das in drei personen jetzt können wir auch fünf oder sechs ist die anzahl ist ja egal gott kann es ja gott kann ja überall gleichzeitig wandeln ich habe mal eine frage an dich muss denn alle jetzt gerade du hast da was falsch gesagt wenn ich eingreifen das machte bitte nur ganz kurz nur ganz kurz wo ist gerade alle alle ist überall bei mir bei ihnen bei ihr bei jedem selbst in dir nicht in mir ich habe nie gesagt in mir überall beinhaltet auch in dir oder nicht ich hab doch nicht gesagt in dir drinne aber du hast doch gesagt überall die kurze die antwort ist ich werde versuchen ihnen das in ruhe zu erklären ja sonst wie kommen durcheinander sonst ich nehme mich dann mal wieder hoch so genau ich würde einfach mal kurz fürs verständnis ist aber nicht überall ist das macht keinen sinn wenn wir sagen allgegenwärtig ist er mit seinem wissen allgegenwärtig er weiß alles und es ist nicht so dass gott mal da ist oder dort gottes unabhängig von raum und zeit deswegen kannst du nicht sagen dass gott mit seinem wesen einen platz einnimmt das ist die antwort alles glaube ja wie es noch mal zwischen ich habe ich weiß ich habe wirklich schön ist du kannst noch die kunde du hast verstanden oder sei mal ehrlich ich habe dich verstanden wo alle so gut ok sehr schön aber das 1 was mich interessiert eigentlich warum ich reinkommen bin ich habe die christen eigentlich beweise das christentum so die wahre religion ist auf jeden fall wir haben viele bruder ich kann doch gleich kommen aber ich will erst mal deine also erstens wir haben historische beweise die die kreuzungen bestätigen ja hinzu hinzu haben wir noch die bibel selber als dokument hinzu haben wir kirchenväter belege ja menschen die in der zeit von jesus nicht unmittelbar in der zeit von jesus gelebt haben die die apostel von jesus kannten und so weiter und so fort ja hinzu haben wir auch jüdische quellen also jüdische historiker die das auch belegen hinzu haben wir noch mal die ganzen prophezeiungen die erfüllt wurden und werden ja zum beispiel die bibel hat auch von den falschen religionen prophezeit und 600 jahre später kam der islam ja oder auch von falschen propheten und genau das ist auf mohamed eingetreten und solche sachen kann ich kann ich also wir haben wir haben alle beweise die wir brauchen und die schöpfung selber bezeugt dass es gott gibt ja das ist ja klar du bist ja auch selber test und islam kann auf jeden fall eine stimmen das ist fakt deswegen wird das lieber jetzt schon klar dass juden das aber damals auch behauptet haben dass eine falsche religion kommen wird und dann ist die christentum im stadt oder mich ist das nicht so jede stimmt nicht die jahre mehr 31 wird eine neue religion versprochen den jungen die juden wissen dass der messias kommen wird die haben nur nicht geglaubt dass jesus dieser messias ist also du hast gerade gelogen ich habe gesagt dass eine falsche religion kommt und das habt ihr auch du hast gerade gesagt jesus ist kein messias richtig jesus kein messias aber steht im koran messias ist der messias steht clown deutlich im koran mein produkt meint er mit messia den dajjal nein nein nicht dajjal oder achi was hast du gemacht du hast nicht so viel wissen wirklich ich muss sich unternehmen oder ich will doch einen richtigen beweis symbol ein richtigen dicker du bist ein muslim und dein koran sagt dir dass jesus der messias ist und du sagst mir dass ich lüge weil ich sage jesus der messias also du widersprich gerade den koran alles gut der dajjal verstanden lassen wir es noch mal durchgehen nein ich habe mich jetzt nicht gesagt ich ich weiß wurde der hat unter messias verstanden ok letzte chance chico glaubst du dass jesus der messias ist ja okay sehr schön sehr schön ja dann sind wir schon mal einen schritt weiter gekommen wie viele beweise habe ich dir aufgezählt oder du hast du hast nur beispiele gesagt von den beispiele von die du nennen kannst aber du hast keinen genannt ok was für beweise vor dass du vor dass du ein video beweist vor dass du audio aufnahme vor dass dokumente was vor dass du für beweise du musst schon definieren was wenn beweist du vor dass weil ich hatte schon mal mit einer tis gesprochen der hat wirklich ernst von mir beweise wie hitler verlangt also bilder und solche sachen hatte von mir verlangt deswegen was erwartest du für einen beweis über eine person die vor 2000 jahren geliebt hat erzähl mal etwas was in der bibel steht und was dann auch wirklich wurde so wenig woher sagen wir wir im koran haben okay ich gebe dir ein beweis okay ich gebe dir ein beweis zum beispiel im buch daniel ja im buch daniel daniel wurde ungefähr vier oder fünfhundert jahre geschrieben bevor jesus geboren wurde okay und im mtl daniel wurde prophezeit dass die juden 70 jahre lang in exil gehen werden ja und da wird prophezeit dass wenn die wieder zurückkommen ab dem zeitpunkt wo sie wieder zurück kommen und den tempel aufbauen ja dann dauert es exakt 400 noch was jahre bis der messias geboren wurde und genau dass da steht sogar wochen ja also eine woche war irgendwie sieben jahre und so weiter und da stand irgendwie 49 wochen ja also 49 mal sieben und genau das ist eingetroffen jesus wurde exakt zu diesem prophezeiten zeitpunkt geboren ja und die zerstörung des zweiten tempels wurde ebenfalls vorher gesagt und genau das ist ebenfalls 70 nach christus eingetroffen nicht nur das sondern daniel hat auch exakt prophezeit wie viele königreiche kommen werden bevor jesus geboren wird bis das reich gottes kommt und genau das so eingetroffen also willst mir sagen das ist alles ein zufall oder wirst du damit wirst du einsehen dass daniel eine göttliche quelle hat was ich noch vergessen habe übrigens das hat mich jemand gerade erinnert die kreuzigung wurde auch in daniel prophezeit also da wurde auch prophezeit dass er sterben wird und dass er wieder kommen wird zum leben also daniel hat alles prophezeit was jesus betrifft und wenn du so ein buch hast ja dann hast du jeder grund zu glauben dass das keine menschliche quelle hat wie der koran sondern dass gott dahinter steckt und deswegen solltest du den islam verlassen und zu jesus christus kommen damit die ewiges leben hast du musst wissen wir muslime glauben auch an die bibel an die schrift der bibel und der torah aber nicht alles davon naja muslime glaubt nicht dass der sohn gottes ist sie glaubt nicht dass er gekreuzigt wurde ihr glaubt nicht dass er aufgestanden ist und so weiter aber viele sachen von der bibel und von der torah glauben wir auch alles gut ja aber ja naja egal guck mal mein bester mein bester ich will dass du ewiges leben hast ja ich weiß nicht linze wie es ihnen vielleicht das evangelium mitteilen oder so wollte ihn kurz nur fragen was er für beweis hat weil er meinte er würde auch beweise die alles muss kann die pannen ja 10 also im koran steht ich weiß gerade nicht die sura aber ich hab das mal von einem haja gehört in der moschee letztens noch da steht im koran steht und wir machten aus dem wasser alles lebendig aus dem wasser alles lebendig und wissenschaftler haben gemerkt dass alle lebewesen aus zellen bestehen und alle zellen bestehen aus wasser das ist der erste und das ist und den koran gab es bevor die wissenschaftler das entdeckt haben es gibt noch eine gibt noch eine mit der monspaltung da hat sogar gerade eine aufgeschrieben der monspalt alles gut ja 10 also weil im koran steht dass die menschen aus wasser also dass alle lebewesen aus wasser entstanden ist glaubt du dass es eine göttliche quelle hat abgesehen davon dass die bibel das auch sagt und abgesehen davon dass es auch andere menschen gibt die das auch gesagt haben ja ich kann den anderen sagen oder egal ich nenne den anderen wo ich habe noch mehrere will schon andere da ja im koran steht auch dass unser profit muhammad damals den mund gespalten weil ich was bedeutet gespalten wo steht das im koran schreibt einfach mal irgendwo google also mundspaltung koran und dann wird erst angezeigt ich weiß dass du gerade googles und ich kenne die stelle die schweiße steht ihm sogar 54 alles gut alles gut das darf sie auch machen du hast ja das recht alles gut ich glaube die aber fakt ist nirgendwo im koran steht ich kenne den vers und deswegen will ich darauf antworten nirgendwo im koran steht dass muhammad den mund gespalten hat nirgendwo wenn du mir die stelle finde ich mache jetzt einfach okay finde mir aus dem koran die stelle die sagt dass muhammad den mund gespalten hat und ich werde jetzt ein muslim die frage ist eigentlich auch einfach außer uranische quellen gibt das nämlich viel wichtiger nur weil etwas in der schrift drin steht ja im prinzip alles drin steht kann auch ein buch schreiben wo steht ja das ist die wahrheit aber nur weil das da drin steht heißt ja nicht dass die wahrheit ist richtig vor allem etwas was man nachweisen kann ja ich kann googeln sag mal google schreibt mal schreibt mal seite 54 54 zeile 1 bis 3 auch die suche 54 1 bis 3 ok ich mach auch ja ok und du sagst da steht Mohammed hat den mund gespalten ja ok guck mal hier ich hab's aufgemacht ne so hier steht guck mal was da steht da steht näher ist die stunde des gerichts gekommen und gespalten hat sich der mond und wenn sie ein zeichen sehen wenden sie sich ab und sagen fortdauernde zauberei und sie erklären es für lüge und folgen ihre neigung doch jede auslegung ist festgesetzt wo steht hier was vom moment okay bei dir steht moment ja okay zeig mal wirst du das einblenden also bei mir steht nicht mal mit ich kann irgendwie die steht live zugreifen wird benötigt um als gast mit video live zu gehen ach so okay ja also bei mir steht nicht mehr mit das heißt wenn bei dem moment steht dann ist der kuran versagt mal schreibt mal mond spaltung koran dann wird da steht die mond spaltung gehört zu der wunder des propheten wo haben mit um seine wahrhaftigkeit zu belegen im heiligen koran das heißt das heißt dieser koran ist ja fähig oder oder das weiß ich doch nicht guck doch einfach okay ich habe hier ein koran ich gucke hier ein jahr vielleicht steht es ja hier drin aber okay so so hoffen wir mal dass du recht hast so also hier ist es wieder also wie du siehst ich habe sie schon mal gelesen sogar markiert da steht näher ist die stunde des gerichts gekommen und gespalten hat sich der mond also hier steht auch nicht mal mit also hier steht nicht mohammed hier steht auch nicht mal mit und da steht beide genau das gleiche also weißt du deswegen also entweder hast du ein gefälschter koran oder ich weiß nicht hallo kann auch sein dass ein hadith ist oder ich weiß okay alles gut alles gut kann sein dass ich das falsch gesagt habe wurde ja alles gut alles gut okay ja dann lassen das thema wechseln also was ist für dich ein hast du irgendein beweis nachweis was man auch dokumentieren kann dass der koran wahrhaftig von gott kommt oder dass er islam wahr ist also was ist für dich der beweis dafür der koran kommt nicht von gott bruder die mohammed sahabe hat den aufgeschrieben von ihm und muhammed hat den berichtet was gabri der engel gabriel berichtet hat okay aber dieser bericht kommt von gott oder der koran der bericht kommt von gott gott hat das zu gabriel gesagt und gab es weiter mit gesagt okay okay und was ist der beweis für dich dass der islam eine wahre religion ist und von gott kommt oder ich habe so ein so ein beweis habe ich jetzt gerade wirklich okay alles gut alles gut verstehe ich finde es ehrlich ich finde ich ehrlich und so muss es sein so jemand sagt ich soll ihn annehmen ich weiß ob es andere muslime anfrage geschickt haben warte mal ich sehe nach mit ich weiß ob ich hoffe das ist ein muslim vielleicht kann er dir helfen oder medi ich weiß nicht wo ist medi ok medi so hallo medis muslim ja ich musste ok schön dass du da bist wie kann ich dir helfen ich möchte ja dir helfen dass jesus ein prophet ist ja ich möchte es mir helfen dass jesus ein profit ist und der beweis mir also warte mal warte mal warte mal wirst du mir beweisen dass er nur ein prophet ist oder willst du mir beweisen dass ein prophet ist weil ich weiß dass ein profit war ja ja richtig also nur ein profil genau ok damit weiß mir dass er nur ein profil ist aus der bibel ok erstmal erstmal du sagst ja jesus ist gott und unser logisches verständnis als muslime sagt gott ist allmächtig allwissend all weise und alles was alles ist er diese mit allheilig was auch immer so wie kann wie kann jesus sagen ich gehe zu meinem und eurem gott warum hat ein gott ein gott ja das ist eine sehr gute frage die antwort ist dass der gott den er habt ist nicht irgendein fremder gott oder so sondern das ist sein eigener vater der ebenfalls das ist sein eigener gott also wenn du mir in frage stellt ist es ist doch fair wenn du mich reden das oder das ist aber du darfst die verse nicht verändern er stand drauf ich gehe nicht zu meinem vater auch wenn er aufstehen würde es geht es mein vater in der bibel wird anerkannt dass der vater ein anderes wort für gott ist ich will die gerade antworten ich sage er geht zu seinem vater dann sagst du mir nicht das ist ein vater und der gleiche vers sagt aber das ist ein vater also was nun du zitierst ein wer ich gehe zu meinem vater und zu eurem vater ich gehe zu meinem gott und zu eurem gott genau also wieso sagst du dann auf einmal erst nicht der vater obwohl ich gerade gesagt habe dass er ist ja auch nicht mein vater steht drauf auch zu eurem vater ja er ist nicht dein vater weil der moslem ist aber ist mein vater weil ich ein christ bin weil du bist du bist du dienst ja satan aber ich diene den echten gott und jeder der den echten gott dient ist ein kind gottes aber du dienst ja okay antworte noch mal bitte auf wie kann ein gott ein gott haben so ja deswegen ich hoffe dass du mich nicht unterbrichst ja ich habe dir sogar gesagt ich habe dich gelobt ist eine gute frage ja und ich würde gerne darauf antworten dafür ist ohne dass du mich unterbrichst ja okay so also wenn jesus sagt er hat einen gott das ist nicht irgendwie irgendein götze oder irgendein gott aus wo auch immer japan oder china oder afrika sondern er hat seinen eigenen vater als sein gott angenommen warum weil er ein mensch wurde ja wenn du ein mensch wirst dann er nicht kriegst du dich ja und wenn du dich erniedrigst dann ist die person die höher ist als du dein gott und deswegen hat jesus seinen vater als ein gott bezeichnet weil er ein mensch wurde und laut jeremia 32 vers 27 ist gott der gott aller menschen das heißt wenn der sohn gottes der ebenfalls gott gleich ist wenn er aber mensch wird wenn er teil der menschen wird dann ist automatisch der vater sein gott deswegen konnte jesus sagen ich gehe zu meinem vater zu eurem vater zu meinem gott und eurem gott okay also er hat seine göttlichkeit abgelegt und betet nun auch zu gott nein das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt er wurde ein mensch ich habe nicht gesagt er hat seine göttlichkeit abgelegt ich habe gesagt er hat sich erniedert was sagst du menschen sind nicht göttlich also so oder ist jetzt halb menschlich halb göttlich deswegen also die christliche theologie sagt ja das was wir aus der bibel entnehmen ist dass jesus zwei verschiedene naturen hatte also jesus hat nicht aufgehört als gott zu existieren sondern er hat einfach eine zweite natur angenommen das heißt jesus ist 100 prozent gott und 100 prozent mensch als er auf die welt kam kam er als mensch und hat hier als mensch sage ich mal gegessen getrunken und solche sachen verstehst du alles was er gemacht hat ist dass er sich ein niedrig stadt ohne als diener und profit gedient hat aber das ist nicht alles was er war sondern er ist viel viel mehr als das also das ist erstmal schwer zu verstehen dass du sagst 100 prozent und 100 prozent also 50 50 wäre logisch und sehr schnell zu verstehen aber 100 100 es ist so als als ob du mir sagen möchtest der gott ist so kompliziert du wirst nicht verstehen so ist es ja auch also ja das ist das ist ja ein wunder kann man dann einen wundern nehmen es ist kein beweis nehmen sondern ich würde einfach nur sagen oder du kannst gott nicht verstehen und wie ist das und lass das mal gut sein diese frage wenn wir jetzt sagen würde es gott ist 100 prozent menschen hundertprozentig ist also das was jesus gemacht hat die inkarnation ist ein wunder ein wunder ist schwer zu begreifen es wäre kein wunder wenn jeder das verstehen kann wenn ich nicht frage du sollst mir erklären wie maria eine junge frau jesus zeugen konnte das kannst du mir nicht erklären das ist wissenschaftlich nicht erklärbar das ist ein wunder du musst es so akzeptieren wie sie sagen kann das schon wenn ich dir sagen hat ein gewählt nicht die sache jesus ist 100 prozent mensch 100 prozent gott auch wenn du das nicht verstehst das heißt nicht dass es eine lüge ist sondern dass seine wunder die gott bewirkt hat ja und wir müssen es so annehmen wie sie ist weil es ein lassen wir davon ausgehen dass jesus jetzt 100 prozent mensch und 100 prozent gott ist also er hat immer noch die rechte eines gottes und die rechte eines menschen weil ein mensch wird ja so hat er auch die rechte gott anzubeten wie auch immer so ok er ist aber noch hundert prozent mensch warum nennen die menschen ihn warum nennen die menschen jesus prophet wenn er gott ist ich meine das war doch ganz einfach in gott zu nennen warum warum machen wir es so kompliziert dass sie sagen prophet also ich könnte ich könnte zum beispiel meinen gott nicht prophet nennen auch wenn er auch wenn mein gott im koran prophezeiung gemacht hat er hat prophezeiung gemacht in römer dass die römer besiegt und wieder gewinnen werden gott hat das prophezeit nicht mohammed mohammed zu vorgelesen ich denke trotzdem mein gott nicht prophet ok so du hast recht ja aber du hast die bibel nie gelesen deswegen weißt du das nicht jesus wurde auch gott genannt ja johannes kapitel 22 vers 28 thomas hat zu ihnen klipp und klar gesagt mein herr ein person gesagt dass von allen menschen das man sagt mal reden lassen kannst mich mal ausreden lassen ok so johannes kapitel 20 vers 28 jesus wurde vom thomas gott genannt du hast gesagt es war nur eine person stimmt nicht johannes 5 vers 18 steht dass er sich mit gott gleich gemacht hat johannes 10 vers 30 bis 33 steht dass die juden ihn töten wollten ja weil er sich mit gott gleichgestellt hat ja philippa 2 vers 5 sagt 2 vers 5 bis 11 sagt er war gott gleich und wurde mensch ja erster johannes 5 vers 20 sagt er ist der wahrhaftige gott johannes 1 vers 1 sagt jesus ist gott ja jesai 9 vers 6 sagt jesus ist gott also wie viele beweise brauchst du denn noch ja du hast recht jesus wurde als prophet bezeichnet aber er wurde auch als gott bezeichnet er wurde auch als könig bezeichnet er wurde auch als lehrer bezeichnet er wurde auch als sohn gottes bezeichnet er wurde auch als könig der könige bezeichnet ja also nur weil jesus als profit bezeichnet wird heißt es nicht dass er nur ein profit ist denn mit der gleichen logik wäre jesus auch nicht der messias laut koran weil im koran wird jesus auch als messias bezeichnet ja jesus war ein profit ja aber das ist nicht alles was er war er war viel viel mehr als das und genau deswegen hat er viele bezeichnungen in der bibel auch hohe priester er ist sogar der richter er ist der könig der könige gott der sohn gottes die quelle des lebens und so weiter und so fort und sogar gott also gott der vater hat sogar jesus gott genannt richtig und hebräer 1 vers 8 richtig naja ist trotzdem schwer zu verstehen zum beispiel jetzt auch warum jesus sagt der vater ist größer als ich also ist das also ist der vater stärker und was auch immer als jesus okay der ist halt mensch alt mensch aber gott ist immer noch ein wort was man benutzt wenn jemand allmächtig ist es gibt kein stärker sein also noch mal ich habe nie gesagt jesus ist halb mensch ich habe nie gesagt jesus halb mensch habe gesagt er ist hundert prozent gott hundert prozent mensch vollkommener gott vollkommener mensch nun die frage die du stellst ist berechtigt ja warum sagt er der vater ist größer als ich jetzt denkst du das bedeutet das war schon das glaube ich schon antwortet weil er mensch geworden ist hat er sich gegenüber gott erniedrigt oder so richtig das auch noch dazu aber warte mal so genau also du denkst wenn er sagt vater ist größer als ich bedeutet es automatisch der vater ist besser als er und solche sachen das ist aber eine das ist aber die falsche bedeutung ja jesus dankeschön 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 jesus meinte auch dass die jünger größere dinge tun werden als er heißt es dass die jünger mächtiger sind als er nein ja sondern größer hat viele bedeutungen das wort größer ist mehr aber größere dinge oder größer als ich was bedeutet dass das kann bedeuten du bist wirklich körperlich größer als nicht richtig oder du bist immer mehr genau wie du siehst das hat mehrere bedeutungen so und alles was jesus damit sagen wollte ist der vater hat einen höheren status als er warum weil sich jesus ja dem vater gegenüber erniedrigt hat und dem vater gedient hat deswegen war der vater automatisch sein boss und somit war der vater größer als er aber die bibel sagt dass er jetzt wieder die gleiche ihre hat die er vorher hatte bei dem vater der steht im johannes 17 vers 5 oder philippa kapitel 2 vers 5 bis 11 noch mal zur frage damit sage ich verstehe und nicht jedes mal ein jahr wieder die frage stelle und so warum nennt man jesus prophet also warum nennt man ihn nicht warum nennt man jedes prophet weil ein prophet ist doch nichts anderes als ein mensch ja der gott dient richtig der der aufgaben von gott bekommt richtig und jesus wurde ein mensch und hat aufgaben von gott bekommen und deswegen trinkt er den selbst entschieden oder wenn du mich wenn du mich was fragt damit damit du nicht abschneiden unterbricht das ist wort ausreden ich meine nur damit du nicht abschweißt vom thema und nicht so viel erzählen ist keine sorge jesus war ein prophet weil er ja von dem vater gesandt wurde und den vater den vater gedient hat aber das ist nicht alles was er war er hatte viele aufgaben das habe ich doch gesagt er hatte die aufgabe als prophet zu dienen ja er hat aber auch die aufgabe tote aufzuerwecken er hat auch die aufgabe als messias zu regieren er hat auch die aufgabe als könig zu regieren er hat auch die aufgabe die menschen zu richten er hat auch die aufgabe gekreuzigt zu werden er hatte sehr sehr viele aufgaben von gott bekommen er ist auch der hohe priester das heißt wenn ich wenn wenn die bibel sagt jesus der hohe priester dann heißt es nicht er ist nur der hohe priester ja sondern man muss alles gucken was die bibel über ihn sagt das heißt er ist sowohl hohe priester als könig als richter als gott er ist der sohn gottes als profit alles weißt du sonst müsstest sagen dass jesus entweder nur der profit ist oder nur der messias ist weil der koran sagt auch dass jesus verschiedene aufgaben hatte der koran sagt dass jesus ein profit war oder gesandter aber der koran sagt auch dass jesus der messias ist das heißt mit der gleichen logik müsste ich jetzt auch fragen okay was denn nun entscheidet ich ist der profit oder ist ein messias für uns ist der messias nicht bedeutet nicht heißt gott das habe ich nicht das ist nicht meine frau uns ist messias er retter genau ist jesus der messias oder profit oder beides ein profit kann auch retten ist 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 mohammed messias der kriegt die rolle des messias nicht aber kann man ich könnte es auch sagen also weil aber das problem ist dieses dem haus hier ist könnte ich aber trotzdem sagen hier mohammed uns alle gerettet wir waren vom weg abgeweift wir werden jetzt alle in der hölle weil wir alte vom weg abgekommen sind aber er hat uns alle gerettet wenn er es war es ist würde ich sagen morgen ist auch ein messias ja morgen ist auch ein messias würde ich jetzt so sagen aber jesus hat die stelle der jesus hat dieses diesen titel bekommt ist mohammed der messias ja oder nein nein okay das heißt nur jesus ist der messias richtig richtig der hat den titel bekommen ja genau ist jesus aber auch ein profit ja und er ist auch ein mensch und er hat auch der ist auch der 2 und er ist auch der das heißt okay das heißt jesus hat zwei verschiedene funktionen richtig ja kann man sagen okay genauso hat jesus bei uns nicht nur zwei verschiedene funktionen sondern mehrere funktionen das heißt wenn da steht jesus ist ein profit ja das stimmt aber auch der messias und auch die anderen dinge okay als der als gott jesus geschickt hat der hat ihn ja gesandt mit aufgaben ja warum warum lässt sich ein gott von einem anderen gott was sagen weil es sein vater ist und er ist gehorsam und wir sollen ihn als beispiel nehmen mit vater meinst du leiblicher vater ich glaube ich habe mit dir vorhin geredet und gesagt dass wir nicht von biologisch reden wenn wir sagen er hat einen vater sondern es ist etwas geistliches oder ja genau das heißt wenn du sagst leiblicher vater ich weiß was du damit sagen willst also ich will nicht sagen wenn ich sage vater das irgendwie der vater irgendwie jesus gezeugt hat mit einer frau das will ich nicht sagen sondern vater ist etwas geistliches und es hat etwas mit seinem beziehung zu tun ja er ist ewiglich der sohn gottes schon seit der ewigkeit er wurde nicht irgendwie von einer frau in der ewigkeit oder wo auch immer geboren durch sechs oder so sondern er war schon immer da also er war schon immer der sohn gottes und gott war schon immer sein vater und sein grund das schreibt die man fragt ihm mal nach der schaffung adams mit keine ahnung auf jeden fall der grund warum er sich du hast gesagt wenn er gott ist wieso sie lässt sich von einem anderen wort war sagen philippa 2 vers 5 sagt die sonne gelesen was du gerade auf ein bild hast wer hat das geschieht wird das geschieht paulus genau ließ man das gerade offen wenn ja dann diesmal vor wenn er das habe ich für habe ich schon gelesen also laut den texte laut dem text ist jesus gott laut dem text richtig und gibt es aber welche christen bezweifeln paulus oder so ich weiß diese noch blind wo hat man ich nehme einen anderen gast an vielleicht kann ich kann dir helfen hallo muss man ja oder hallo so mit dem shop für deine ganzen fragen sind beantwortet also du hast nicht unbedingt lukas 18 27 was beim menschen möglich ist es bei gott möglich warum nicht bei jesus möglich weil jesus gott oder bei jesus und möge jesus und gott aber der spricht doch selber ja aber die man kann die worte ja die sind ja wie nennt man das auf deutsch austauschbar verstehst du also ob jetzt gott sagt oder jesus wenn jedes gottes ist das gleiche ist das gleiche aber hat er nicht gesagt dass ich das ist das ding das sind geheimnisse der bibel die man versteht wenn man die brille der bibel wenn man will das verstehen will und jesus spricht immer in gleichnissen verstehst du das heißt wenn jesus sagt bei gott sind alle dinge und müde sorry bei gott sind alle dinge möglich da meint er natürlich auch bei sich sind alle dinge möglich weil er gott ist aber er spricht den gleichnissen menschen weiß was gleichnisse sind im prinzip also er spricht in metaphern damit nicht alle ihn verstehen es gibt ich weiß gerade nicht wo das steht in matthäus menser weißt du wo das steht wo wird bist du zu jesus ich bete zu gott also jesus aber ab und zu denken im gebet erwähnst du jesus ab und zu erwähnst du vater oder jedes mal vater und jesus ich erwähne meinen gebeten immer alle drei immer immer das sind ja auch drei funktion im prinzip gott der vater hat eine funktion gott der sohn hat eine funktion und gott der geist hat eine funktion verstehst du unter anderem hilft uns gott der geist der vater hat den geist über uns ausgegossen aber das jetzt sehr tief im wort aber ich erkläre es trotzdem vielleicht verstehst du das damit um uns zu helfen um uns zu leiten und wir sind zum beispiel auch der tempel des heiligen geistes verstehst du dass die funktion des heiligen geistes und die funktion von jesus war das dass er am kreuz unsere sünden starb und uns rein gewaschen hat und natürlich erwähne ich jesus auch bei gebeten weil ich ihn dafür danke was er getan hat weil jesus auch heilt immer noch heute verstehst du deswegen man kann immer alle drei wenn man die bibel lief versteht man auch wie man die benutzen kann aber man kann immer alle drei alle drei personen erwähnen wärst du wärst du in der zeit von jesus als er gelebt hat wärst du da gewesen hättest du ihn angebetet so richtig körperlich mit verbeugen und die medien stellst du sehr viele philosophische fragen ist nicht philosophisch hätte 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 verrat könnte dann stelle ich das anders die leute die zurzeit von jesus gelebt haben haben ihn angebete da haben die gesagt nee du bist ja noch mensch sobald wieder gott ist werden wir anbieten oder will ich das wir haben angebetet das wie gesagt habe die folgen johannes 20 jetzt kommt jetzt stellt mich die frage welche pose hatte der jesus in dem moment gehabt pose zum beispiel jetzt war er am sitzen wo er angebild wurde ist er kurz stehen geblieben und die leute war dann gehen und haben die gesagt hey kannst du kurz warten bitte oder wie war das oder hat er ignoriert oder hat er gesagt ob man sagen die medien hörest mich ja ich stelle mir richtig danke dass du da warst ich habe leider keine zeit mehr deswegen ich muss jetzt schnell machen weil ich muss gleich rausgehen so aber ich denke ich habe den fragen schon beantwortet so wo ist das lied zum hallo volkan hallo ja ich habe eine frage ich bin dreizehn aber ich habe nur eine frage dann gehe ich auch wieder raus hörst du mich ja danke dass du da warst so richtig typ und klar ab 18 hallo weiß was das beste zeichen im islam ist für uns muss erst mal erst mal bis muslim handel da bis zum schluss hier ok das heißt du wirst in die hölle gehen mehr schau mal menschen lassen dass die menschen glauben was sie wollen weißt du sagt nicht sagt dann anbieter oder irgendwas weil wir beleidigen ja auch nicht den christentum oder ich weißt du kannst ja das tun was du machst jeder keine hat was dagegen wirklich aber wenn du versuchst beleidigungen zu machen im islam ja sagt dann anbieter und so ist es bist du bist du hast weißt du wenn du ein mensch bist der jesus lieb oder nächsten liebt dann musst du einfach das akzeptieren verstehst du oder nicht die menschen ganz ja aufklären keiner sagt klär nicht auf oder versuchen nicht aufzuklären wenn du deine meinung bist aber versuchen nicht so was zu sagen weil ich glaube das passt ein christen nicht oder irgendein moslem gegen einen anderen und kein problem sagt was du hast nicht auf dem herzen mein herz was soll in mein herz liegen du sagst du mir sagt mir ein beweis dass der islam der richtige glaube ist allah warnt uns von euch er sagt dass wenn menschen hören denn islam sie werden wissen vom islam sie werden lesen vom islam sie werden trotzdem sagen es nicht der richtige glaube dass der einzige ist der einzige weg für uns wo wir dran noch mehr glauben durch euch das ist der beweis das ist der beweis das islam war es allgemein einer der größten beweise für aber aber das gleiche steht auch in der bibel dass man euch ablegen wird in der bibel steht viel in der bibel steht viel was man selber reingeschrieben hat aber das weiß ja jeder jeder zweite dass das die dass der koran einfach fehlerfrei ist ist ja einfach natürlich 100% ja jetzt habt ihr jetzt den herr die ganze welt hat sich zusammen gehockt wollten und fehler finden und ihr habt es jetzt gemacht ihr google profis wo ich kann die fehler zeigen wenn du bist also du musst nur sagen es gibt kein fehler ich diese fehler was du interessiert was du mir da liest den koran zu verstehen brauchst recht viel also sogar ich was ich lese muss ich selber noch mal nachfragen ob ich es so verstanden habe wie ich es gelesen habe oder anders formuliert wird also das ist nicht einfach irgendwie lesen also es ist ja so ein gedicht also wenn ich jetzt ich war ich sage die ganze ich war im klasse ich habe die bibel gelesen katastrophe dachte ich mir guck mal mein bester ist eine mehr wenn du willst mein bester wenn du willst zum beispiel ich kann dir verschiedene fehler im koran zeigen ich kann die widersprüche zeigen ich kann dir wissenschaftliche fehler zeigen ich kann dir fehler im urtext zeigen muss nur sagen welche fehler du siehst und ich sage geht es und noch einmal hier in der streaming diese leute die schreiben albaner sind christen und so schau mal die reden hier ich will es nur dass sie alle mit hören dass sie alle hören hier in unserer heimat redet keiner von wenn du wenn du kommst dann redest du mit mir ja wenn du kommst wenn du mit den leuten im chat reden wir sagen musst du unten bleiben und mit den schreiben bist du bezeugt dass jesus gottes ich will diese frage dir stellen als mensch ich stell dir jetzt als mensch lass mal glaube ich will dir stellen und sagen wie glaubst du dass jesus gott ist was hat die bevor ich die bevor ich die frage beantwortet weil ich habe jetzt gerade eine stunde lang diese frage beantwortet aber ich will etwas nicht im raum stehen lassen und zwar diese koran hat kein fehler das ist ein mythos also wenn du unbedingt willst ich kann dir das zeigen ich kann dir verschiedene fehler zeigen wie der koran hat aber also falls du dich traust kann ich dir gerne zeigen falls nicht können wir gerne auf die gottheit von jesus gehen ist kein problem also ich sollte beweisen warum jesus gott ist naja jetzt was dich überzeugt dass jesus gott ist naja erstens weil jesus mich retten konnte ja nur gott kann retten jesus hat meine tschuldigung also jesus hat mein leben verändert ja ich habe eine beziehung zu jesus plus wenn ich die dinge sehe die ihm in seinem wort geschrieben stehen in der bibel geschrieben stehen über ihn ja es gibt ja er tut dinge die nur gott tun kann er sagt dinge die nur gott sagen kann ja und über einen gibt es so viele zeugnisse und es gibt keinen anderen grund zu verleugnen dass er gott ist und das überzeugt was denkst du was denkst du über diese welt glaubt dieser welt ist eine illusion für uns oder ist es die realität in dieser welt ist die realität aber jesus hat die welt überwunden ja er regiert gerade über uns und er wird irgendwann zurückkommen und die ganze welt richten und jeder der ihn abgeliehen hat wird in die hölle gehen warum denn der ist doch dinge ist barmherzig oder nicht das ist ja deswegen hast du ja jetzt noch die chance umzukehren wenn er nicht barmherzig wäre dann wärst du jetzt schon tot oder ich stelle ich stelle mir die frage so wenn gott mich fragen würde warum du nicht an jesus geglaubt ist sage ich ganz also ich sage das ganz offen wieso soll ich denken dass menschen was du erschaffen hast dich überwältigen und dich töten und aufhängen und ich verfolge dich verraten ein gott ist es nur südlich dass wenn gott dich das los bist du dir sicher dass ich darf also das lustige ist die muslime man denkt ja alle kassetten in euch ganz kurz also hier muss die man denkt manchmal ihr seid alle papadei weil ihr plappert nur marcel krass macht das ist das lustige ihr denkt nicht selber nach ihr guckt irgendwelche videos und klappert ihr einfach nach eigentlich ist das ist dieses denken dieses billige argument von mache krass ist kein logisches denken sondern das es gibt vieles ich könnte gott immer fragen wie soll ich denken dass das wie soll ich denken dass das wie soll ich denken dass das es geht nicht darum was du denkst es geht darum was gott sagt oder tut ja was wir denken spielt bei gott keine rolle deswegen bitte hört auf machte krass nach zu klappern er ist genau so ein jahri deswegen glaubt die waren in jesus christus und ihr werdet gerettet werden naja wie gesagt möge allah euch recht leiten weil ihr seid irre gelaufen ihr wisst nicht was ihr tut ja natürlich jesus sagt er selber von sich selber aus ihr hört nicht ihr gehört nicht meine wörter zu ihr versteht nicht was ich sage und ihr macht es trotzdem das ist genau das waren seine letzten wörter an die an euch den christentum gab es ja normalerweise juden sein der christ du bist erneut zurückgekommen und habt ihr einfach ein bild das eine lüge natürlich ist eine lüge jesus sagte in johannes 10 versieben und zwar ist meine scharfe die kalassenstorien jesus sagt dem johannes 10 meine scharfe hören meine stimme und sie folgen mir ja und sie gehen nicht verloren ewiglich und ich gebe ihnen ewiges lieben keiner kann sie aus meinen hand reißen ich und der vater sind eines das sind die worte von jesus ja und jetzt aber sagt der jesus von sich selber ich bin christ was wie soll jesus christ sein wenn er der anführer der christen ist ein christus jemanden der jesus nachfolgt wie soll jesus selber sich nachfolgen erzimmer schau mal er hat doch nicht von sich selber ist es ist so wie wenn ich sage ich so wie wenn ich sage zeigt ihm aus dem koran wo allah sagt ich bin ein muslim genau so ein argument ist dass man sagt allah sagt ihr seid ist allein muslim allah sagt wir sind muslime und es aller selber ein muslim ist allein muslim der ist mit dem muslim ist er ein muslim jesus auch mit den kristen ist allein muslim ja oder nein er aber jesus ist in 3 also verstehst du meine frage ist ist allein muslim ja oder nein es ist gott auch jesus ist gott auch christ ist gott euer gott christ der vater von jesus was ihr seid ist ein christ so wie sich selber nachfolgen macht keinen sinn und jetzt frage ich dich weil du ja sagt das ist dumm ist allah ein muslim ja oder nein man kann ihn nicht irgendwie abstempel ob er muslim ist oder ob er das ist es geht nicht dass das ist der herr danke dass du da warst so das ist unglaublich also merkt ihr das sind so dumme argumente das ist nicht normal also nee hat sich einmal selber widersprachen merkst du das ist unnormal also das gleiche ja immer so nach plappern die sind so wie papagei einfach was der kraft ist gesagt dann war man sie einfach nachvollziehen wurde aber aller ist muslim du musst mal die surah 3 vers 18 lesen kennst du das nee bruder ja bei aller aller spricht die schahada zu sich selbst genau er sagt in surah 3 vers 18 bezeugt dass es kein gott gibt außer ihm und ebenso bezeugen die engel diejenigen die wissen besitzen der wahre der gerechtkeit es gibt kein gott außer ihm der allmächtigen und dem allweisen muslim bruder die sagen warum beten wie gott zu gott ja warum spricht da mal die schade naja egal wir machen es kommentiert er hat muhammad rasul allah vergessen so ja das liegt zu lange ja wirklich wieso dauert es so lange bei denen ich nehme ihn runter ich muss weiter in zehn minuten raus ich nehme einmal an emra hört sich muslimisch an ja also das was er hier zum beispiel sagt mit allah bezeugt selbst dass nur ein gott erstens mohammed hat er den islam auf die erde gebracht das heißt nicht gott hat das gesagt sondern mohammed okay warte mal warte mal und zweitens warte mal warte mal ich bin nur deshalb jeder normalen mensch warum soll ich nicht jeder normaler mensch warum sollte gott sich so klein machen und sich selbst ein menschen machen was er selbst erschaffen hat logisches denken kann schon wir sagen das kann nicht sein jesus war nur ein prophet jesus war nur ein prophet jesus war kein gott ein mensch kann kein gott sein das geht nicht merkt euch das stellt euch selbst die frage warum sollte gott sich so klein machen so klein das geht gar nicht das geht nicht gott ist viel mehr als das kann gott das nicht gott kann alles aber warum sollte er das machen warum kann ich dir sagen weil er dich liebt kannst du es glauben allah liebt mich das stimmt okay du hast gesagt mohammed hat den islam gebracht richtig auf die welt auf die erde ja okay ich dachte jesus war ein muslim jesus war jesus war kein christ also war war jesus christ ich dachte jesus war ein muslim wie soll jesus muslim gewesen sein wenn mohammed den islam 600 jahre er hat nie gesagt er war nie gesagt dass er christus jesus war jude jesus war auch kein jude okay dann wie soll jesus muslim gewesen sein wenn mohammed laut dir 600 jahre später den islam auf die welt gebracht hat ich sag es guck mal ich habe es doch gar selbst verantwortet er hat selbst nicht mal gesagt er hat selbst nicht gesagt dass er christus hat nie gesagt er war ein moslem er hat an gott geglaubt und in seiner zeit dann kam halt der islam aber er selbst war ja nie christ also war ein moslem immer schon naja alle propheten alles alle propheten muslim 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 das ist auch mal also ok immer komm mal danke dass du da warst ja hast du noch was zu sagen oder aber sie gewissen noch was sagen logisches denken sag ich eigentlich sein islam gerade komplett vernichtet indem er sagt in surah 3 vers 18 spricht mohammed also spricht mohammed im koran das wussten wir alle schon lange hat das halt bestätigt und er hat auch bestätigt dass mohammed den islam gebracht hat und jesus nie moslem war das war der ehrlichste muslim den ich in ayatik doch gehört habe das kannst du kein erzählen ja wirklich hallo nagy grüß mich doch grüß erzähl mal was liegt auf dem herzen grüße ich grüße ich grüße ich doch zurück was liegt auf dem herzen darf mich doch nicht grüßen wieso was sagt ich weiß doch gar nicht wer du bist du denkst du denkst du denkst ich bin in eine falle eingetappt ich wusste genau dass du das sagen willst ja aber du hast nicht du hast nicht überlegt ich habe mich ja gar nicht gefragt du muslim bist deswegen das thema was ich muss wo sieht man das das thema wo sieht man dass du muslim ist der thema durch deinen schwarze haare konnte man so nehmen also wenn du das so siehst das heißt jeder der schwarze haare muslim ja ja nicht schon mal denkt aber man kann schon okay das andere anbieten okay das heißt ich sollte dich verurteilen bevor du redest ja ja oder nein alles gut alles gut was liegt auf dem herzen erzähl mal wenn ich stelle dir jetzt einfach eine einfache frage okay darf ich dir danach auch eine frage stellen oder bist du ja und du stellst dich jetzt mit einem mann und deine frau geht dazwischen und haut ihnen in die eier gilt dann deine frau als eine heldin oder nicht deine eigentliche frage ist du willst mich wieder in eine falle tappen weil du denkst ich kenne diese stelle nicht aus dem hausen dass ihre hände abgehackt werden soll man ist diese stelle du kannst auch direkt sein mit mir bei mir bei mir musst du nicht so hinterlässtig sein okay ich durchschau dich schnell okay weil du musst nicht dieses ein auf netto nein auf blablabla philosophieren und so sei direkt und ich sagte ein beispiel ja okay also diese frau sie hat tausende möglichkeiten dich zu retten sie kann hilfe holen ja sie kann den mann mit irgendwas schlagen ja sie kann den mann wegschubsen ja aber wenn sie seinen hoden anfasst das ist das macht kaum jemand welcher mensch sie zwei personen streiten und das erste was sie tut ist fest die hoden an also sowas schon mal gesehen das gab meine frage aber nicht beantwortet ich weiß dass deine frage darüber hinaus laufen will ja oder nein habe ich recht oder habe ich meine frage gerade nicht beantwortet einfach meine frage okay wenn ich diese frage beantwortet ja dann verspricht du mir dass du nicht wieder zurück auf das kommen wird was ich gerade zitiert habe verspricht mir ist meine frage ja oder nein geht sie für dich als anhalt oder nicht ja sie gilt für mich als eine helden ja okay warum sagt deine bibel dann fünfte buch mose kapitel 25 vers 11 bis 12 dass das zu ihrer hand abhaken sollte sportlich wie dumm du bist das kann doch nicht dein er sein doch das kommt er sein okay guck mal hey du hast mir ein knockout gegeben ja du hast mir ein knockout gegeben ich bin mundtot ja ich kann das sofort beantworten okay mit mit mir das antworten okay mein lieber freund wenn du einen text nimmst aus dem alten testament der mehrere tausend jahre alt ist musst du den art des textes beachten der text redet dort wenn die frau ihre hand ausschreckt wenn du in anderen kontext das liest ist das immer ein gewaltakt das heißt wenn gott seine hand ausstreckt zum beispiel dann streckt er sie aus zum kampf oder zum krieg die frau hat hier die zeugungsfähigkeit des mannes zerstört das ist damit was da in dem antiken text mit geschrieben ist sie hat also nicht einfach nur den moden mal angeklopft oder irgendwas anderes gemacht sondern sie hat ihn zerstört das ist die bedeutung dahinter und strafe damals war immer im verhältnis zu dem was dort getan wurde die zeugungsfähigkeit eines mannes damals war extrem hoch angesehen der mann konnte danach nicht mehr in den tempel gehen das heißt er war zu zu teilweise zu den dingen ausgeschlossen die für ihn enorm wichtig waren in seinem nicht tempel das war die stiftshütte aber es was gleiche das heißt es hat eine ganz hohe bedeutung gehabt und damit hat die frau hier eine hohe straftat gemacht in der antike vor tausenden jahren wenn du impliziert dass es für uns heute noch gilt dann hast du unsere schrift nicht gelesen johannes 1 17 18 sagt dass das dass das gesetz durch mose kam gnade und wahrheit kommt aber durch christus wir sind im neuen bund das ist sowieso für uns nicht mehr gültig aber du musst das was dort passiert ist in dem level der damaligen straftat sehen und wenn du versuchst dann als moslem uns irgendwas zu sagen bei euch werden ehebrecherinnen gesteinigt ich würde mal ganz still sein und wirklich vorsichtig sein mit solchen primitiven aussagen wenn du den text vorher nicht gelesen hast wenn du den kontext nicht gelesen hast du mich einmal ein bibel kommentar in der hand gehabt hast wir machen das nicht wir lesen eure passiere wir lesen die hadith wir informieren uns wenn man wenn ich mit so einem primitiven ansagen muslimischen raum reingehe über den koran werde ich auseinander genommen warum machst du sowas erklär mir das doch mal warum du mit so einer primitiven sache hier hochkommst bruder die steinigung ist bis heute gültig die ist bei ihnen bis heute gültig um mohammed selber hat gesteinigt in sunnan abedawod 441 sagt selber ehebrecher ja und das weiß ich aber warum kommt er wie ein jahr hier hoch hat keinen blassen schmerz das wirklich bedeutet hat sich nicht einmal informiert was das bedeuten könnte und kommt da mit so einer blöden wenn hier ein streit ist und bebebebebebe ja also wenn wir uns über texte unterhalten wenn wir uns über antike biblische texte unterhalten dann bitte informiert dich vorher bevor du hochkommst ja okay du brauchst aber nicht persönlich zu lernen okay dass mich die jahre oder sonst irgendwas nicht sagt okay ja aber guck mal aber sei doch mal ehrlich sei doch mal ehrlich es ist klar sei doch mal ehrlich hast du einen bibel kommentar vorher gelesen natürlich ich war doch selber 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 kommentar vorher gelesen was nicht wirklich informiert er war orthodox ja ich bin doch du warst früher orthodox das kassel das vaterunser aussprechen kennst du die sieben gaben des heiligen geistes man kann ich nicht kann ich nicht haben was glauben orthodoxen was glauben orthodoxen dann macht doch tekiah das ist doch du hast niemals diese stellen ja noch in bibel kommentare alle behandelt das was ich gerade erzählt habe das ist ein gewaltakt ist die parallel verse das habe ich doch nicht mehr selber ausgedacht das habe ich in bibel kommentaren gelesen weil ich mir die zeit genommen habe also du bist persönlich du bist jetzt persönlich betroffen weil ich dich als unwissenden bezeichnet habe ja ich wiederhole dass du bist du bist unwissen du hast doch gezeigt dass du kein wissen hast okay mir die auch eine frage stellen ja bitte mohammed hat gesagt wenn du wenn dein kind nicht betet sollst du zum gebet prügeln was sagst du dazu ok bringen wir bitte den beweis sondern aber da wird 495 übrigens nur mal für die zuschauer ihr könnt auf meinen kanal gehen ich habe diese frage übrigens beantwortet mit der hunter packen mit einem video mit allen quellen und allen angaben da findet ihr das nur wer das wer sich erkundigen möchte ich will keine werbung für mich machen weil ich brauche das nicht aber wenn ihr euch das angucken wollt das haben andere kisten auch schon beantwortet aber unter anderem findet ihr auch ein video bei mir darüber stark genau also ich denke ich denke das haben sie alles sehr sehr viel sagte über einmal bin schreib über sein vater über sein großvater den gesamten gottes möge gott gebet und frieden auf ihm sein sagte ihre kinder ging durch das gebet als sie sieben jahre alt waren und sie schlugen sie darauf und sie waren kinder von zehn jahre sie trennten sich zwischen ihnen im scho im schloss hallo ich wollte nur sagen ich glaube nicht dass jesus christus gott ist und dass er der sohn gottes ist weil das der koran sagt der koran sagt jesus ist nicht gott oder der sohn gottes und und der koran wird also im koran steht auch dass leute kommen werden und nur verse benutzen die sie nicht verstehen und das verstehen wollen was sie verstehen wollen du wirst sogar im koran erwähnt mensch also du mensch messer oder wie heißt du wirst sogar im koran erwähnt in surah 3 fest 7 da kommst du da wirst du beschrieben ist ein profit verstehst du das im koran erwartet ganz kurz ganz kurz wir haben wir uns keine hat diese wir muslime glaube ich an der diese die diese sunniten und schicken glaubt man die hat diese aber sunniten und schicken sind keine muslime weil die hadise sind verboten im koran steht das guck selber nach wenn du mir nicht die sunniten ist verboten in suche 33 fest 60 und 61 da steht dass die sunniten verboten ist da steht das nur was der kuh was steht denn im koran über mich ja zum beispiel hier guck mal guck hier soll ich dir das vorlesen was steht im koran über mich ich kann das vorlesen dass da kommst du vor im koran kommst du vor hier in suche die sieben brands vers 7 hier guck lass mich das lass mich das lesen guck mal das ist dein dort du kommst im koran vor das ist du wirst sie beschrieben hier er ist es der die das buch herab gesandt hat es enthält eindeutige grundlegende verse die den kern des buches bilden und verse die verschieden gedeutet werden können diejenigen aber die im herzen abwegige absichten hegen befassen sich vor eigentlich mit den nicht eindeutigen mit der absicht verwirrung zu stiften und eigene deutung zu entwickeln musste hier stetschen man ja doch oder in adam ich muss enttäuschen wir kommen da nicht vor wir gehen von vornherein davon aus dass nicht eine alia von gottes im gesamten koran deshalb wir weisen euch mit unserem wissen auf die fehler und die logischen fehler und die theologischen fehler im islam hin und ja aber auch hier bin ich das noch mal ganz ganz kurz nur dass du verstehst das handelt nicht über uns denn wir gehen wir gehen nicht und sagen und dieser vers ist klar und dieser ist unklar und sind alle verse falsch wir zeigen euch nur dass es extrem viele unklare verse gibt fehler gibt falsche aussagen historische fehler wir zeigen euch das im koran aber nicht ein aja im koran ist für uns wird richtig nichts davon ist von gott okay ist das kann sie dann richtig was sie steht okay ist das nicht richtig was sie steht dass dass ihr verse benutzt die ihr nicht versteht und die man nicht eindeutig benutzt zum beispiel fährst du den menschen ganz kurz zum beispiel benutzt immer suche von 65 fest fünf weil ihr das nicht versteht ihr versteht das nicht ich habe eure eigene deutung entwickelt danke schon du hast uns erleuchtet du hast gesagt ich stehe im koran jetzt aus wegen ein fest vorgelesen okay kein problem nun kannst mir mal die suche nennen die ich heute aus dem koran zitiert habe wir haben zum beispiel du hast bestimmt suche 65 zitiert vers 5 das habe ich gemacht das sagen das angebt dass wir angeblich kleine kinder heiraten dürfen und das stimmt nicht nirgendwo steht im koran dass wir kinder heiraten dürfen im koran steht klar und deutlich zum beispiel dass man keine kinder heiraten dürfen im koran steht zum beispiel dass man kinder nicht dass kinder nicht heiraten dürfen kinder dürfen nicht heiraten steht im koran weil sie mit geld nicht umgehen können also im koran steht warte ganz kurz nein du sagst ich stehe im koran ja du sagst nicht im koran und dann zitierst du ein vers wo es heißt irgendwelche leute nehmen die mehrdeutigen verse im koran okay kein problem und jetzt frage ich dich weil du ja sagst ich bin einer davon nenn mir mal bitte die suche die ich heute aus dem koran genannt habe die angeblich mehrdeutig ist ja ich weiß nicht okay warum glaubst du nicht an den koran also ich glaube nicht an den koran aus anderen gründen also du musst doch eigentlich das muss einen bestimmten grund hier haben dass du nicht an den islam glauben willst dass du du willst nicht daran kommt das ist der grund da muss doch ein grund geben ja es gibt viele gründe historische fehler mohamed wurde gewöhnt und mohamed ist keine starb profil aber das steht gar nicht im koran dass er geweckt wurde steht nicht im koran das ist das sind lügen wie gesagt ich sagte diese hat diese lügen diese sunna lüge das steht sogar im koran ich kann dir das zeigen in suche 33 33 steht klar und deutlich dass diese sunna lügt dass diese hat diese lügen und dass diese sunniten und schieten lügen das sind alles und wieder das ist immer einmal kurz sagen warum hat sie die ganz vorlauben ganz kurz bitte markt weil der hat uns als unglaublich besser geht du sagst dass du ein profet bist du beleidigst du werden das mal jetzt wir reden jetzt nicht über mich nicht über mich haben aber ich sage diese so nirgendwo ein muslimisch mal ganz kurz messer das ist immer du bist kein muslim man muss verstehen nur nach kuran geht ist muslim wer wird das vierten bei stelle wenn du sagst ich habe geboten hatte wenn du sagst ich bin ein kuran steht es wo steht es im koran dass seine gebets waschung ungültig wird durch was zeigt man fast das ganz kurz gesagt also senat ist auch ein muslim deswegen ihr mein erstes muss mich schwöre bei gott ist kein muslim weil er den weil er gott gefährten bestellt er sagt ich er sagt auch er sagt buchhari ist gott er sagt das ist doch wenn du sagst wenn du sagst wenn du sagst wenn du sagst diese bücher von buchhari sind genauso wie die bücher von gott du sagst nur koran koran zählt stimmt ja nur koran was macht deine gebets waschung ungültig wo zeigt man wo steht das ja weil ihr das erfunden habt ja die gebets waschung ist ungültig wenn du zum wasser im mund nimmst oder was in die nase nimmst das ist das macht ein gebet eine woche weil das ist so mal wieder das ist eine woche wenn du hast doch wenn du was neues hinzufügt wenn du zum beispiel was deutschland zum wuchs zum beispiel gott sagt was euch das gesicht die hände die arme und die füße und streiche über den kopf haben wir jetzt was neues hinzufügt wenn du zum beispiel auch wenn du warst in die nase nimmst weil das gehört sich nicht und dann muss ich sag mal was macht das ungültig was ja ich sagte doch wenn du wenn du wasser in die nase nimmst wo steht das mich gesuche 5 6 wo steht dann du musst wasser in den mund nehmen oder in der nase zeigt man wie du wartig mit zeichn ja hier ja hier gläubige wenn ihr beabsichtigt oder gläubige wenn ihr beabsichtigt das gebet zu verrichten dann was durch die dann was durch das gesicht die hände die arme bis zu den ellbogen die füße bis zu den knöcheln und streicht euch über den kopf wenn ihr rituell unrein seid müsst ihr den ganzen körper waschen wenn ihr auf reise seid oder krank seid nehmt dann staub ich kann das auswendig war falls falls also ich habe das jetzt nicht raus ich will die neue bestelligen maul schmeißen weil er die ganze zeit ich sage warum benutzen diese leute hier immer die sunna die ich habe bis jetzt nicht mal einmal gehört wie sie gesagt haben hier koran kuran die haben immer gesagt dass sona in der sunna den grüßen und städten sollst deinen sohn schlagen wenn er wenn er nicht betet wo steht dem koran man soll seine kinder schlagen wenn du deine kinder streichen den islam die welt den islam hassen wenn du zum beispiel ein kind zwingst zu bitten und ihn dabei steckt da wird er doch den islam irgendwann hast du wenn er groß wird das ist verbot man darf keine kinder stand nicht mal frauen darf man schlafen wirklich das war das weiseste was schon in einem jahr gehörter bravo das ist auch so wert wird wer ein kind zu etwas zwingst wird er doch irgendwann das hassen immer wird er dich beleidigen und sagen guck mal der hat mich gezogen und jetzt verschießt oder bruder bruder adam und jetzt ließ bitte suche 4 34 wo du deine frau schlagen naja steht nicht okay warte ich lese suche ich lese ok warte ich zeig dir ja dankeschön hallo zusammen erst mal ihr lieben gottes segen ich wollte gerne etwas zu den zwei muslimen sagen die zwei hallo erst mal merkt ihr nicht wie er unterdrückt ihr euch unterdrücken lasst von ich bin ich doch kein zugegeben da beleidigt die präsen dafür aber ich beleidige keine profeten ich habe noch nie ein profeten gelangst du sagst dass du jesus da habe ich nie behauptet wer sagt dass ich jesus bin du bist du sagen du sagst mohammed ist gott du sagst buchari ist gott du hast über 20 götter ich sag dir nur was der kura sagst du dass ich nur an den koran glaube ja an welchen tag wurde koran macht wir haben das ist doch der guck mal wenn du brot kaufst wenn du ein brot kaufst dann fragst du dich doch auch nicht wann wurde das gekauft wann ist wert ist gebacken hat er seine frau gebacken ist ein mann gemacht morgen dann kaufst du was und gehst du das einfach warum natürlich ist ein händler hat eine frage dein handy wer denn hätte erschaffen wer dein handy war dass eine frau oder ein mann was juckt dich das ist doch du kaufst du händler und wenn ich die bibel wird die bibel auf dich auf papier geschrieben was dort sollte einfach die bibel nehmen und lesen was ist was ist doch egal wer das aufgeschrieben hat oder ein mann ist doch egal du kommst mit fragen die nicht wichtig sind um den koran zu widerlegen du willst er will er sagt er nennt sich musste man versucht gerade den koran zu widerlegen du bist du kannst du mal koran lesen gehen ich kann koran lesen du kannst nicht koran lesen weil im koran steht die sunna ist verboten messer ich denke wir kommen heute mit dir nicht weiter deswegen danke dass du da warst er wollte aber sagen dankeschön ja ich hätte gern dass die vielleicht mal bemerken wie schrecklich das eigentlich ist dass sie wirklich denken dass sie für gott sich waschen müssen aufpassen müssen dass kein wasser im mund kommt oder kein wasser in die ohren oder wie sie sich bekommen oder das ist so schlimm weil gott ist nicht so gott sagt wir wir sollen zu ihm kommen wie wir sind wir brauchen keine rituale gott ist da also wir können so kommt zu ihm wir sind und das ist so schlimm zu sehen wie muslime untereinander sich fertig machen weil die unterschiedliche rituale haben aber gott ist nicht so gott sagt kommen wann du willst kommen wie du bist deswegen leute echt strengt euren euren kopf anfang mal an nachzudenken ja doch was für den weg ihr seid wenn mein gebet ein linker c nicht richtig ist also auf der richtigen position da ist das gebet sogar ungültig ich wollte ja was ich muss ich muss in zehn minuten raus also damit ihr euch darauf einstellt ja in zehn minuten muss ich raus okay ganz kurz gibt mir das wort man ich wollte zu aboziegen zu den anderen sagen wo er gesagt habe mit steinigen und kinder schlagen da wollte ich es auch beweisen dass bei euch auch das steinigen da ist und dass man und euch was vorlesen ist es in ordnung ja macht das gerne okay zum beispiel in deutscher nomi wie heißt es noch mal dtn bei euch diese kapitel die wir da lesen können wir einen genutzt kannst du eine sache bitte dann tun wenn du das vorgelesen hast kannst du bitte zeigen wie relevant dieser text für christen heute ist weil sonst macht das keinen sinn das ist einfach ja also ich möchte von dir einen klaren beleg was dieser text mit uns heute zu tun hat ja genau 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 ich mache das macht und zwar so hier steht so eine kapitel 21 ich lese mal ab 18 wenn ein mann einen störigen und widerspäßige sohn hat da nicht auf die stimme seinem vater und seine mutter hört und wenn sie ihn zu stichtigen und trotzdem nicht auf sie hört dann soll soll den vater und mutter in packen vor die ältesten der stadt und die torversammel des ortes führen und zu den ältesten der stadt sagen unserer sohn hier ist störig und widerspäßig er hört nicht auf unsere stimme er ist einer verschwender und trinker dann sollen alle männer der stadt in steinigen und er soll sterben du sollst das böse auf deinem auf deine mitte weg schaffen ist jetzt noch mal wenn jetzt hier sagte wenn das sohn dieser abuziehe sagte wenn das sohn nicht auf vater hört wegen beten soll man ihn schlagen aber laut bibel wenn das sohn nicht auf seine eltern hört soll man ihn töten das ist der koran für dich heute gültig und die scharia es gibt verse die uns nicht ansprechen es gibt verse die uns ansprechen wie willst du das aus nach gut denken nach dem wetter oder ob es wie wie geht das das auswählen bei euch okay bei uns gibt es mehrdeutige versungen eindeutige phase okay und ich muss das nicht erklären du du bist ja mit einem anspruch gekommen und in einem normalen musste er mit einem anspruch kommt das auch belegen ich habe dir die bedingungen sofort genannt du musst mir jetzt belegen was hat diese passage die vorgelesen hast mit mir heute als christ und als mitglied einer kirche oder gemeinde zu tun erklär mir das bitte okay ihr sagt das wort jesus ist immer gültig stimmt jesus hat gesagt dass seine worte nicht vergehen werden auch wenn himmel und erde vergehen werden also wie gott will ihr das bei gott möglich ist ja genau das sind wir da vergehen ist denn diese erkennst du denn an dass das stimmt was jesus da gesagt hat dass seine worte nicht vergehen werden seine worte nicht vergehen aber er sagt das gesetz von jesus ist immer war und bis wir alle sterben stimmt welches gesetzzeit zitiert bitte den versen und bibel gott ändert nie sein wo stehen nicht gar nicht laut bibel gott ändert sein wort nicht aber gott schafft bündnisse mit menschen und dort rede zu menschen bitte jetzt einfach bitte nicht rum du hast einen vers genannt aus dem alttestament jetzt erklär mir was der vers heute mit mir als christ als mitglied einer kirche und gemeinde zu tun hat mit erkläre es jetzt bitte ich erkläre dass jeder der sagt ich höre und prazitiere das wort gott ist damals ist oder heute ist ja wie immer sah und sagt ich folge jesus da muss ja dass du ihm praktisch setzen okay weil wir behaupten sagen du behauptest also dass jesus gesagt hat dass wir oder dass das neue testament sagt dass wir christen eins zu eins das musianische gesetz befolgen also nicht jüdische nachfolger von jesus behauptest du gerade sollen das musianische gesetz eins zu eins nachfolgen ist das deine behauptung gerade meine behauptung ist so dass laut euch laut euch sage ich noch mal wie ihr immer denken nein nein nicht laut euch und wie wir immer denken wir sind nicht hier in diesem fantasie oder meinungsbereich wir gehen hier vor mehreren hundert leuten nicht hoch und verbreiten meinungen sie verbreiten fakten deshalb frage ich noch mal präzise hast du gerade behauptet dass jesus gesagt hat dass wir christen eins zu eins das musianische gesetz befolgen sollen wir nicht jüdischen christen ist das deine behauptung ja oder nein meine behauptung ich bin ich immer immer die christen höre das wort von jesus immer zählen wir müssen wenn ich immer die christen höre ist in einer in einer diskussion vor hunderten leuten einfach nicht genug tschuldigung das reicht einfach nicht ja wenn ich immer höre ist nichts in einer debatte vor mehreren hundert leuten bitte bringen beweise okay kommen wir dann immer ich brauche das nicht zu erklären du kommst hoch mit etwas ich habe sogar schon erklärt weil ich dir vorgelesen habe aus johannes im ersten kapitel dass mose das gesetz gebracht hat jesus aber die wahrheit und die gnade ich habe das schon bewiesen ich könnte dir noch viel mehr bringen aber ich muss das nicht weil du kommst mit einem anspruch hoch und in jeder form wenn wir hier eine diskussion haben ist derjenige der den anspruch macht auch derjenige der den beleg bringen muss entweder zieht ein anspruch zurück oder ich bringe den beleg ich bringe den beleg weil bei euch ist das so er sagt die ganze zeit immer stop 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 du kannst nicht die hochkommen und sagen bei euch ist das so ihr sagt dass immer das noch mal das ist nichts wert das ist gar nichts das ist eine meinung und das bitte bringen sonst werse die das belegen lasst mich aussprechen weil wenn ihr über den koran spricht ihr achtet doch nicht drauf entschieden sind oder das ist schon wieder das verschuldigung das ist wieder ein guter schluss in der logik nein ich unterbreche dich weil was du gerade machst ist du versuchst logisch abzuweichen und sagen wenn ihr das und das macht das ist unrelevant spielt keine rolle für die jetzige diskussion was andere wann anders machen wir sind hier in einer diskussion du hast einen anspruch gemacht du musst den belegen oder es ist was ja offensichtlich gerade ist dass das nicht kann ich habe jetzt warum ich das genannt habe ganz kurz bitte lass mich jetzt aussprechen ich habe das genannt weil ihr nehmt verse vom koran was damals war ja was für uns zum beispiel bis gaberei und soweit und sofort nicht für uns gültig ist aber trotzdem sagt ja das ist der koran und ist immer gültig wenn ich ja dann sagen wir argumentieren das aber mit dass sie ja aber weißt du was wenn du solche aussagen machst entschuldigung es vergeht mir dass ich unterbreche wenn ich hingehe und ich habe tasfiere ich habe diese ich habe den koran und ich habe sogar fatwas über sklaverei dann habe ich alles was ich brauche und argumentiere dann mit fakten und dann komme ich mit fakten das heißt wenn ich zum beispiel sage der islam erlaubt sklaverei dann würde ich jetzt mit dem beweisen kommen müssen das heißt du könntest zurecht zu mir kommen und sagen wirklich so ein scheiß wenn du behauptest der islam erlaubt sklaverei dann beweise ist und dann muss ich jetzt beweisen so das gleiche mache ich gerade mit dir du bist gekommen und hast einen vers genannt ich habe dir von anfang an gesagt wenn du ihnen nennst ein vers aus dem alten bund da musst du beweisen dass diese auch für uns als christen nicht jüdische nachfolger von jesus gültig ist du hast diesen beweis nicht gebracht du redest die ganze zeit rum dann gestehe doch ein dass wenig hast dann können wir weiter reden aber wenn du wenn du das nicht eingestehen ist dann musst du den beweis jetzt bringen und nicht ablenken auf andere themen und wenn ich diesen beweis aus neuer testament jetzt bringen würde das bei euch ein sündiger seiner hand abgeschnitten werden muss würdest du das annehmen wenn du einen beweis aus dem neuen testament hast dass jesus sagt wenn jemand so und so sind nicht dann schneide in die hand ab ja dann würde ich das eingestehen dass du da recht hast zeit ist damit ein sündiger damit die hand sündet sollte man seine hand schneiden ein sündiger damit in augen sünde sollte man seine aber guck mal was ich sage ist vollkommen dass du hier einen klassischen wieder trugschluss machst indem du ein text vollkommen missinterpretiert wenn jesus hier in einer übertreibungssprache ein punkt macht nemer sagt wenn du eine frau mit lust in deinem herzen an anschaust dann hast du schon die ehe gebrochenen es besser dass er sein auge rausreißt und jeder weiß und jeder bibel kommentar und jede jeder der denken kann weiß dass jesus hier nicht physisch von augen redet sondern davon dass man sich seelisch davon losreißt ja jeder weiß das dann gehst du hier gegen den text gegen alle geflogenheiten das kannst du gerne machen das ist in ordnung nötig wird hier keine ernst nehmen da bitte was fragen klar ich habe noch fünf minuten ja so nicht vergessen um sie gar nicht und zwar möchte mich denn das alte testament ist dass das gott wortet ja absolut ja das neue ja okay alles klar das heißt also die gesetze die da gesagt werden sind von gott richtig ja sind sie für immer gültig oder nur für eine zeit die sind in den bündnissen gültig die gott klar setzt und auch beziffert das heißt gott geht zu abraham und sagt das ist mein bund mit die abraham so und so gott geht zu mose und sagt das ist mein mund bei einem bund mit dir und dem volk so und so jesus kommt zu uns und sagt hier das ist meine rote groß matthäus darf vers 28 sagt jesus das ist mein blut vergossen für die vergebung der sünden für den neuen bund ja jesus erklärt das das hier aus 24 35 wetter geredet was 24 35 wetter geredet jesus und jesus hat da geredet kann das jemand bitte für mich vorlesen übrigens ganz kurz nein 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 warte ich habe eine ganz kurze frage an dich ist dieser vers für die hier offenbarte nein lass mich bitte ich möchte das sind kurz fragen ist das hier für dich offenbart es in gil von allah matthäus 24 35 oder allem weiß ich nicht lies jetzt weißt du nicht warum willst du es dann warum willst ja dann zu eure bibel mein gott das ist doch gottes wort nach euch und erde werden vergehen aber meine worte werden nicht vergehen sagt jesus hier das ist ein wort der himmel und erde werden vergehen aber meine worte werden werde nicht vergehen was mich klein okay warte nur die nicht ich würde gehe dir danach eine frage stellen ja warte mal das wort jetzt also das heißt also was händerte antwortet mit der steinigung hat nur die nur die thema med wird gleich darauf eingehen und danach will ich dir eine frage stellen kann ich das machen danach nicht nur die warte mal kurz gleich wirst du weiter reden aber verspricht mir dass nachdem mit dir diese frage beantwortet hat dass du meine frage beantworten wirst verspricht mir das okay bitte erkläre mir dein argument was möchtest du mir mit diesem vers sagen ist das wort beschränkt in deiner zeit oder nicht nein gottes wort ist gottes wort dann war es doch schon und was was möchtest du die leute ich möchte nein 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 hör mal zu was ist eine aussage was möchtest du dadurch sagen die aussage die gesetzgebungen die er getan hat sind für immer gültig punkt ja bedeutet das aber das ist ja immer alle nein hör zu ja nein nein es gibt diese das ist auch ein trugschuss in einer debatte wir gehen nicht darauf ein es gibt kein ja oder nein noch mal du versuchst hier zu suggerieren nur weil gott spricht und das automatisch bitte lass mich aussprechen ich weiß das stört dich jetzt das erkläre aber die anderen leute nur weil bitte sei still einfach halte das aus ich habe das bei dir auch ausgehalten so nur weil etwas gott wort gottes wort ist ausgesprochen heißt das nicht dass gottes wort ausgesprochen immer für alle gültig dass du kannst du kannst du bitte die bibel sagt dass mein lieber freund gesagt weil bist du die bibel sagt das in apostelgeschichte bist du bitte still wenn ich rede bist du bitte still wenn ich rede ja du versuchst mich zu unterbrechen weil das nicht gefällt was ich sage das verstehe ich aber du kannst es trotzdem nicht verhindern noch mal ja schon im koran ist es bei so dass jesus gesandt ist um gewisse dinge abzuändern die alle vorher gesagt hat du kannst überhaupt nicht da reingehen und solche ansprüche machen dass gott neu redet und offenbart dass gott abrogiert in eurem glauben ist sowieso schon da und wir haben mit du verschwärts seine energie des des geflüchtet weil er angst vor meiner frage hat der ist geflüchtet du bist deswegen ich wusste von vorn rein ja 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 war klar aber hier sind fast 100 leute nur mal dass wir das einmal nageln gott ist ein gott der bündnisse es gibt sieben große bündnisse in den bündnissen ändern sich sachen dass der neue bund ist im bund wo es nicht mehr um das körperliche geht sondern um die beschneidung des herzens vorhergesagt schon im alten bund schon bei mose vorhergesagt bei jeremia vorhergesagt deshalb ändert sich das auch und deshalb ist das neue reden im neuen bund ein anderes reden das ist kein leichterer bund es geht immer noch davon sich von der sünde fernzuhalten und ein heiliges leben zu führen aber die argumente die hier angebracht werden greifen nicht weil die jungs verstehen die bibel nicht und wollen sie auch nicht verstehen sie wollen nur ihre punkte bringen aber es ist kein problem dass gott im neuen bündnissen neue regeln aufstellt dass es absolut souveränes handeln gottes und macht das reden in dem alten bund nicht weniger göttlich aber es bedeutet dass wir darunter nicht gebunden sind sondern wir sind unter den regeln des neuen bundes gebunden das wollte ich nur zum schluss sagen ich wollte noch sagen dass du was sagen mein schluss aber wirklich genau sagt man bitte schnell was du sagen dass man sich noch nur 30 und möglich weil er egal was wir machen bringen er hat immer versucht immer antworte zu geben wie zum beispiel vorhin kam ja jesus ist auch gekommen um die sünden der menschen zu übernehmen die zum beispiel neu geboren sind aber jetzt sie ich frage mich wenn du jetzt neu geboren bist und du beispiel du 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 redest unnützen oder machst unnütz diese sachen soll jesus trotzdem das übernehmen auch wenn du neu geboren ok 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 ich glaube das ist ein also das ist keine gute frage aber okay wir können das gerne nächstes mal klären ja ich werde mal wieder leid sagen bis sie ganz kurz weil er das behauptet hat aber was sagte jesus ich sage euch aber dass die menschen ja zurecht geschaft geben müssen am jüngsten gericht von jedem unnütziges wort was sie geredet haben das hat jesus alles ok ok ja also wir haben jetzt leider keine zeit mehr um ist jetzt wieder ein anderes thema ja deswegen nächstes mal können wir gerne darauf eingehen aber auf jeden fall danke dass du da warst und an die zuschauer ihr habt gemerkt die muslime also jetzt nicht senat sondern der andere dieser nur die er kam hier hoch und hat direkt fragen gestellt hat mit direkt fragen gestellt er wollte er uns in die ecke drängen ich habe einen klipp und klar gefragt darf ich dir danach nachdem mit die gern wird hat eine frage stellen was hat er gesagt inshallah ne und habt ihr gesehen was er gemacht hat er ist abgehauen er ist geflüchtet weil er angst hat dass wir ihn fragen stellen ja aber ist okay das kennen wir nichts an nicht anders ich muss jetzt leider wirklich gehen auch wenn ich wirklich bock habe weiter zu reden aber ich habe leider keine zeit mehr aber auf jeden fall cool dass ihr alle da wart gott siegen euch alle ja jesus christus ist gott gestorben am dritten tag wieder aufgestanden wenn du glaubst wirst du ewiges leben bekommen wenn nicht wirst du leider verloren gehen das ist das evangelium das erste evangelium ja gott siegen euch alle ich bin so gott will morgen wieder live ich komme morgen noch mal also nicht heute sondern morgen bin ich wieder live leute